Diese Folge wurde am 21. Januar 2022 aufgenommen. Ein zertifizierter, aber nur noch gelegentlicher Journalist, ein sehr regelmäßig publizierender und großer Schriftsteller. Das habe ich amtlich jetzt von mehreren Literaturpäpsten. Wie kannst du über alle Autoren urteilen? Ja, weil es Spaß macht. Jetzt kommen wir zum Punkt. Das ist übrigens echt eine Markus-Lanz-Frage. Du beleidigt hast. Ich habe niemanden beleidigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich arbeite immer mit Argumenten und verstärke die durch Polemik. Er wollte kein jüdisches Denken mehr, kein jüdisches Schreiben mehr in Deutschland haben, weil das hat ja nur Unglück gebracht. Warum ich jetzt Reicher Nitzki nicht böse bin? Willst du das wissen? Ja. Können wir auf das Thema später zurückkommen? Unbedingt. Irgendwann später, warum ich wirklich sauer werde. Aber nicht jetzt. Okay. Oh Gott, natürlich. Ich muss die FDP wählen. Wo kommt dieser Mut her, frage ich mich? Ich kann darauf blöd antworten. Wo kommt die Feigheit her bei den anderen? Die Frage ist brillant, aber sag nochmal genauer. Haben wir jetzt Gänsehaut, wie bei DSDS? Oder? Das ist krass, oder? Aber das sind jetzt die Neuen, die wieder weit sind. Ich bin 61, ich rede über Jeans. Seid ihr wahnsinnig? Können wir endlich über Literatur reden? Hallo, hier ist Allesgesagt, der unendliche Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Und wir sind heute zum ersten Mal in einem anderen Studio, Jochen. Ja, es sieht zwar aus wie im Wohnzimmerstudio, in dem wir normalerweise sind. Wir sind aber in den Pool-Artists-Studios unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Alle fünffach PCR getestet und mit Luftfilter. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme von Jochen Wegner, Gastgeber von Allesgesagt und Chefredakteur von Zeit Online. Und die andere Stimme ist Christoph Ahmend, der Editorial Director des Zeit Magazins, Herausgeber der Weltkunst und Podcaster. Ich kann Sie empfehlen, was machst du am Wochenende mal anzuhören? Und wen haben wir heute zu Gast? Den Schriftsteller Maxim Biller. Hallo Maxim. Hallo. Wir müssen so viel disclosen heute. Fangen wir gleich damit an, dass Maxim und ich kennen uns seit irgendwann in den 90er Jahren. Wir haben beide vergessen, genau wann. Aus München, deswegen duzen wir uns. Und wir haben besprochen und beschlossen, dass wir in diesem Podcast kein künstliches Sie einführen, oder? Genau. Ja, und ich bin in die Familie jetzt aufgenommen. Das war meine Bitte. Ja. Weil ich kann das nicht immer aufteilen. Widerwillig habe ich dann nicht. Wie gesagt, ich hatte ja auch vorhin gesagt, ich kann natürlich auch irgendwie dann im Plural euch anreden mit diesem Helmut Schmidt, du. Ja. Ja, ja. Aber das wollten wir vermeiden, ne? Ja. Das ist ein bisschen zu sehr nach Wehrmacht klingt. Maxim, könnten Sie mir das Wasser reinigen. Das ist wieder was anderes. Das ist ganz toll. Das ist sehr, aber da reden wir später. Alles gesagt erscheint in unregelmäßigen Abständen. Wer das immer sofort mitbekommen will, kann ein Newsletter abonnieren, dem wir auch Behind-the-Scenes-Informationen geben unter www.zeit.de. Slash allesgesagt. Wer Gäste, Gästinnen vorschlagen möchte, kann das tun mit einer E-Mail an allesgesagt.zeit.de. Maxim Biller ist auch oft gewünscht worden. Deswegen freuen wir uns besonders. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr oft. Ich bin gewünscht worden. Ja, vielfach, vielfach. Keine Ahnung, nicht ausweisen, sondern einladen. Interessant. Und es gibt ja so ein paar kleine Regeln in unserem Podcast. Eine davon ist die Regel, Maxim, dass du ein Schlusswort sagen musst, dass du jetzt einmal kurz sagst und dann nie wieder. Und dann erst wieder, wenn das Gespräch aus deiner Sicht zu Ende gehen soll. Denn du bist der Einzige hier im Raum, der das Gespräch beenden kann. Und ist das eigentlich, das muss ja nicht ganz am Ende des Satzes auch noch stehen. Das auch noch, ja. Doch, in dem Moment. Der muss es nicht, aber der Podcast bricht dann halt ab. Ich verstehe, aber es muss jetzt nicht auch noch das letzte Wort des Satzes sein. Es kann auch mitten in diesem Satz sein. Nicht jeder ist so wortgewandt wie zum Beispiel Ian McHugh, der das perfekt über eine Viertelstunde vorbereitet hat, um dann mit diesem Wort zu enden. Er hat eine Schlussgeschichte erzählt, die dann mit diesem Wort endet. Es gibt auch Leute, die rotzen das so raus und dann mitten im Satz und dann bricht es ab. Nein, unsere Gäste würden nie. Also rotzen wir nie. Unsere Gäste rotzen nie irgendwas raus. Kann ich sagen, was ich lustig fand, wo ich den Wortlaut nicht mehr zusammenbekomme, weil ich höre das ja ab und zu. Natürlich. Und das Sven Regner, der hat sich ja das vorbereitet, irgendwas mit dem auf die Toilette gehen. Und das war, man merkte richtig, wie er sich darauf gefreut hatte, das zu bringen und das gebracht zu haben. Ja, haben wir dann auch hinterher noch gemerkt. Der hat sich quasi noch eine Stunde gefreut. Ja, der war dann eigentlich, also der Podcast dauerte, glaube ich, zweieinhalb Stunden, aber eine Stunde war er noch da. Weißt du, was braucht der Sven Regner? Nein, wir reden ja nicht. Nein. Also du müsstest ein Schlusswort nennen, das du normalerweise nicht verwendest. Ja, das Wort ist Odradek. Das ist toll. Wirklich, hundert Punkte endlich mal jemand, der ein anständiges, anständiges Schlusswort formuliert hat. Ja, das war ein Helmut Schmidt anständig. Muss man das erklären nochmal? Ja, das wollte ich gerade fragen. Bitte gerne. Aber ohne das Wort nochmal zu sagen. Oh Gott, wird das schrecklich. Aber gut, dass du mich nochmal erinnerst. Das wäre der kürzeste. Also, ich dachte, wir gehen immer noch zwölf Minuten. Ja, zwölf Minuten. Mit diesem Wort, oh Gott, ich habe echt Angst. Mit diesem Wort, so, nee, wie sagt man das? Also, dieses Wort ist ein Name für ein merkwürdiges Wesen in einer sehr kurzen Erzählung von Franz Kafka, die die Sorge des Hausvaters heißt. Und es ist ein sehr mysteriösen, man weiß nicht, es ist eine kleine Filzkugel, da sind so ein paar Holzlatten dann. Das geistert irgendwie durch das Haus, in dem der Erzähler und seine Kinder wohnen. Ich habe so eine Angst, dass ich sage, mal ist es da, mal ist es weg und endet eigentlich damit, glaube ich, dass der Erzähler sagt, und ich habe große Angst, dass es uns überlebt. Oh, sehr gutes Schlusswort. Sehr schönes Schlusswort. Und auch eine gute Geschichte dazu, Franz Kafka, der, von dem du, glaube ich, mal gesagt hast, ist der beste deutschsprachige Schriftsteller und der kommt aus Tschechien. Genau. Ja, das ist das Schicksal der Deutschen. Naja, dazu fällt mir halt ein, dass ich mit 25, als ich eher wie Trotzki aussah, Helmut Karasek kennenlernte. In Hamburg, den damaligen Spiegel-Kulturchef. Genau, der nach einem wirklich ungefähr einer winzigen Glosse in der Zeit darüber, wie toll Fernsehen ist und wie doof Intellektuelle sind, die es nicht gucken, mich dann sofort ansprach im Passagekino bei einer Pressevorführung und sagte, wollen Sie nicht für uns was schreiben? Also so waren die Chefs damals. Heute ist es ja leider nicht so. Stimmt die Geschichte, dass Sie dir 2000 Mark gezahlt haben? Ja, klar. Das waren die honorare Arbeitsbespiegel. Nicht schlecht für damals. Für damals ihr Verhältnis war es, okay. Nee, das war normal, ehrlich gesagt. Damals in Saus und Haus. Also das war jetzt, es kommt darauf an, wofür, aber ich musste eine, so eine Sammelgeschichte, zuerst schrieb ich so für diese Szene, so ein paar Kleinigkeiten, wobei, ich musste, weil wir ja viel Zeit haben, Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Genau, ich habe, das war so lustig, ich habe ein bisschen Filmkritiken geschrieben und einer meiner besten Freunde, der Claudio Seidel, der konnte mir aber damals nicht verzeihen, dass ich zuerst in der Zeit in so einem Filmtipp ganz schlecht über einen Clint Eastwood-Film schrieb. Wiem er gut fand. Ja, natürlich. Und dann fragte mich Herr Karasek, meinte, wir haben niemanden, haben Sie das zufällig auch gesehen? Und das war in der Szene, ohne Namen, dann habe ich ein zweites Mal verrissen, aber ohne Namen. Oh, war Claudio Sauer. Jedenfalls. Liebe Grüße. Jedenfalls. Wieso haben wir über Karasek geredet? Was sollte ich zu Ende erzählen? Wir haben über Franz Kafka gesprochen. Ah, über Franz Kafka, genau. Und, da komme ich mir gerade vor wie schweig. Jedenfalls besuchte ich ihn dann und dann sagte er zu mir, wissen Sie, Sie erinnern mich einfach, Sie sehen so aus wie der junge Franz Kafka. Aber ich sah ja eigentlich aus wie Trotzki. Hast du ihm das auch gesagt damals? Das weiß ich nicht. Ja. Aber ich fand das einfach sehr süß, rätselhaft, interessant und auch ein bisschen verräterisch. Weil, wie kommt denn darauf, dass jemand, der ein jüdischer Prager junger Autor ist, der eigentlich wie Trotzki aussieht, wie Franz Kafka aussieht? Also, wie, wie sagen, das würde ich euch fragen. Das ist natürlich ein Bild. Wie deutet man das? Ja, man muss dazu sagen, dass Helmut Karasek, der ja in Meeren, glaube ich, aufgewachsen ist. Ja, klar, der kommt aus Brünnen. Aus Brünnen, genau. Also, der in seiner Jugend ja Hitler-Junge war. Das heißt, wahrscheinlich hat er irgendwie, vermutest du das, dass er irgendwie andere Dinge gesehen hat? Nein, der war super in Ordnung, um Gottes Willen. Der war total in Ordnung. Der war viel mehr in Ordnung als solche Typen heute. Nein, das war ihm alles bewusst. Aber das war... Ich meinte das auch eher im Sinne von... Das war Sympathie, das war eher lieb gemeint. Das meine ich ja. Aber, wie gesagt, man kann doch nicht ständig alle Juden verwechseln. Also, im Prinzip irgendwie so. Aber, nee, der war wirklich fantastisch. Helmut Karasek, mit dem du ja auch eine weitere Querverbindung hast, und dann kommen wir gleich zu der Vorstellung, die Jochen natürlich dringend noch loswerden. Dringend, wir haben noch Zeit. Ja, ist ja das, dass Helmut Karasek zum Gründungsensemble des Literarischen Quartetts, gehört hat, zu dem du ja dann auch gehört hast. Also viele Jahrzehnte später. Stimmt, aber an den habe ich da eigentlich nie gedacht. Ich habe da eher, als ich da dann da war, mehr an Reichernitzki gedacht. Aber stimmt, Karasek auch. Aber ich habe wirklich Karasek unendlich viel zu verdanken, im Gegensatz zu Reichernitzki, der mich wirklich nicht mit dem Arsch angeguckt hat. Aber Karasek hat sehr, sehr viel für jemanden, der 25 war, getan, was, wie gesagt, heute nie passiert. Ja, großartiger Journalist, durfte auch mal ein paar Jahre beim Tagesspiegel mit ihm zusammenarbeiten. Ja, wirklich, Christoph. Ja, wirklich fantastisch. Also auch vor allen Dingen die Interviews, die er geführt hat. Also, wenn sich die Leute immer begrüßten, ihn immer mit Herr Professor. Nie vergessen, dass Thomas Gottschalk nach einem langen Gespräch, an dem ich im Grunde genommen nur sozusagen beisitzen durfte, am Ende zu Karasek sagte, Herr Professor, war das jetzt lustig genug? Jochen, du wolltest unseren Gast etwas ausführlicher vorstellen. Wie wir das immer in diesem Podcast machen. Ich habe mit ganz vielen Leuten telefoniert, heute vor allem noch. Und wir lesen ja immer alles. Und jetzt versuche ich, das irgendwie zusammenzufassen. Maxim Biller ist ein zertifizierter, aber nur noch gelegentlicher Journalist. Ein sehr regelmäßig publizierender und großer Schriftsteller. Das habe ich amtlich jetzt von mehreren Literaturpäpsten hier bestätigt. Es ist wirklich ein großer Schriftsteller. Es gibt mehrere Literaturpäpste. Die sagen, der Biller ist ganz oben. Der Biller unter den lebenden Schriftstellern in Deutschland. Ich würde sowas natürlich nie sagen, aber ich habe mir das nochmal bestätigen lassen. Finde das aber ansonsten auch. Allerdings besonders in den kleineren Formen. Das habe ich auch öfter gehört. Kleinere Formen, so Novellen, finden alle toll. Je länger er wird, dann muss man mal mit ihm reden. Aller desto länger muss man dann lesen, statt irgendwie Serien auf Netflix zu gucken. Das ist so ein Vorteil. Also mich erinnert, ich muss das sofort einrichten. Das erinnert mich daran, als ich angefangen habe, kannten die Leute mich mit diesen 100-Zeilen-Hass-Kolumnen-Tempo. Horror. Mainstream, Establishment, Milieu, wie ich die alle so nenne zusammen. Popper-Magazin. Horror. Das fanden die alles Horror. Dann kam mein erster Band mit Erzählungen. Dann hieß es, toller Kolumnist, aber Erzählungen Horror. Dann kam der erste Roman. Horrorroman, aber toller Short-Story-Autor. Und so setzt sich das immer fort. Also immer das Vorherige gilt. Ich glaube, das Verhältnis zu mir ist immer sehr fiebrig. Ja. Ich habe 29 Bücher gefunden. Ich glaube, es sind also auf jeden Fall um die 30 veröffentlichten Bücher unter seinem Namen. Er ist ein großer Essayist. Das ist das, wo man ihn wahrscheinlich am stärksten wahrnimmt, wenn man seine Bücher nicht kennt. Und eigentlich auch der bekannteste lebende Polemiker in deutscher Sprache ist gut für viele Skandale. Vielleicht reden wir über den einen oder den anderen noch. Und dann frage ich mich, wer von ihm noch nicht beleidigt worden ist. Es gibt einige, aber wenige. Also Franz Kafka ist noch nicht beleidigt worden. Jeder, der es nicht verdient hat. Ja, ja. Und umgekehrt fragte ich mich, ob man einfach nur nicht bedeutend genug ist, wenn man noch nie von Billa beleidigt worden ist. Dazu gleich. Und wenn man ganz viel Billa liest, in sehr kurzer Zeit, was ich jetzt gemacht habe, kommt man in so einen Rausch und fängt selber an, Leute zu beleidigen. Das ist mir gestern am Telefon. Ich habe jetzt so einen Billa-Moment. Ich will jetzt auch mal was richtig gelesen. Entschuldigung, was hast du denn gelesen? Alles. Fast. Alles? Ja. Hast du, wenn ich ja mal im Tod bin, Landetbete und Verräter gelesen? Also Leute, wenn ihr in Billa euch einarbeiten wollt, der frühe Tempo-Billa ist schon gut. Als Journalist, aber auch als Kolumnist. Die 100 Zeilen Hass sind schon Primärliteratur, glaube ich, heute für jeden Journalisten. Es ist jetzt nicht klassischer Journalismus, sondern eher einfach eine Form, die du auch erfunden hast. Das ist schon toll. Gleich in der zweiten Kolumne Gräfin Döhnhoff. Rechard von Weizsäcker. Grüße gehen raus. Ja, also ich habe geschluckt, mehrfach geschluckt und dachte, unfassbar, was dieser Mann sich getraut hat. Aber hast du mein Gedächtnis, wenn ich einmal reich und tot bin, gelesen? Hast du Landetbete und Verräter gelesen? Hast du Bernstein-Tage gelesen? Jetzt fragt er mich gleich ab. Hast du die Tochter gelesen? Hast du sogar 300 Seiten von den 800 Seiten? Biografie gelesen? Hast du gelesen Sechskoffer? Sechskoffer ist, würde ich sagen, Weißt du, was das beste Buch ist? Eines meiner Lieblingsbücher von Maxim Biller. Das ist eine der tragischen, ich habe noch gar nicht angefangen, ihn vorzustellen, es war nur so eine Einleitung. Aber das beste Buch wahrscheinlich ist das verbotene Buch. Und ich habe es hier. Esra. Ja, ich habe es hier. Es ist einer der wenigen Menschen, der von sich sagen kann, er ist nach deutschem Recht, hat er ein verbotenes Buch publiziert. Ja, ich habe es hier. Ich hole es mal kurz. Ich hole es nochmal raus, Christoph. Und es ist ganz toll. Es kostet auf dem, es gibt ja dieses Verzeichnis der antiquarischen Bücher, ich glaube, ich habe es für 300 Euro gesehen. Aber darf ich dich fragen, warum du es toll findest? Weil es eine ganz bezaubernde, zarte Liebesgeschichte ist. Komisch, von jemandem, der alle beleidigt? Ja. Sie passt doch gar nicht zusammen. Nein, es fühlt sich merkwürdig an, aber ich habe hier ein verbotenes Buch in der Hand. Darf man das eigentlich im Internet verkaufen? Also ich habe mal nachgeschaut, weil ich habe es damals natürlich gelesen, als es rauskam, es gab eine Erstauflage, die erschienen ist und ausgeliefert wurde und danach wurde es verboten. Das heißt, diese ersten, was waren es, glaube ich, 4000 Exemplare oder so, die gibt es. Eines davon habe ich zufälligerweise und ich habe mal nachgeschaut, es kostet ungefähr 400 Euro. 300. Ich hätte eins für 300 und eins für 250 ein bisschen angeschrabbelt. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Wie geht es dir, Maxi, wenn du jetzt dieses Buch siehst? Also das tatsächlich gedruckte Exemplar? Ja, glaubst du, ich habe keine mehr. Ja, doch. Wie viel hast du noch? Das werde ich dir sicher nicht sagen. Gar nicht. Ich kann dazu, ich habe dazu gar keine Meinung. Ich weiß einfach nur, dass ich selbst, ganz allgemein gesprochen, das Verbot eines literarisches Buches für einen Zivilisationsbruch halte und mehr dazu habe ich wirklich nicht zu sagen. Ich habe auch nie was dazu gesagt, weil ich das, Zeit ist der Literaturkritiker und nicht einzelne Menschen, geschweige denn. Es sind überhaupt, glaube ich, nur zwei Bücher, also auf diese Art grundsätzlich in der Geschichte der Bundesrepublik verboten worden. Das eine ist Klaus Mann, Mephisto und das andere ist Esra von Maxim Biller. Durch alle Instanzen. Soll ich noch mal kurz ein bisschen mehr über ihn erzählen? Ja, aber bevor du weitermachst, es hat mir sozusagen ein Missfallen. Ich habe das befürchtet. Ja klar, aber warum tust du es dann? Nein, ist okay, das war ein Witz. Weil nicht jede Wahrheit dir gefallen muss. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen unserer Welt, in der ich teilweise bin und damit meine ich die journalistische Welt, die Kollegenwelt, es gibt die Leser. Und für die Leser bin ich das alles nicht wirklich, weil die kaufen ein literistisches Buch. Ich sitze ja 90 Prozent meiner Zeit da, kann man sagen, vielleicht gelingt es mir nicht, und schreibe Literatur. Das, was du sozusagen benennst, ist natürlich auch, also Essayismus oder Kolumnismus, das ist natürlich einfacher und schneller mal zu rezipieren und das zu fühlen. Aber sich fallen zu lassen in einem Roman, egal ob er 900 Seiten hat oder 300 Seiten, wie gesagt, ich rede jetzt nicht mal über die Qualität. Das ist natürlich ein viel längerer Vorgang. Und ich selbst lese ja auch nicht so viel. Ich mache niemandem einen Vorwurf, der nicht besonders viel liest. Nur, es stellt sich einfach die Frage, warum ein Schriftsteller wie ich, der vor dem Krieg Josef Roth gewesen wäre, Kutucholsky, da war ja immer klar, dass das zusammengehört. Und man würde nicht über Josef Roth sagen, der war aber nur ein Polemiker. Oder, nee, Josef Roth sicher nicht. Und nach dem Krieg, Heinrich Böll, Günther Gras, das war ganz normal, Enzensberger. Enzensberger auch, Essayist und Schriftsteller. Aber er war auch ein politischer, er war ein politisch sehr explizit sich äußernder Autor. Wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Und dann hat man, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, eine Zeit lang gesagt, wo sind die Schriftsteller, die politisch engagiert sind? Der Berg kreiste und gebar eine Maus, die dann Juli C. hieß. In anderen Worten, was ich sagen will, ist, wenn man es wirklich macht und trotzdem gleichzeitig Schriftsteller ist und das Pech hat, eine bestimmte Herkunft zu haben, oder das Glück, wie ich das empfinde, dann verengt sich auf einmal der Blick auf so jemanden. Und das eben, ich bin gerade viel zu ernst, ich höre sofort mit dem Ernsten auf, ich schwöre, dass natürlich in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert klar war, da wir Leute, die Juden sind, nicht wirklich als Schriftsteller anerkennen wollen, weil wir sie sowieso nicht drin haben wollen in unserem kleinen Compound, in unserer Scheune, in unserem Olymp. Sagen wir, oh, die sind ja nur Kritiker, die sind ja nur böse, die können ja nur zerstören, die können aber nicht keine Kunst erschaffen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es mich ein bisschen einholt, aber vielleicht ist mein Verdacht falsch. Also es ist jedenfalls Teil deiner öffentlichen Person oder etwas, was man automatisch bemerkt, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass du sehr harsche, zum Teil Urteile über Dinge und Menschen fällst, vor allem eben in den Essays natürlich. Aber was soll ich da sonst tun? Wir kommen gleich dazu. So, jetzt kommt der Härtetest, weil wir immer Fehler haben in unserer Vorstellung. Und du möchtest bitte freundlich darüber hinwegblicken und sie aber gerne korrigieren. Du bist 1960 geboren. Stimmt nicht, 1982. Wie kommst du jetzt auf 1982? Ist 1982 nicht das Jahr? Bist du 1982 nach München gezogen? Nee, aber ich weiß, worauf du als meine Therapeutin auswählst. Nein, aber 1982 ist schon eine wichtige Zeit, oder? Ja. Popkulturell und... Könnt ihr mir mal kurz rüberhelfen, was war 1982 so? Ich bin aus dem düsteren Hamburg als... Du bist 1982 nach München gegangen? Nee, 80, aber als depressives Emigrantenkind aus dem wirklich... In Hamburg, das war das doch ein bisschen kompliziert. Und wer war damals noch in München? Oh, also ich habe da ein Jahr vorher in der Paris... Quatsch, in der Harris New York Bar war Charles Schumann Barmann. Damals schon? Ja, und da habe ich ihn kennengelernt und dann saßen wir, also nicht nur wir, es waren viele andere. Es gab so eine Gruppe von Leuten, wie es sie in jeder Stadt gibt und wir saßen dann vor allem sehr viel in Venezia auf der Leopoldstraße. Das war so ein einfaches Eiskaffee, aber wirklich genial. Also habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht, statt da im Juni zu gehen. Leider nicht, glaube ich. Ich mache auch lange Milch. Und dann das Billigste war eine Milch für 1,65. Das habe ich dann immer bestellt. Und da saß eben der Charles auch. Also der Charles war da aus der Zeit... Das ist der erste, an den ich mich so... Ein paar meiner Freunde, die jetzt keiner kennt, aber ich habe zum Beispiel den Giovanni Lorenzo... Mit dem ich heute telefoniert habe über dich? Da hat er erzählt. Dass wir uns da... Nein, nein, nicht bei der Milch, sondern einfach in München, weil er ein Buch machte und hat mich gefragt, ob ich einen Text dazu schreibe. Das muss er ein... Nein, das war 82. 82! Siehst du 82? Sehr gut. Christoph, du bist Wahnsinn. Hast du damals Reinhard Götz auch schon kennengelernt oder kam das ein paar Jahre später? Nee, Reinhard Götz, warte mal, kam es später. Ein paar Jahre später. Okay. Ich bin auch nicht wirklich ins Tanzcafé, ins Größenwahn gegangen, weil das war mir zu primitiv. Okay, also auf Reinhard Götz kommen wir später nochmal. So, deine Eltern, Russen und Juden, die in Prag lebten und emigriert sind. Ja, du bist mit zehn Jahren nach Hamburg gekommen, zunächst in nicht so schöne Wohnverhältnisse, dann später, wie man den Essays dann schon entnehmen kann, in eine sehr schöne Wohnung, von der ich nicht genau weiß, ob ihr sie immer noch habt. Aber das letzte Mal, was ich drüber las, war, wir haben seit 48 Jahren diesen Mietvertrag, dieser wunderschönen Wohnung in Hamburg. Gibt es die Wohnung noch? Leider nicht mehr. Weil meine Eltern beide gestorben sind, natürlich. Das war ein sehr trauriger Moment, als ich vor einem Jahr, ich weiß nicht, Corona immer nicht, entweder von einem, bin ich wahnsinnig, nee, vor zwei Jahren war ich dort und habe dann, meine Schwester hatte die Wohnung ausgeräumt und ich hatte dann die Aufgabe in der leeren Wohnung dann mit der sehr, sehr netten Dame von der Hausverwaltung nochmal ganz einfach, schnell, ohne Probleme, die Sachen sozusagen zu regeln. Und dann sah ich eben in dem Mietvertrag, ich weiß jetzt nicht, 47, 48 Jahre, wir sind da eingezogen, 72, wo meine Eltern überhaupt kein Geld hatten, davon abgesehen. Nur mein Vater war einfach ein sehr, sehr kluger, lebenserfahrener, vorausschauender Mensch und er wusste, lieber jetzt das und ein bisschen teurer. Aber er hat irgendwie da Geld drüber geschoben, ne? Die wollten, die wollten, die Summe ist so eine mythische Summe in unserer Familie, 10.000 Mark, Abstand für nichts. Es ist heute wieder so, nur jetzt in Euro und mal 10 wahrscheinlich. Ich glaube damals wirklich und wir hatten wirklich nicht viel Geld, also ich weiß nicht, wo er das geliehen hatte oder was auch immer. Kannst du dich noch an die Zeit oder Momente erinnern, als ihr da reingekommen seid in die Wohnung? Ich kann mich erinnern, als ich reingekommen bin, weil ich das Glück hatte, im Zeltlager gewesen zu sein während des Umzugs und vorher hatten wir in der Haldesdorfer Straße gewohnt, in Eimsbüttel, in einer kleinen, auch Altbauwohnung, die war nicht so schön und es war ein bisschen enger. Ich überlege gerade, ob meine Schwester und ich da schon, ich weiß nicht, ob wir ein eigenes Zimmer hatten und auf jeden Fall, ich komme vom Zeltlager eben in die neue Wohnung, in der Biberstraße, direkt an der Uni und erinnere mich, wie ich da reinkomme und plötzlich steht da im Wohnzimmer erstens so eine riesige Couch-Garnitur aus braunem Schaumstoff, so sehr popartig und ein Farbfernseher und wir haben davor lange kein Fernseher gehabt, dann ein Fernseher von Freunden, wo es nur das erste Programm gab und immer so ein Gitter, also Köpke, das heißt dann immer so, als wäre er halt im Gefängnis und wenn ich Enterprise gucken wollte, musste ich dann zu einem Freund, weil das kam ja im zweiten. Und ich meine, 72 ist ja das Farbfernsehen erst eingeführt worden, das heißt ganz doch auf der internationalen Funk-Ausstellung hat Willy Brandt auf den Knopf gedrückt. Wirklich? Aber es war 100% die Olympiade 72, 100%. War das Ulrike Meifert? Ja. Das ist meine erste Hochspringerin, das ist meine auch noch. Daran kann ich mich auch nicht, dass ich da gesehen habe. Das ist der Moment, in dem ich mich erinnere. Und es lief Raumschiff Enterprise? Nein, nein, das war ich. Nein, es lief Olympia. Es lief tatsächlich, ich konnte den Fernseher anmachen, es lief Olympia. Und das war ja auf einmal... Aus München. Ja. Ach, na gut, das hat jetzt keine Bedeutung. Nein, 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 aber genau. Das war sehr, sehr, das war schon, das war schon ein Moment. Wir haben auch sehr arm gelebt davor. Wir haben noch davor gewonnen. Ich habe es verwechselt jetzt auch. Altesdorfer Straße ist nicht in Heißbüttel. Das war die allererste Wohnung. Die zweite Wohnung war von der Tanzstraße in Heißbüttel und Haldesdorfer Straße war Wandsbeck. Und das war so ein kleines, schreckliches Reihenhaus für zwei Familien. Da lebten wir wirklich von 1000 Mark im Monat zu viert. Und zu Weihnachten bekam ich keine Geschenke, sondern so grüne Stoffhosen von Otto Versand, weil mein Vater dort gearbeitet hat, die ich dann absichtlich zerriss, damit ich endlich meine Jeans bekomme. Wie hieß nochmal der Boxer, der den Job für deinen Vater besorgen hat? Bubi Scholz. Danke. Das stimmt wirklich. Warum Bubi Scholz? Weil Bubi Scholz und noch ein anderer Freund, privates Namen ich jetzt nicht sage, aus Berlin, die kannten irgendwie jemanden bei Otto Versand. Und mein Vater war, meine Eltern waren eben mit diesem Herrn aus Berlin, der wiederum mit Bubi Scholz befreundet war, in Prag manchmal bei uns. Okay. Und dein Vater hat dann als Übersetzer gearbeitet? Er hat schon vorher als Übersetzer gearbeitet in der Slowakei und hat übersetzt aus dem Tschechischen ins Russische. Literatur und Filmdrehbücher und vor allem auch Filmfestivals als Simultandolmetscher. Und dann musste er in Hamburg und in Deutschland, ohne Deutsch zu können, wieder bei Null anfangen, was irgendwie eigentlich verrückt ist, mit 40. Und hat dann praktisch jedes Wort erst mal im Wörterbuch nachschauen müssen. Deine Mutter hat, ich habe das hier stehen, ich wollte noch mich erkundigen, was man da genau macht, Wissenschaftsgeografin gearbeitet. Was ist denn das? Oder ist das falsch? Nein, weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht, also sie hat Geografie studiert in der Sowjetunion und sie hat als Geografin gearbeitet in der Slowakei. Da hat sie, wenn ich mich nicht irre, für die tschechischen Eisenbahnen, das ist geplant, neue Trassen. Ja. Und in Deutschland kam sie aber zusammen mit meinem Vater, das waren so zwei Geschwisterfirmen, zu einem Institut, privaten Institut, das Ostmarktforschung betrieb. Und noch später kam sie an die Universität, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin oder etwas mehr am Lehrstuhl war, eventuell das, was du gelesen hast für Wissenschaftsgeografie. Genau, weiß ich nicht. Okay, aber verstanden. Ganz spät ist sie ja dann auch noch Schriftstellerin geworden, mit deiner Vermittlung und Hilfe und Unterstützung auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine Schwester, die dann eigentlich eine Halbschwester, wie sich irgendwann später herausstellt. Nee, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist deine Schwester? Es ist meine Schwester. Gut, also es wird in allen Quellen immer mal erwähnt. Nein, ich will nur sagen, ich meine, außerdem habe ich noch so diese Staubfetzen irgendwie unter meinem Sofa. Ich damit sage, die Information ist ungefähr auf dem Niveau. Das ist meine Schwester. Und das hat einfach, als wir das erfahren haben, was eine private Geschichte ist, hat es niemanden wirklich interessiert. Schockierenderweise war es uns wurscht. Heute auch Schriftstellerin, auch Journalistin, schreibt auf Englisch, lebt mittlerweile in London, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. War auch zwischenzeitlich mal nach Israel gegangen. Und noch viel komplizierter. Zuerst Israel, viele Jahre, zehn Jahre, dann mit ihrem Mann nach Kanada, nach Ottawa, dann wieder zurück, dann Upstate New York und dann London. Okay. Ich habe noch gar nicht ihren Namen genannt. Elinela Lapin. Elinela Lapin. Du hast in Hamburg und dann in München neudeutsche Literaturgeschichte, Philosophie studiert und bei Frühwald 1983, guck mal, das war gar nicht viel später, einen Magister geschrieben über das Bild der Juden im Frühwerk Thomas Manns. Wir haben diese Arbeit nicht mehr nicht mehr finden können. Wieso, das hättest du mir nicht fragen müssen. Ja, das machen wir, das ist ja Berufsehre, das machen wir dann doch. Zum Beispiel, die ist zum Beispiel in Marbach im Literaturarchiv. Wo du ganz viele Kisten gepackt hast, habe ich irgendwo gelesen. In der Pandemie hättest du angefangen. Woher weißt du das denn? Weil du das irgendwo geschrieben hast, natürlich. In irgendeiner Kolumne schreibst du, was habt ihr so in der Pandemie gemacht, sinngemäß. Also ich habe nicht den großen Pandemie-Roman geschrieben, sondern Kisten für Marbach gepackt. Das war auch okay. Da dachte ich so, nee, so ein bisschen lässt das jetzt auch raushängen, dass er Kisten für Marbach gepackt hat. Aber Respekt, Respekt. Und da würde man die finden, ja? Die Arbeit. Ja, oder in der Bibliothek, Germanistenbibliothek in München. Ja gut, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ist online jedenfalls nicht verfügbar. Also wir reisen nicht rum, das ist dann schon, da ist das Budget dann schon vor. Aber zu Thomas Mann und diesem Ding kommen wir vielleicht noch. Und dann sehr interessant, für mich jedenfalls, auch du hast eine Journalistenschule besucht. Das war, als ich es das erste Mal hörte, tatsächlich für mich so minimal irritierend, weil ich das nicht mit deiner Person so in Verbindung gebracht habe. Ich bin ja auch mehrmals fast rausgeflogen. Ja, das wiederum kann ich mir gut vorstellen. Also das sind, also ich fange von hinten an. Also der damalige Direktor sagte zu mir, hat sehr bereut, dass sie mich nicht rausgeworfen haben. Münchner Journalistenschule. Ja. Die deutsche Journalistenschule. Ich muss übrigens sagen, dass ich diese Schule geliebt habe. Ich hatte Probleme mit den Studenten. Sie dich nicht so. Mit deinen Kommilitonen. Warum? Na, weil das alles Schafe waren. Schafe und Streber. Das war eigentlich die Avantgarde, sagen wir, des Journalismus von heute. Und mit den Dozenten, die habe ich zum Teil geliebt oder toll gefunden. Das war einfach fantastisch. Ponky, Filmkritik. Erst vor kurzem verstorbene, berühmte Film- und Fernsehkritikerin der Abendzeitungen. Genau. Ponky, Ponky kenne ich auch. Ich habe es gerade akustisch gehört. Und ich habe überlegt, an wen ich mich erinnere. Oder, wie hieß diese geniale Seite 3? Peter Sartorius. Kann sein, ja. Sartorius war, glaube ich, bei uns Udo Flade. Also, das war wirklich toll. Ich fand auch das ganze Prinzip toll. Ich habe es einfach nur geliebt. Und es gab eine Auseinandersetzung mal mit einem Redakteur des Bayerischen Rundfunks zwischen mir und dem. Was war das? Für eine Auseinandersetzung? Muss den Namen nicht nennen, wie hieß er. Nee, nee, den Namen nenne ich sicher nicht. Nur die kürzen. Den Namen nenne ich nicht, aber... Wie soll ich... Ich überlege gerade, ob ich das wirklich so erzähle. Außerdem steht das im gebrauchten Juden steht es drin. Dann kann man es doch aber erzählen. Dann kann man es auch erzählen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie. Ich will mir auch nicht widersprechen. Also, wir können ja sagen, aus deinem Gedächtnis... Du erzählst ja jetzt hier aus deinem Gedächtnis. Man kann ja mal im Gedächtnis googeln. Ja, das ist nicht... Es muss nicht alles factgecheckt sein, was wir hier sagen. Na gut, okay. Also, ich versuche es. Ja. Ja? Ausbildung Radionachricht. Wir kommen rein. Ich glaube, es ist in der Arnulfstraße. Ist das in der Arnulfstraße, der BR? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Ist das da beim Biergarten? Ja, irgendwie ja. Hauptbahnhof, oder? Also, das Wichtige ist beim Augustiner Biergarten, Leute. Die Straße ist... Aber das ist, glaube ich, schon. Und dann, guten Tag, guten Tag. Dann setzen wir uns da rein in das Studio. Er spielt uns erstmal eine Folge, einfach irgendwelche Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk vor. Und damals war das sehr, klang das alles sehr, sehr offizieus. Das war der Bayerische Rundfunk. Wenigstens manche der Programme. Und dann hat er das zu Ende. Der Gründer ist vorbei, drückte auf den Knopf, sagte, ja, ich freue mich jetzt über Ihre Reaktion. Was ist Ihnen so aufgefallen? Dann bin ich mir gemeldet und dann habe ich gesagt, das muss man... Also, es war aber wirklich ein... Es war ein relativ sicherer so ein CSUler, ja. Und... Wobei am Ende täusche ich mich. Aber er wirkte jedenfalls sehr... Die Erscheinung war konservativ. Und dann sage ich, ja, also ich finde, das klingt sehr wie Stimme der DDR. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es lustig gemeint habe oder wirklich. Also, so. Und dann dreht er sich von mir weg. Also, ignoriert es scheinbar. Fängt an, mit einem anderen Studenten irgendwas zu sprechen. Und mitten im Satz des anderen dreht er sich zu mir und brüllt mich an, ich soll zurückgehen nach Israel, wo ich herkomme. Und ich habe den Mann nie vorher gesehen. Wow. Und dann habe ich mich umgedreht und bin rausgegangen. Ernsthaft? Entschuldigung, darf ich kurz... Ich kenne die Geschichte nicht, obwohl ich ja alles gelesen habe. Wirklich? Ja, solche Geschichten erlebst du doch ständig, wenn du irgendwie... Oh, das ist eine bizarre Geschichte. ...so tolle Essays schreibst wie ich. Und dann bist du aus dem Raum rausgegangen? Ich bin rausgegangen und es ist keiner mitgekommen, natürlich. Die anderen... Ja, natürlich. Er ist geliebt von 1984. Nee, 1984. Ja, 1984. Und ich habe gesagt, ich werde nie wieder mit diesem Mann in einem Raum sein. Und hast du das mit der Schule damals besprochen? Nee, die wollten mich ja dann zwingen, dass ich mich bei ihm entschuldige. Dass du dich bei ihm entschuldigst? Ich habe gesagt, sicher nicht. Und er hat wiederum gedroht mit irgendwas, ich weiß nicht mit was, von Seiten... Keine Ahnung. Und es endete aber damit, dass er... Das sind aber jetzt so Sachen, die sind so ein bisschen in diesem Dunst der Erinnerung, aber alles in allem wird das stimmen. Also wie gesagt, mir war alles scheißegal. Mir war auch wurscht, ob das jetzt irgendwie, ob die mich rausschmeißen. Es ist einfach... Bei sowas gibt es bei mir dann kein Pardon. Und aus irgendeinem Grund, es waren irgendwelche Ferien, war ich in Hamburg und ich komme nach Hause von irgendwo und mein Vater sagt, ach, da hat dieser Dings von der Hm angerufen und so. Ich weiß gar nicht, warum der bei uns angerufen hat. Auf jeden Fall hat mein Vater ihn umgedreht. Am Ende hat er sich entschuldigt, glaube ich, aber vor allem gesagt, ich bin ein großer Volk des... Ich war Korrespondent in Israel, ich bin ein großer Freund des jüdischen Volkes und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe halt, offenbar gab es da noch mehr so Situationen, also nicht dieser Art, aber sonst scheint es mit mir irgendwie schwierig gewesen zu sein. Wir waren drei Leute, die irgendwie nicht einverstanden waren. Der Rest war sehr, wir saßen hinten natürlich. Wie man das macht dann, wenn man nicht einverstanden ist. Genau, und beide meine Verbündeten waren die Töchter von sehr großen, wichtigen Journalisten, interessanterweise. Denen das auch nicht so ganz dieses, eigentlich ganz harmlos gesagt, sehr verschulte gefiel. Und das andere, was mir eben auffiel, das kannte ich von der Uni so nicht, diese absolute Einförmigkeit des Denkens bei den anderen. Und stimmt die Geschichte, dass du eigentlich im Grunde genommen durch den Besuch der Journalistenschule beschlossen hast, dass du kein Journalist werden willst? Nee. Nee, das stimmt nicht. Aber er ist ja, also du bist ja dann erstmal journalistisch auch sehr aktiv gewesen. Ich muss dir Geld verdienen. Und also vielleicht ein großer Sprung, aber du hast relativ schnell für Tempo gearbeitet. Tempo ist heute nicht zu kriegen. Nicht so einfach. Also den Vormittag damit verbracht, bestimmte Sachen zu exhumieren. Aber das Tempoarchiv ist digital nicht so einfach zu bekommen. Also bestimmt in Staatsbibliotheken. Dafür hast du sehr viel geschrieben. Gott sei Dank sind deine Kolumnen als Buch erschienen. 100 Zeilen Hass. Du hast zweimal als Buch erschienen. Nee, nee, Moment. Nein. Nein. Alles falsch. Nee, nicht falsch. Aber also es ist so, dass, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber es ist schon vielleicht interessant, dass ein irgendwie ein junger, nerviger Typ wie ich, der aber sich sehr viel Mühe gibt bei der Arbeit, durch eine Zeit, also ich war übrigens, für die Journalistenschule mussten wir zwei Praktika machen. Zwei Hospitanzen. Ich verachte das Wort Praktikum. Hospitanzen. Und die erste Hospitanz war bei der FAZ im Lokalteil. Ach, okay. Ich glaube, der hieß Helmensdorfer. Das muss auch irgendeine Legende gewesen sein. Die waren in so einem Nebengebäude und da bin ich nach zwei Monaten wirklich rausgeflogen einfach während der Hospitanz. Warum? Weil ich zu einem Termin nicht gehen wollte. Da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Okay. Also im Lokalzeitungstil. Dann schmiss er mich raus. Okay. Fand ich ganz gut eigentlich. Dann hatte ich Zeit. Und dann war ich eben, was mir dann sehr, sehr, und das sage ich jetzt nicht, weil wir an dieser Stelle sind, was für mich eine sehr, sehr entscheidende Wendung war, war tatsächlich die Hospitanz bei der Zeit. Im Feuilleton der Zeit. Naja, zuerst haben sie mich natürlich gesteckt in das sogenannte moderne Leben. Ja. Und da habe ich mich ganz schnell rausgesteckt und habe gefragt, ob ich zu Herrn Radatz darf. Das Feuilleton. Fritz J. Radatz. Wir müssen an dieser Stelle einmal disclosen. Der damals der berühmte Feuilleton-Chef der Zeit. Fritz J. Radatz. Auf den werden wir noch Stunden zu sprechen kommen. Wir müssen aber einmal sagen, der Mann schreibt heute auch für die Zeit. Und immer mal wieder. Auch dazu kommen wir später. Aber wir sind uns sozusagen auch beruflich bekannt. Das passiert uns immer öfter leider in letzter Zeit in diesem Podcast. Nur, dass das alle wissen. Es gibt Geschäftsbeziehungen zwischen Binnen und Binnen. Naja, eigentlich nicht. Zwischen mir und der Zeit. Und nicht zwischen mir und euch beiden. Aber im Haus, da fließt gar kein Geld. Ja, aber diese Geschäftsbeziehung so gesehen besteht wirklich, also empfinde ich es, bei allem auch, wo ich über etwas andere Meinung bin oder sogar sauer bin. Für mich besteht diese Beziehung tatsächlich seit diesem, darum habe ich das gerade irgendwie kurz gesagt, seit dieser Hospitanz, die war eben, ich glaube, im Frühjahr 85. Ja. Und da habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt. Vor allem von Fritz Radatz und von den, glaube ich, damals großen Konferenzen auch. Aber auch von den kleinen Fötter-Konferenzen. Auch um zu sehen, wie jemand, der mir vorher sagt, der Radatz, der nervt mich, dem werde ich es heute richtig geben. Und dann schweigt wie ein Lamm während der Konferenz. Das waren auch so die ersten interessanten Erfahrungen. Die Schafe, von denen du vorhin schon auf der Journalisten Schule kam. Genau. Aber der Radatz wiederum, der mich fast, er hat mich nicht ignoriert, aber warum soll er sich auch für mich interessieren? Der aber, als ich ihm dann einfach einen Text gegeben habe, ihn gedruckt hat. Das ist ungewöhnlich für Hospitanten bei der Zeit. So. Wenn ich das mal sagen darf, bis heute. Nicht so einfach. Also, ich will nur sagen, wir haben, ich hatte einige Leute, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, aber nicht, weil sie mir geholfen haben, sondern weil sie sich mir nicht in den Weg gestellt haben. Was ja heute den jungen Leuten sehr viel passiert. Wenn wir jetzt erstmal über Journalismus reden, ich würde gerne auch dann später noch viel mehr über solche Fragen, was Literatur angeht, sprechen. So. Und das, weil es ging ja darum, wollte nach der Journalisten kein Journalist werden. Nein. Ich musste ja Geld verdienen, wie ich es vorhin sagte. Und ich machte sozusagen, ich ging so diesen Weg und da kommt der nächste Punkt, schrieb dann vor mich hin, zog wieder zurück nach München, weil das war so eine kleine Odyssee, bin so in München und kriege dann eben einen Anruf von Markus Peichel, der, sagen wir, der legendäre Gründer dieses Magazins Tempo ist, was er eigentlich weiterentwickelt hat aus dem, es gab es eigentlich in dem Magazin Wiener. Und der kam nach Deutschland und die Legende war, er hat 5 Millionen Mark von Herrn Ganske bekommen. 5 Millionen Mark von Herrn Ganske, das höre ich zum ersten Mal. Herr Ganske ist ein Hamburger Verleger. Der Verleger des Jahreszeitenverlags. Genau. Das war noch ein Verleger. Und der hat gesagt, so, mach das. Und plötzlich war ich irgendwie, also es passierte alles von selbst. Und dann traf ich mich mit dem Markus Peichel, sage ich, warum rufst du mich eigentlich an? Sagt er mir, jemand hat dich empfohlen. Sag ich, wer? Sagt er, Ben Witter. Ben Witter habe ich nie in meinem Leben, auch eine Legende bei der Zeit. Der berühmte Spaziergänger der Zeit, dessen berühmtestes Stück, der Spaziergang mit Axel Springer war, der in diesem Spaziergang über die Bild-Zeitung geschimpft hat und gesagt hat, ich leide unter der Bild-Zeitung wie ein Hund. Kann man mit dir eigentlich, gegen dich kann man aber nicht irgendwie, wer wird Millionär spielen oder so sagen. Nein, kann man nicht. Gustav weiß immer alles. Okay. Also auf jeden Fall, der war aber ein toller, er war ein fantastischer Autor. Der Ben Witter war, ist das in der Texte? Weiß ich nicht. Also der Ben Witter war ein fantastischer Autor, er war sozusagen eine graue Eminenz in der Zeit, ich weiß nicht, ob er mächtig war. Das waren noch alte Leute oder ältere Leute, die den Jungen irgendwie ein bisschen hier und dort eine Tür aufmachen wollten. Das fehlt mir heute so. Ich mache das immer noch, wo ich kann, wobei die meisten, die zu mir kommen, solche Streber sind, dass ich die einfach ghoste. Aber wenn ich sehe, dass jemand eben einen eigenen Kopf hat und kein Arsch kriecher, mache ich das wahnsinnig gerne. Das heißt, ich war plötzlich da und auf einmal war ich bei Tempo, das wurde gegründet, ich bekam sofort einen Autorenvertrag und nicht eine Pauschale und so weiter. So entwickelte sich das. Und parallel schrieb ich meine Geschichten. Man muss einmal kurz für die Nachgeborenen, müssen wir einmal kurz erklären, was eigentlich Tempo war. Aber man kriegt es auch nicht. Man kann schon Cover googeln. Aber entschuldige, du guckst doch nicht nach Tempo digital. Geht doch auf Ebay. Nein, ich hatte jetzt... Keine Zeit. Ich wollte eine bestimmte Geschichte nochmal lesen, die es als Echo in deinen Büchern gibt. Welche? Das Ernst Jünger Porträt. Das ist doch in mehreren Büchern. Aber nicht das Original. Doch. Nee, das ist in Abwandlung drin, nicht das Original. Nein, stimmt nicht. Wort für Wort ist es drin im Deutschbuch. Ich kann ja nur verlieren jetzt. Und in den Tempojahren. Quatsch, im Deutschbuch und in dem Reklamband, wenn ich es glaubt schreibe. Aber dann habe ich es gelesen. Ich dachte, das ist nicht, der Titel war ja anders. Ich habe ja die bibliografischen Angaben. Der Titel ist anders. Und der Text reflektiert, wie du damals dort warst. Nein, nein, das ist wirklich, das ist derselbe Text. Was du nicht gesehen hast, waren nur in Tempo, waren noch Fotos. Alter, ich bin schlecht vorbereitet. Ich wollte mir jedenfalls das Original heute noch besorgen. Du bist zu gut vorbereitet. Ich kenne mehrere Versionen, aber nicht das Original. Und ich bin mir fast sicher, dass ein anderer Titel und der Text kann so nicht gewesen sein. Ich würde wetten. So, und unabhängig davon. Du bist wie meine Tochter, die behauptet, die behauptet, was war das? Ich kann damit leben. Ah ja, das Ding, dass die Biberstraße, die ist in einem Smitter-Taxi. Die ist nicht in Rotenbaum. Also, ich gehe davon aus, dass du dein Werk im Griff hast. Ich stand davor und dachte, verdammt, das ist jetzt nur das Echo dieses Originalteils. Ich will diesen Text lesen. Habe ich versucht, Tempo zu kriegen. Geht nicht. Nicht digital. Und das ist natürlich wahnsinnig traurig, weil unheimlich interessanter Journalismus damals entstanden ist. Wie kam jetzt eigentlich drauf? Wir müssen einmal kurz für den Nachgeborenen erklären, was eigentlich Tempo überhaupt war. Ja gut, so kompliziert ist es nicht. Soll ich oder du? Fang du mal an. Ich will ganz kurz. Es kommt ein wirklich sehr, sehr junger Mann, 25, glaube ich, nach Deutschland, der schon ein paar Jahre Journalist war, noch jünger bei einer Zeitschrift, die Wiener hieß, in Wien. Und sagt irgendwie zu dem einen oder anderen, am Ende ist es dann der Ganske, ich möchte diese Zeitschrift hier machen. Diese Zeitschrift war nichts anderes als eine monatliche Illustrierte, eher für ein jüngeres Publikum, ohne erst mal die damals in linken Kreisen verbreitete Verachtung von Schönheit, Mode, Sexualität etc. Also Porno war konkret, aber danach war es vorbei damit. Oder irgendwie Frauen von hinten auf dem Fahrrad im Sterncover. Gleichzeitig hardcore politische Geschichten, keine Angst vor niemandem, schon gar nicht vor dem Mainstream, vor dem Establishment, das sozusagen ein paar Blocks weitersaß oder ein paar Kilometer weitersaß in Hamburg. Dann großes Talent des Gründers, der aber dann, jetzt langweilig war rum, nach anderthalb Jahren, zwei Jahren gehen musste. Die Tradition blieb Sinn für Autoren, die ihre eigene Sprache haben und ihren eigenen Blick auf die Welt. Also wenn wir den Spiegel von damals nehmen, damit ich nicht ständig irgendwie die heutige Zeit beleidige. Der Spiegel von damals, die haben ja auch noch nicht mal eigene, die Texte hatten ja keine Unterschriften. Ich glaube nur die Augstein-Kolumnen. Die wurden nicht mit Namen gezeichnet. Man wusste nicht, wer die Artikel geschrieben hatte. Und man hatte immer das Gefühl, das ist eigentlich immer wie so eine Endlosschleife aus denselben Sätzen und so, obwohl es irgendwie vielleicht mal scharf war und so. Dann kam es langsam mit der Zeit Autorentexte, aber nur sehr selten. Tempo war das Gegenteil davon. Hier sprach jeder anders mit seiner eigenen Stimme und hier wurde vor allem nicht behauptet, wir gießen die Welt in eine Form, wie wir sie sehen, so dass ihr es auch genauso übernehmt. Sondern hier hat jeder einen eigenen Blick auf diese Welt, auch politisch. Die Zeitschrift war, das ist witzig, auf eine altmodische Art, sehr, sehr links sogar. Aber wir diktieren nichts. Wir brechen Tabus. Dazu wahnsinnig modernes, tolles, fantastisches Layout. Tolle Fotos, sehr besondere, moderne Fotos, vergleichbar mit dem, was vielleicht damals in so einer sehr berühmten Zeitschrift war, wie Face in England oder vielleicht davor in Interview in Amerika. Also wenn ich zusammenfahre, ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt nicht präzise genug, am Ende war es einfach nur eine illustrierte für junge Leute, in der auch zum Beispiel so eine Nervensäge wie ich schreiben konnte, was ich wollte, ohne dass irgendjemand jemals gesagt hätte, geht das aber. Ja. Und ich kann nur sozusagen als kleines PS hinten dranhängen, dass ein 14-, 15-jähriger Junge im hessischen Langöns in der Provinz plötzlich dadurch, dass es ein Mitschüler eines Tages in der Schulpause ein Magazin dabei hatte, mit einer schwarz-weiß fotografierten Brigitte Nielsen. Die habe ich geschrieben, die Geschichte. Das war meine einzige Geschichte, die ich gehasst habe, weil ich diese 4.500 Mark im Monat bekommen habe und eigentlich immer nur eine Kolumne im Monat dafür schrieb. Da haben sie mich einmal überredet und dann schrieb ich diesen Dreck über Brigitte Nielsen. Entschuldigung. Und ich weiß noch, natürlich hatte mein Mitschüler Jens, liebe Grüße, das Magazin nur gekauft, weil er die halbnackte Brigitte Nielsen auf dem Cover war. Von Herb Ritz aber fotografiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe dann dieses Magazin genommen und fing an, da plötzlich rumzulesen und dachte, das ist ja unglaublich, was da geschrieben wird. Weil man muss es wirklich für die Nachgeborenen erklären, das gab es eben damals in den deutschen Magazinen und Zeitschriften nicht. Was war das Internet? 1987. Gab es nicht. Gab es noch nicht. Gab es nicht. Da gab es gar nicht. Unter anderem eben auch die Kolumne von einem gewissen Maxim Biller, 100 Zeilen Hass. Aber es gab eben, und das müssen wir vielleicht auch noch sagen, viele andere, heute berühmte Autoren und Journalisten, aber auch Autoren. Ganz viele. Peter Glaser zum Beispiel, der ganz früh über das Internet geschrieben hat in Tempo. Christian Kracht. Christian. Moritz von Usla. Aber Moritz kam ja auch bereits hin, als eigentlich Fan von Tempo. Ja. Also die Zeitschrift zog ja dann auch wieder Leute an oder machte Leute offenbar wie dich zu Journalisten und ich habe ganz, ganz oft 20 Jahre später Leute getroffen, egal ob Männer oder Frauen, die genau die gleiche Geschichte erzählen wie du. Also wir waren offenbar, gerade Leuten in kleineren Städten, wir waren die einzige, sagen, Möglichkeit, für die sich ein bisschen frei zu fühlen. Und das ist ja das, was heute nicht existiert. Ich bin ja nicht derjenige, der heute ein Tempo gründen könnte. Ich bin ja sowieso jetzt kein Verleger oder kein Blattmacher oder kein Chefredakteur. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass heute genauso ganz, ganz viele Leute, die dem momentanen bürgerlichen Mainstream auch einfach, die ersticken daran, so wie du damals in deiner hessischen Kleinstadt an dem, was dort war, ersticken. Aber das war tatsächlich, das war, das war Befreiung für ganz, ganz viele. Also die 100, Zeilen hast, gibt es, du hast gesagt zweimal, also es gibt es als Buch. Achso, das wollte ich sagen, verzeihend, deshalb wollte ich korrekt sagen. Zwei Bücher. Es gibt ein Buch, das ist die Tempojahre und das erschien 1991. Ja, dass es leider auch nicht digital gibt, sondern nur, ich glaube sogar nur noch antiquarisch. Da sind aber viele Kolumnen auch drin. Das sind die Tempojahre. Einige, aber das ist jetzt übrigens berührt ein Daumen. Da ist der Jünger auch drin. Nee, der ist im Deutschbuch drin. Das war das zweite Buch mit journalistischen Texten. Ich würde das mit dem Internet ein bisschen reduzieren. Ja. Und wieder mehr so altmodisch so in Bibliotheken gehen. Ja. Ja, 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 ja. Aber es ist trotzdem schade, dass man bestimmte Dinge digital nicht kriegt. Aber das ist ja auch, ich möchte ja auch mal sozusagen darin suchen oder so. Aber, aber, aber da, also, Gott, das finde ich, wenn ich jetzt nicht in den Nerven, aber da gucke ich mir doch, da suche ich mir doch das Buch und bestellt das Buch. Ja, 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 natürlich. Ja, 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 ja. Das gibt es doch. Die Tempojahre gibt es, ich meine nur noch. Aber wann gibt es Digitalbücher? Alte. Bei Google Books? Alte Digitalbücher? Nein, alte Bücher digital. Die jetzt digital, die im Nachhinein digital. Achso, nur wenn die wieder aufgelegt werden. Achso. Nee, auch in damals, also jetzt historisch. Dann habe ich dich falsch verstanden. Nein, nein, nein. So, Jochen, weiter. Entschuldigung. Kann man das schneiden? Es bleibt alles drin. Es bleibt alles drin, es, ja, nee. Es gibt eine, ach, also wenn wir schon bei Kolumnen sind, ich bin gleich fertig, Christoph, aber eine Sache, es gibt seit, oder es gab 18 Jahre lang eine Kolumne Moralische Geschichten in der FAS. In der Sonntagsausgabe der Frankfurter Sonntagszeitung. Und jetzt Privatnotiz, das gehört mit zum Besten, was der Mann je publiziert hat, das darf man ihm nur nicht sagen, dann ist er bestimmt, findet er das nicht so gut, aber das. Da sitzt der hier, er kann ja was dazu sagen. Ja, hört jetzt nicht zu. Die sind unfassbar gut. Du liegst die meiste Zeit am, ich habe gestern mich gekugelt. Aber das freut mich sehr. Es ist ganz toll und es sind ganz kurze Texte, es ist wahnsinnig toll. Ich mache, ich mache es dir noch komplizierter. Bitte. Mein bester Freund, der eigentlich, sagen wir, die eine Figur ist in dem Roman Biografie, von dem du nur 300 Seiten geschafft hast, sagt, der, weißt du, der heißt dort Noah Folani. Der hat eigentlich einen anderen Namen. Ja. Ach so. Und der wiederum, der mir auch finanziell auch geholfen hat, überhaupt Biografie zu Ende zu schreiben, weil er ja diesem Reich nichts nutzt aus dem Roman Biografie sehr ähnlich sagt, du hast nur zwei Sachen gemacht, die wirklich gut sind, sagte er. Die moralischen Geschichten und Biografie. Sorry. Jetzt wird es komplex. Ja. Aber das schließt sich eigentlich aus, dieses Urteil. Es ist schade mit den moralischen Geschichten. Die sind toll. Also ich habe die wahnsinnig gern gemacht. Das ist eine satirische Kolumne, die eigentlich, sozusagen, funktioniert als kurze literarische, sozusagen, Satiren. Ich, ein bisschen in der Tradition von Art Buchwald vielleicht, von, wer hat noch sowas gemacht? Nee, eigentlich nur der, ich habe halt eigene, sagen, eigene Person mehr erfunden und habe sehr oft, das erkläre ich jetzt, den Leuten, die zu uns hören, ich habe sehr, sehr oft aktuelle Ereignisse genommen und dann die mit meinen Figuren, sagen, belebt. Also ich wäre zum Beispiel, also mir haben so die Finger jetzt gezuckt mit dieser Anne-Frank-Geschichte. Ja. Ach, wäre das toll gewesen, jetzt darüber, sagen, eine Satire zu schreiben, das angeblich irgendwie ein Jude Anne-Frank verraten hat. Was jetzt gerade berichtet worden ist. Das ist ja so ein klassischer Stoff, gewesen zum Beispiel. Und das ist leider voll. Und wir haben schon, wir haben schon vor dreieinhalb Minuten einmal kurz Claudius Seidel erwähnt, den du kurz angesprochen hast, ein Wegbegleiter von dir. Na, freund auch. Und guter Freund von mir, deswegen zu vollen Transparenz. Der war eben der langjährige Ressortleiter in Töto, der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Dem habe ich die Kolumne zu verdanken, weil ich ein paar solcher Geschichten geschrieben hatte mit Anfang 20 in München, die lagen immer rum. Irgendwie habe ich sie ihm gezeigt und als er da der VHS anfing, sagt er, mach doch daraus jetzt hier eine Kolumne. Kann doch, lass uns mal überlegen, zum Beispiel, wollen wir sagen, moralische Geschichten heißen. Und so fing das an. Und da hat er mich auch, auch in guter alter Tradition, er hat mich machen lassen. Und das fing eher so ein bisschen immer abstrakt an und wurde dann immer, immer politischer. Jochen, diese Geschichten sind, Leute, gibt es auch als Buch? Kauft euch das Buch. Noch nicht. Was? Jochen? Ich habe das als Buch. Jochen, was ist das? Die moralischen Geschichten? Ja, ja, nee, ich sage dir, was es ist. Du hast die moralischen Geschichten. Doch, hast du, hast du. Nach drei, vier Jahren gab es das erste Buch. Ich schwöre, ich habe es als Buch. Ja, ja, das gab es drei, vier Jahre. Nach drei, vier Jahren schon, die erste Ausgabe. Und es warten weitere 300 darauf, dass wir daraus ein nächstes Buch machen. Okay, also dann stimmt beides. Stimmt beides. Ja. Ich habe gestern in einem Buch nochmal gelesen. Wir haben ja das, ich habe auch den gesamten veröffentlichten Bilder hier auf der Festplatte, aber, also das ist alles, was in Medienarchiven ist, aber ich habe es als Buch gelesen. Ja, kommen wir vielleicht später. Es gibt Leute, die übrigens sagen in den Gesprächen, die ich über dich geführt habe, ihr müsst ihnen unbedingt was vorlesen lassen. Das, vielleicht können wir später eine von diesen Geschichten, weil du so toll vorliest. Es kommen einem die Tränen, sagt jemand, Zitat Ende. wenn er etwas von sich vorliest. Da bin ich sehr gerührt, aber da müssen wir was Literarisches geben. Ja, wir gucken gleich mal. Heute über den Linden ist eine weitere Kolumne. Es gab auch davor mal eine Kolumne in der Zeit, die wurde dann nicht fortgeführt. Da gab es Ärger, dann wegen eines Textes über Joschka Fischer. Da komme ich vielleicht sehr detailliert. Aber weißt du was, sei mir nicht böse, ich bin Gast, aber ich möchte trotzdem, wir reden die ganze Zeit, also du erzählst die ganze Zeit, von Dingen, die alle journalistisch sind, das parallel, aber auch literarische Dinge waren, hast du noch gar nicht erwähnt. Kommt jetzt aber schnell, hoffentlich. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Aber wir müssen einmal kurz, weil vielleicht kommt ja nachher nämlich nicht mehr drauf, nur damit wir das auch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt haben. Du hast eine Kolumne für das Zeitmagazin geschrieben, vor vielen Jahren, also war damals nicht beim Zeitmagazin, deswegen kann ich das auch nur aus der Nacherzählung berichten. Und dann hast du eine Kolumne geschrieben, eine Kolumne innerhalb dieser Reihe, über Joschka Fischer. Und die ist nie, in der Zeit zumindest, nie erschienen, weil sie verhindert worden ist, richtig? Was ist da damals passiert? Das war der Übergang vom Zeitmagazin. Ich hatte im Zeitmagazin mit drei anderen Schriftstellern, Sibylle Berg, Katja Lange-Müller, wer war die Dritte? Fällt mir jetzt nicht ein. Kolumne. Und dann wurde das damalige Zeitmagazin beendet und es sollte kommen, das Leben, glaube ich. Und alle haben dafür gekämpft, dass die Kolumne im Leben weiterläuft. Das wurde dann auch so gesagt. Dann schrieb ich meine erste, ich war dann dran, als erstes war ich abwechselnd, dieses junges Deutschland. Und war für mich nur die Fortsetzung von diesen 100 Zeilen-Hass eigentlich. Und dann schrieb ich halt eben die erste Kolumne über Joschka Fischer. Das ist jetzt echt in meiner Erinnerung, da will ich sehr vorsichtig sein, aber es ging, ging es um, es ging um den Jugoslawien-Krieg. Ich habe es gestern gelesen. Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ich glaube, der Kernpunkt ist, du wirst ihm vor, dass er so unterschiedliche Personen und Haltungen eingenommen hat. Und es war eben am Rande dieses Krieges sozusagen erzählt von damals, wie oft Fischer seinen Standpunkt gewechselt hat. Und irgendwie hast du ihn natürlich beleidigt. Nein, nein, ich habe nicht überlegt. Ach so. Ich habe gesagt, dass er, nein, nein, Moment, aber Entschuldigung, nee, nee, er hat einfach, ich weiß nicht, was es war, er hat vor dem Krieg gesagt, als grüner Waffen oder was auch immer, no way. Und dann als er als Minister war, war er dafür. Und dann habe ich gesagt, wer einmal das sagt und dann zwei oder drei Jahre oder acht Jahre später das sagt, ist ein Lügner. Ich habe das Wort Lügner benutzt. Ich habe ihn nicht beleidigt. Ach so. Und daraufhin hieß es, die Kolumne kann nicht erscheinen. Und daraufhin habe ich gesagt, solange die nicht erscheint, mache ich nicht weiter. Und die großartigen Kollegen von mir, heute auch undenkbar, haben gesagt, wir sind Maxims Meinung, entweder seine Kolumne wird gedruckt oder wir machen auch nicht weiter. Also wer gibt heute eine Zeitkolumne auf, einfach nur aus prinzipiellen Erwägungen, wenn es aber nicht um irgendwelche, sagen wir modernen, postlinken Positionen geht. Das war ganz fantastisch und war nicht das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung hatte. Ich hatte eine andere Erfahrung, nach vier, fünf Jahren Tempo kam ein damals sehr berühmter Journalist, Bissinger, zu mir, der die Woche gründete, Konkurrenz von der Zeit. und sagte, oh Gott, das war so witzig. Wir haben uns in München in vier Jahreszeiten getroffen und es ging darum, ich gebe Ihnen mehr Geld und Sie schreiben genauso wie vorher. Und ich bin dann rausgegangen und eigentlich hatte ich irgendwie ein Date und hatte es statt des Dates Dings. Wenn man sich hinten im Rücken nicht mehr bewegen kann. Ein Hexenschuss. Ja, das war so krass. Warum habe ich einen Hexenschuss? Das hätte mir eine Warnung sein sollen. Und dann habe ich mich bei Tempo verabschiedet, wo inzwischen Michael Jörgs, wiederum ehemaliger Stern-Chefredakteur war, sehr lieb, wahrscheinlich mein tollster Chef, den ich jemals hatte. Und dann habe ich eine Abschiedskolumne geschrieben, Tempo, schreibe meine erste Kolumne für die Woche, höre drei Tage nichts und dann höre ich vom damaligen wiederum Földungschef, können wir nicht drucken, aber Sie müssen noch Ihre Sprache finden. Dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, war plötzlich ohne Arbeit, plötzlich waren 5000 Euro im Monat weg. Mark. Dann habe ich Herrn Jörgs angerufen, habe gesagt, Herr Jörgs, was soll ich machen? Und sagte, Sie machen hier einfach weiter und ich bin froh, dass dieser scheiß Titel 100 Zeilen hast endlich weg ist. Und dann schrieb ich weiter, dieselbe Kolumne als meine Kolumne. Dann hieß sie nur noch Billa, glaube ich. Also das ist nicht so leicht, so wenn man so und so. Und ist diese Kolumne, die du für die Woche geschrieben hattest, ist die dann erschienen? Nee, die habe ich blöderweise vergessen für diesen Sammelband. Das wollte ich fragen. Habe ich vergessen. Also die gibt es in der Internet, es gibt die als Faximile in der Taz. Nein, das ist eine andere. Diese, nein, aber die darf vor als andere. Die in der Taz ist wieder was. Wird das nicht so langweilig? Nein, Nein, das ist im Grunde das Leben. Wir dokumentieren das. Ich dachte, ihr redet jetzt wieder über die erste. Ich schrieb eine Kolumne über rechte Umtriebe bei Fokus nach ein, zwei Jahren. Da gab es so zwei, drei Redakteure. Nee, das schrieb ich, nee, Tempo. Ich bin wieder bei Tempo. Ich war nie bei der Woche. Ja, weiter. Ja. Und dann hat mich aber Tempo gebeten und manchmal weiß ich, dass man dann auch irgendwie weich sein muss. Wir können das gerade nicht drucken, weil wir haben irgendwelche Verhandlungen mit Borda, dass die irgendwas und so. Okay, wir zahlen dir das und schreib noch eine zweite und die zahlen wir auch. Das war völlig in Ordnung. Das war menschlich, offen, direkt und so. Und dann hat die Taz eben diese Kolumne gedruckt, darüber, mit sehr, sehr vielen Zitaten, darüber, wie in Fokus komischerweise sehr seltsame rechte Positionen immer wieder vertreten werden. Die ausgefallene Zeitkolumne über Fischer gab es auch in der Taz. Entschuldigung, ich wollte das nur noch nachtragen. Gab sie in der Taz? Ja. Wusstest du gar nicht? Siehst du mal, gut, dass du mich hast. Also, wie geht es auch in der Taz zu lesen? Witzigerweise als Faximile gibt es sie auf taz.de. Also nicht als, sondern so Screenshot sozusagen, Format. Und ich war so erstaunt, als ich Joschka Fischer Jahre später bei einer Veranstaltung, da war ich schon lange nicht mehr Minister, der American Academy gesehen habe. Und der wusste das? Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Wir sahen uns nicht. Nee, und ich war, es war so einer der Momente, die man gar nicht so oft hat, wo die öffentliche, wo das Medienbild ganz anders ist als der Mensch selbst dann. Und dann habe ich gesehen, was für ein einfacher Mann. Einfach inwiefern? In der Argumentation, im Denken. Ich fand ihn nicht brillant, ich fand ihn nicht besonders klug. Ich war sehr erstaunt. Aber, achso, du hättest ihm vorher mehr zu... Ich habe ihn schon vorher für einen Talentierten, wahrscheinlich ist genau das das. Ich habe schon gedacht, dass er ein hochintelligenter, talentierter Politiker ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, kann es sein, dass die hochtalentierten, intelligenten Politiker in Wahrheit eher ein bisschen einfach sein müssen. So war das. Wir werden nie wieder überschauen, das muss ich reden in diesem Podcast, weil wir reden jetzt nur noch über Literatur. 1990 hast du deinen ersten Erzählband veröffentlicht. Richtig? Ja. Erster Roman, zehn Jahre später erinnert du nicht, das hier richtig. Nee. Dazu kann man was sagen. Nein, entschuldige, es gab danach noch einen zweiten Band mit Erzählungen und dann kam der Roman. Ja, ja, schon klar. Der erste Roman war... Ja, genau. Aber die Geschichte dieses ersten Erzählbandes ist wirklich sehr aufregend für mich gewesen. Auch wieder eins dieser Wunder, die man, wenn man jung ist und sich anstrengt, glaube ich, früher oder später, oder wie sagt man beim Fußball, das Glück des Tüchting? Aha. Das war ein Buch mit Erzählungen. Geschrieben ein bisschen anders, als irgendwie damals so ein klassischer Surkamp-Autor vielleicht geschrieben hat. Also man verstand, worum es ging. Es war wahrscheinlich ein bisschen temperamentvoller als so Kaffee trinken bei einer deutschen Familie Sonntagnachmittag. Und es ging sehr viel, es waren sehr viele jüdische Personen, die aber keine Heiligen waren und viel aber auch durchgemacht hatten nach dem Krieg. Aber es war halt so, wie wenn Philip Ross halt über seine Leute schreibt. Keine Pressearbeit, nichts. Das Buch erscheint und kurz danach, ich weiß noch, wo ich saß, in welchem Restaurant, kommt der Typ mit der Süddeutschen, weil das wird ja in München, wird die ja, glaube ich, bis heute noch von Straßenverkäufer und Abend vorher verkauft. Da ist die Literaturbeilage drin. Dann ist da auf der ersten Seite der Literaturbeilage ist mein Gesicht so groß wie in Realität und dazu eine Hymne von Peter von Becker, dem sehr, sehr bekannten Theaterkritiker, vor allem damals bei der Süddeutschen, dann jetzt jahrelang schon beim Tagesspiegel, glaube ich. Ja, war lange der Feuilleton-Chef beim Tagesspiegel später. So, und dann ging es nur um Literatur. Und dann ging es einfach darum, dass einfach, das war eine Hymne. Ich will jetzt nicht, weil wenn ich das aufzähle, dann klingt es eitel. Insofern ist es gut, dass du das erwähnst, weil du bist ja auch oft sehr böseartig oder hart verrissen worden. Deswegen kann man über die Elogen auch sprechen. Okay, also und dann verglich ich ja mich, Tempo hat danach im nächsten Heft abgedruckt, mit wem ich alles dort verglichen worden bin. Mit Heinrich Böll, mit Hannah Arendt, mit Woody Allen, mit, ich glaube, Josef Roth. Also es waren eigentlich acht oder zehn Schriftsteller. Das war krass. Ich habe auch manchmal später gedacht, dass Peter von Becker so dafür irgendwie, so viele böse Worte dafür bekommen hat vom Milieu, dass er das dann so ein bisschen fast innerlich zurückgenommen hat. Ich glaube, er hat es nicht bereut, aber da hat er sich zu weit vorausgewagt, weil jemand wie ich, der einfach im Prinzip mit dem Temperament der Weimarer Republik von heute erzählt, wir wollten Hitler nicht, aber er hat ja auch viele Dinge erreicht, die wir uns eigentlich auch gewünscht haben. Jetzt ist irgendwie diese Jugend, das ist jetzt schlussendlich, mit diesem jüdischen Asphaltliteratentum und so. Aber erzähl noch mal von diesem Moment, als du dann in die Abendausgabe, also bevor sie... In Fiorentina. Okay. Kennst du noch das Fiorentina? Ja, also vom Namen her. Ja, da gab es italienische Gerichte, die, glaube ich, alle ausgedacht waren. Und dann sitzt du da und liest diesen Text, diese Rezension. Was ging dir da durch den Kopf? Nee, nee. Das ist übrigens echt eine Markus-Lanz-Frage. Was ging ihm dann durch den Kopf? Was weiß denn echt, was mir durch den Kopf ging? Versuch dich zu erinnern. Jetzt hat er uns schwer beleidigt. Nee, 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 nee. Nee, ich bewundere Markus-Lanz. Nein, das ist keine Beleidigung. Ja, ich finde Markus-Lanz fantastisch. Aber er sollte nur über Politik und nicht mehr über Corona-Sendungen machen. Ja. Findest du das auch? Du äußerst dich? Nee, nee. Das waren keine Glanzlichter. Nee, nicht das Glanzlichter, aber es ist jetzt genug. Und so, also so. Aber Politik, grandios. Gerade wie er irgendwie nur durch ein paar Sätze uns gezeigt hat, wer eigentlich in Wahrheit die neue Umweltministerin ist. Also was ging dir durch den Kopf? Mir ging nichts. Ich weiß noch, dass ich diese Zeitung irgendwie gekauft habe. Ich habe es gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Ich habe mich gefreut. Ich weiß noch, wie ich sie irgendwo hinschob. Und das war es dann. Weil ich hatte ja auch nie geplant, Schriftsteller zu werden. Ich habe ja eigentlich aus, ich habe ja ab und zu was geschrieben. Einfach so, so wie ich aber auch Gitarre oder Klavier gespielt habe, ein Stück aufgenommen habe, Fotos gemacht habe. Ich habe das alles, ich hatte keine Pläne. und hatte ab und zu eine Erzählung geschrieben. Habe sogar, so naiv war ich, ein Semester lang nicht Uni gemacht, sondern einen Roman geschrieben. Den habe ich sogar bis zum Schluss geschrieben. Aber der ist dann zum Glück, der ist fast erschienen. Du bist heute, glaube ich, froh, dass er nie erschienen ist. Genau. Ja, ich schon. Hast du zumindest davon gesprochen. Genau. Und dann schreibe ich ab und zu eine Geschichte und dann bin ich also dieser Journalist, so wie du jetzt auch mich siehst zurecht ja teilweise. Dann meldet sich bei mir auch jemand, dem ich sehr, weitere Menschen, dem ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, obwohl er später irgendwie sich von mir wegentwickelt hat. Das ist Hubert Winkels. Hubert Winkels ist ein sehr bekannter Literaturkritiker, der war auch beim Deutschlandfunk lange und wir waren lange Zeit, waren wir sehr tolle Kollegen. Ich habe auch, egal, haben zusammengearbeitet und so und sagt, es gibt da so ein Literaturfestival in München, das heißt sage und schreibe, da kannst du was lesen und so kannst du ja irgend so was von deinen Texten schreiben und die haben halt gedacht, ich schreibe ihnen journalistischen Text und stattdessen habe ich, warum auch immer, eine Erzählung geschrieben, die habe ich da gelesen, verrückterweise handelte die Erzählung von meiner Mutter und ich, meine Mutter wusste aber nicht, dass sie drin vorkommt und ich wusste aber nicht, dass sie zu diesem Literaturfestival kommt. Sie hat dich überrascht und du sitzt oben auf der Bühne und siehst plötzlich deine Mutter unten. Ja, und die Mutter ist auch ganz schön melancholisch in der Erzählung, also die kam nicht wirklich nur, es war keine, wie soll ich sagen, es war ein Denkmal mit Brüchen. Wie hat sie dann darauf reagiert? Ja, wir sind eine sehr literarische Familie, ich hätte sie da auch irgendwie zur Ehebrecherin machen können und sie wäre trotzdem für sie okay gewesen. Nein, das war natürlich sehr, sehr, sehr schön für sie, klar. Danach war irgendwo eine Party, da war sie mit und so, das war einfach nur ganz toll. Ehrlich gesagt fand ich es schon damals ein bisschen kitschig. Den Text? Nein, diese Situation. Die Situation? Die Situation. Nein, nein, der Text ist... Rezensierst du dein Leben gelegentlich? Kitschige Situation? Ich habe einfach so eine Antenne dafür. Also ich glaube auch nicht, dass ich mich kontrolliere. Und ist das, weil du sagst, das war so eine kitschige Situation, ist es schlimm? Was denn? Das ist kitschig. Nein, nichts ist schlimm. Das meine ich nicht. Ich habe ja zum Beispiel Pantoffeln mitgebracht heute, so Haus-Hotelschuhe. Hast du die hier? Ja, die sind noch in der Tasche, weil ich habe, weil wenn es hier länger wird, ziehe ich mir die an. Können wir mal sehen. Jederzeit kannst du die... Das ist ein ganz normaler Hotel, aber du kannst sie auch jetzt, wenn du magst. Weißen. Wenn du magst, kannst du die auch jetzt anziehen. Katharina Barley saß hier, also nicht hier, sondern dort in Socken. Ja, Socken ist halt die leichtere Variante. Ich würde sagen, ist mir halt egal. Also jetzt habe ich mir schon als Kind immer gesagt, was soll passieren? Soll irgendwie daraufhin das Haus einstürzen, wenn ich mir jetzt Pantoffeln anziehe? Aber die Weißen das schon kurz vor einem Sturz. Ich kann nur sagen, ich sage dir, wo ich mich schlecht fühle. Also wenn ich etwas gemacht habe und jetzt nicht als Journalist, nicht als Schriftsteller, als Mensch, wo ich wirklich jemandem anderen irgendwie weh getan habe oder Unrecht angetan habe, das will ich ganz, ganz schnell in Ordnung bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so etwas öffentlich sagen, ich meine es wirklich so. Die sagen auch noch, ich meine es wirklich so, aber ich meine es wirklich so. Moment, aber das betrifft nicht die Leute, die du in deinen Kolumnen oder Texten beleidigt hast. Ich habe niemanden beleidigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ach so. Ich arbeite immer mit Argumenten und verstärke die durch Polemik. Ich bin nicht Wieglaff Droste. Ich bin nicht, gibt es noch, das ist das beste Beispiel. Also es gibt ja im Journalisten, im deutschen Journalismus gibt es ja Beschimpfungen. Ich bin nicht Thomas Bernhardt. Ich verachte Thomas Bernhardt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man Thomas Bernhardt gut finden kann. Was verachtest du an Thomas Bernhardt? Dass er einfach nur schimpft. Darin sehe ich nichts. Also jetzt bei den journalistischen Texten, zurück zum Journalismus. Du kannst sehen, ich begründe, eigentlich sehe ich jemanden kritisch und begründe dann erstens und belege dann, warum ich ihn kritisch sehe und mache es halt aber eben nicht so, als wäre es irgendwie für eine evangelische Wochenzeitung, sondern als wäre es eben irgendwie für eine Zeitung, die hoffentlich von vielen Leuten gelesen wird. Also diese Vorsicht immer, die wir haben, hat was damit zu tun, dass vermutlich viele Leute gar nicht wissen, wie man überhaupt mit einem Argument erst mal jemanden auf die Pelle rückt. Ich habe nur sozusagen eine Hintergrundfrage nochmal zum Erklären, weil wie zum Beispiel Texte, wie eben die 100 Zeilen Hasskolumne, aber eben auch andere Texte zustande gekommen sind, denn ich glaube, du liest ja sehr viel. Also wie gehst du eigentlich dann vor? Sagen wir mal, du nimmst dir jetzt eine Figur vor. Ich bin ein Journalist. Na gut, aber diese Art von Texten, okay, ich werde euch noch dazu bringen, mit mir stundenlang über Literatur zu reden. Bitte, ja, bitte. Aber wir reden erst mal über das. Also, erst mal den unwichtigen Teil. Der kurze polemische Text, die 100 Zeilen Hass. Diese Form habe ich praktiziert bis, glaube ich, 98. Seitdem eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen nie wieder. Da habe ich dann bei den genialen Dokumentaren von Tempo Tina Hohl und Andreas Banaski. Kit P. Der leider jetzt, glaube ich, gestorben ist. Gestorben ist, glaube ich, letztes Jahr. Auch der Peichler hat damals daran gedacht, eine Dokumentation zu haben. Dann habe ich die angerufen, Ende beiden, der gerade Dienststation, und habe gesagt, ich möchte irgendwie etwas schreiben über Wolf Biermann. Mir gefällt das gar nicht. Meine Hauptkritik an ihm ist, dass er erst dann gesagt hat, es kam kein Kommunist mehr, als es keine DDR mehr gab. Könnt ihr mir dazu Sachen raussuchen? Und damals wurde eben nicht bloß digital. Das war das Geniale. Damals gab es viel mehr Material. Damit endete ja die Welt nicht irgendwie, sagen wir, am Anfang des digitalen Zeitalters. Und dann habe ich sogar gesagt, aber bitte nicht mehr als 100 Blatt. Oder nur 50. Ja, weil das ist ja so. Blatt war die Einheit, in der man damals Textlängen maß, liebe Kinder. Das ist ja auch ein Bildungspodcast. eine Dynavierseite mit, ich glaube, wie viel, wie lang ist eine Zeile? Nee, das kam drauf an. Da weißt du, das war eine facsimilierte Texte oft. Das konnte man gar nicht so sagen. Manchmal war das irgendwie, das aus dem Spiegel sah wiederum anders als aus der Süddeutschen oder so. Ja. Aber alles sind, es war eine grobe Maßeinheit. 30 Blatt. Ja, nee, es gibt ja Manuskriptblatt, die sind wiederum 60, 30 mal 60 Zeilen. Das benutze ich ja bis heute für Literatur. Und dann bekam ich halt diese 100 Blatt. Und manchmal waren sie 150. Oh Gott. Und da ich halt irgendwie zwanghaft und Jungfrau bin, habe ich die wirklich und abergläubisch, habe ich die wirklich bis zum Schluss gelesen. Und wie bei einer Hauptseminararbeit habe ich alles angestrichen. Dann habe ich das und mir Gedanken aufgeschrieben, die ich dazu hatte. Dann habe ich das nochmal rausgeschrieben. Dann habe ich das unterstrichen. Das unterstrichen habe ich nochmal rausgeschrieben. Und dann hatte ich endlich ein Konzentrat an Informationen und Thesen. Das habe ich übrigens in der Trafischen Tatskartett genauso gemacht zum Schluss. Und dann hatte ich das und dann schrieb ich so eine Kolumne, wo Leute, andere Leute, glaube ich, in der Redaktion, das sind zwei Stunden machen, drei, vier Tage lang. So habe ich das gemacht. Wenn ich heute mal einen längeren Essay schreibe, mache ich es auch so. Aber bei den Kolumnen wie über den Linden, bei den moralischen Geschichten, was gab es da noch? Also die beiden, das sind ja eher so literarische Kolumnen. Das mache ich dann anders. Ich wollte ein Gegenbeispiel bringen. Es ist nicht immer so, dass du jetzt einen langen argumentativen Anlauf hast, bevor du jemanden beleidigst. Und ich habe es jetzt gerade rausgesucht, weil ich mich kaputt gelacht habe, als ich es gelesen habe. Es gab mal in der Zeit, 2018 hast du die Polemik sozusagen verteidigt, wenn man so will. Also einen Text über Polemiken geschrieben und wie wichtig die sind und sie abgegrenzt gegen den Quatschstellen im Internet erscheinen und sozusagen eine Ehrenrettung dieser Form geschrieben. Aber da gibt es auch eine Passage, da steht dann, ich zitiere, und sie wollen schon gar nicht, dass man die Heuchler und Arschlöcher beim Namen nennt, egal ob sie Jakob, Walser, Augstein, Sigmar, Nazisohn und Iranfreund Gabriel, Frank Walter, ich wohne in einer arisierten Dienstvilla, Steinmeier oder Alexander, mehr Diktaturwagen Gauland heißen. So geht es weiter. Ich verstehe schon, dahinter gibt es Kontexte, aber du hast schon auch die Art, so im Vorbeigehen mal jemandem ein Attribut vor den Latz zu knallen, ohne das jetzt argumentativ vorzustellen. Ich finde, dass es sich das trotzdem, das ist wie, auch wie meine Tochter sagen würde, das ist selbsterklärend. Ich finde nicht, dass das bloß ist, du hast irgendwie schiefe Zähne. Das ist schon was anderes. Ja. Also weil ich würde mich freuen, also es ist schade, dass ich mir nicht hier als Safe Word beleidigen genommen habe, nicht erschrecken, weil wir müssen das Wort beleidigen jetzt einfach mal streichen. Weil es ist einfach nicht wahr. Und das ist einfach nur, auf Russisch sagt man, ich stelle jemanden auf seinen Platz durch sowas. Es kann schon mal sein, dass ich mal ungerecht bin, aber mir geht es schon wirklich um Gerechtigkeit. Mir geht es darum, jemanden zu zeigen, als der, der er wirklich ist, ohne dass seine, sowieso, seine Bewunderer das denken, außer sie wollen ihn genauso, und ohne, dass er selbst es vielleicht weiß. Es geht nochmals, beleidigen ist für mich was anderes. Beleidigen ist einfach zu jemandem zu sagen, du bist hässlich. Ich will es nicht, ich wollte gerade so Ghetto-Sachen sagen. Aber Beleidigung ist das nicht. So sehe ich es nicht. Dass die Menschen beleidigt sind, ist wieder was anderes. Das verstehe ich gut. Wann warst du ungerecht, weil du das gerade erwähnt hast? Das ist, glaube ich, noch schwerer etwas zu beantworten. Also war ich, war ich, um Gottes Willen, als jetzt die Frage mir, wie, was ging mein Kopf vor, als die ASZ 89 oder 90. Na ganz kurz, wirklich. Es gibt eine sehr private Sache, über die ich wirklich nicht sprechen möchte. Die beschäftigt mich sehr. Sonst weiß ich gerade nicht. Aber diese Sache ist wirklich fundamental existenziell und so. Und die ist jetzt gerade gerade passiert? Nein, nein, ist nichts passiert. Das ist sowas Längeres. Aber wie gesagt, ich will damit nur sagen, da ist was und so. Wie gesagt, ich habe Fehler gemacht, menschlich. Ich finde nicht, dass ich aber eben als Schriftsteller oder als Journalist Fehler gemacht habe, weil wir in einer absoluten Demokratie leben. Ich meine ja nur, die Urteile oder was du jetzt beschrieben hast, also was Jochen teilweise angesprochen hat und was du jetzt beschrieben hast, als Menschen auf ihren Platz stellen, im Laufe der Jahrzehnte, da kann es ja mal, wenn man dann darauf zurückschaut, stelle ich mir vor, kann es ja auch mal vorkommen, dass man sagt, habe ich da eigentlich in dieser Absolutheit die Menschen richtig beurteilt oder nicht? Ich habe nämlich beim Zusammenstellen dieses Buchs 100 Zeilen Hass, das ist ja erschienen als Sammlung, da bin ich auch ein weiterer Mensch, dem ich sehr dankbar bin, Daniel Kamper, damals Verleger von Hoffmann und Kampe und ich habe irgendwie wirklich auf einer Veranstaltung beim Writers Thursday von Rainer Schmidt da im Borchert, das ist in Berlin so ein regelmäßiger Literatur-Club, wo Leute lesen und ein bisschen Party machen. Da habe ich ihm davon erzählt, dass ich es so schön fände, wenn einfach diese ganzen alten Kolumnen mal so wie sie waren unverändert erscheinen würden. Am nächsten Tag haben wir uns getroffen in der Mozzarella-Bar und ein paar Wochen später habe ich mit ihm einen Vertrag gehabt. So etwas gibt es normalerweise nicht. Es war auch klar, dass er damit irgendwie kein großes Geld verdient. Und eben beim Zusammenstellen dieser Texte, die ich dann alle nochmal gelesen habe, ich habe kein einziges Mal mich komisch gefühlt. Das war ja wirklich der Blick von aus. Ich habe nur bei einer Kolumne überlegt, warst du da zu hart? Bei einer einzigen? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Bärbel Schäfer. Da war eine Kolumne über Bärbel Schäfer und sie als Prototyp, glaube ich, okay, das ist jetzt mein Wecker für das Schwimmbad-Ticket, das ich aber heute nicht kaufen kann, weil die am Dienstag zu haben. Dann haben wir ja Glück. Das Schwimmbad-Ticket, ja. Stadtbad Mitte. Ja. Ja. Haben wir das einmal fürs Protokoll. Ich glaube, sie als Prototyp, ich glaube, damals hat sie noch diese Nachmittag-Talkshows gemacht und sie als Prototyp dieses Nachmittag-Talkshow-Hosts, der einfach, aber auch als Frau sich da einfach völlig verkauft, aber ich kann das nicht mehr wiedergeben. Und da habe ich gedacht, hat sie es wirklich, sagen wir, in der Härte verdient? Und dann habe ich mir gesagt, und das ist, glaube ich, unser aller Problem oder von jedem von uns anders, wir sind irgendwie durch unseren Beruf, Schriftsteller oder Journalist, sind wir dann doch öffentliche Personen geworden. Und wir haben ja nicht geplant, dass durch das, was wir machen, manchmal jemand entweder nicht zufrieden ist oder unzufrieden oder unglücklich oder zu Recht oder zu Unrecht oder beleidigt oder zu Recht ist. Das haben wir alles nicht gewusst, als wir das anfingen, glaube ich. Wir wollten ja einfach nur irgendwie diese Arbeit machen und das passiert. Aber es gibt auch die Gegenseite. Wussten wir, wenn wir, wusste zum Beispiel jemand wie Frau Schäfer, als sie anfing, dass sie irgendwann einmal, sagen wir, im Öffentlichen, öffentlich so betrachtet werden würde, wie es ihr vielleicht gar nicht gefällt. Ich glaube, die Einzigen, die es wissen, das sind die Leute, die ich immer bei RTL-Exklusiv sehe. Nee, exklusiv verwechselt das immer. Ich gucke ja immer nur die einmal. Die Klatsch-Sendung. Ja, ich gucke die nur am Samstag nicht mal. Zusammenfassung, nur die Highlights. Also, ich glaube, die Leute eben auch von RTL-Exklusiv, die wissen das. In unserer Welt weiß man es erst mal nicht. Ich glaube, dass zum Beispiel dieses Verschwinden von Schriftstellern, das wir immer wieder erleben, Pinschen, Patrick Süßkind, Salinger, irgendwie auch Reinhard Götz auf seine Art, das hat auch damit zu tun, irgendwann wird es einem sagen, dass das, was von außen auf einen einströmt, das wird irgendwann, die Haut wird immer dünner und im Alter wird die Haut sowieso immer dünner und deshalb sage ich, hätte sie eigentlich wissen können, sollen, das sind ja schlimme Formate gewesen, diese Nachmittag-Talkshows. Gibt es heute nicht mehr in dem Masse, aber eine Zeit lang wurden halt, also sozusagen, um es zu erklären, es wurden ja Menschen da sozusagen, das war ja die Kritik vorgeführt, aus, die eigentlich keine Medienerfahrung hatten und die ihre privaten Dramen da erzählt haben. Das war ja die Kritik an diesen Nachmittag-Talkshows. Genau. Nee, aber mir geht es ja um die Moderatoren. Genau, aber die dafür natürlich standen. Ja, aber die waren ja eigentlich, waren die ja wie Parasiten und in Amerika waren ja diese Shows noch viel krasser. Es gab eine andere Geschichte, auch mit einer Schauspielerin interessanter. Also Entschuldigung, nur um den einen Punkt noch abzuschließen, die Bärbel Schäfer-Kolumne, ist die dann trotzdem? Natürlich. Ja klar, ich stehe dazu. Ich muss ja zu allem stehen, was ich geschrieben habe. Und dann gab es eine andere Kolumne und der Name fällt mir leider nicht ein, über eine Schauspielerin, die damals viel in so Komödien gespielt hatte, die gibt es immer noch, fällt mir jetzt nicht ein, ist auch jetzt egal, die war schrecklich beleidigt, weil ich habe sie, damals fingen gerade diese neuen deutschen Komödien an und sie hat in einer sehr berühmten gespielt und ich fand das alles schauderhaft, habe es aber auch begründet, warum das nicht bloß schlechte Filme sind und Galleonsfigur war für mich eben sie, diese Frau, deren Name mir jetzt eigentlich nicht einfällt und das war halt toll, auch an Tempo. Aber da meiste ich Katja Riemann. Genau die. Danke, Christoph. Bitte, bitte, wenn sie googeln. Und das Geniale war, und das fand ich so toll, die hat dann selbst einen Text geschrieben, darüber, was für ein Spinner ich bin und der erschien dann auch im nächsten Tempo und das fand ich total in Ordnung, ja, statt eigentlich heute, am Ende wird irgend so ein Typ dann irgend so einen Anwalt anrufen, ja, wo leben wir? Diskutiert doch miteinander. Und worüber hat Katja Riemann dann geschrieben? Weiß ich nicht. Ja, über mich. Ja, ja, das weiß ich schon. Weiß ich nicht mehr. Ich bin ja nie beleidigt, das ist ja das Gute. Du bist nie beleidigt? Also auch wenn Bücher von dir, also, nein, Entschuldige, aber jetzt zum Beispiel eines deiner berühmtesten Bücher war ja auch ein Publikumserfolg, verkaufte sich gut in den Buchhandlungen, bis zu dem Moment, als Marcel Reich-Vanitzki im literarischen Quartett das Buch so verrissen hat, dass am nächsten Tag es keine Verkäufe mehr gab im Buchhandel. Aber der Witz war der, er hat, fangen wir damit an, er wusste ja gar nicht, dass ich es, weil er dafür gesorgt hat, dass das Buch überhaupt ins literarische Quartett kam. Das heißt, ich war ja schon mal dankbar über die 7000 Exemplare, weil früher war im literarischen Quartett, als es noch gut war, war das nämlich so, also ich meine die Zeit, sagen Reich-Vanitzkische, Karasek und Löffler, dass zwei, drei Wochen vorher praktisch in jeder Buchhandlung es ein Altar gab mit den Büchern, die im literarischen Quartett kommen und die wurden da schon massiv verkauft. Also sie haben da schon dadurch verkauft. Ach, jetzt verstehe ich das. So, und dann kommt dieses Buch, Die Tochter. Ja. Das ist ein Roman, der übrigens auf verschiedenste Weisen zwischen allen Stühlen ist und ich hoffe, er kommt da irgendwann raus. Ich kann auch gleich kurz sagen, warum. Jedenfalls, er, der immer eine Rechnung mit mir offen hatte, das kann er ja auch erzählen, warum, aber erstmal kurz das mit dem literarischen Quartett, er sagt, der Biller ist hochintelligent, aber in diesem Buch geht es nur um Sex und fertig und deshalb ist es Blödsinn. Und es gab auch keinen großen Widerspruch in der Runde. Siegfried Löffler hat mich verteidigt. Karasek hat zugestimmt? Nee, Karasek fand das Buch auch scheiße. Aber das ist ja okay. Das ist ja der Witz. Ich bin ihm doch nicht deshalb böse. Aber bist du ihm noch nicht mal böse darüber, dass er ja, ich habe das jetzt, ich habe es nicht wörtlich vor mir liegen, dass er ja scheinbar angeblich ein Zitat aus deinem Buch zitiert. Nee, ich bin dem Dings nicht böse, dem Karasek. Okay. Dem Karasek bin ich nicht böse, seine Meinung. Ja, ich meine Reich-Ranitzki. Reich-Ranitzki zitiert ja aus deinem Buch quasi etwas. Jetzt kommen wir zu einem neuen Zeitphänomen. Hör zu, hör zu, ich habe dir was zu erzählen. Was ja nie im Buch stand. Genau. Aber das muss der erzählen, die Geschichte. Also irgendwie sagt er dann, er gerät so schön in Rage, sehr unterhaltsam, auch für mich. Und irgendwann sagt er, in dem Buch geht es nur um Ficken, Ficken, Ficken. So. Publikum tobt. Ja. Ha, ha, ha. Die ganze Antisamiten-Bande ist richtig glücklich, dass Reich-Ranitzki so einen guten Witz gemacht hat. Und das ist, sagen wir, das Todesoders für das Buch. Ich habe ja zu Reich-Ranitzki ein ganz anderes Verhältnis als praktisch jeder andere in Deutschland. Das kann ich später erklären. Das sage ich kurz danach. Aber was ist, jetzt will ich was anderes erzählen. Jetzt kommen wir zu diesem Wahnsinn von heute. Ich habe nämlich, ich bin sehr böse auf Wikipedia. Ich mag Wikipedia nicht und ich finde Wikipedia schlimmer als Facebook oder Twitter. Ja? Wir wissen, glaube ich, alle, warum. Die Leute schreiben sich ihre eigenen Beiträge. Es wird Politik gemacht über Wikipedia. Es fehlt viel. Es gibt keine Standards, bla, bla, bla. Aber es gibt noch Schlimmeres. Es gibt die Wikipedia, wie Edit Wars. Schon mal davon gehört? Ich hatte mal einen Editor wegen Ficken, Ficken, Ficken. Weil ich habe das zweimal oder dreimal rausgenommen. Also ich rühre das Ding ja sonst nicht an, weil es einfach nicht stimmt. Und in diesem Wikipedia-Eintrag steht ja auch, berühmt geworden, dadurch ein Zitat von Reich-Ranitzki, das aber gar nicht im Buch ist. Ja, warum zitierst du es dann? Dann habe ich es zweimal gelöscht mit der Begründung, es ist doch nicht, er zitiert doch falsch. und irgend so ein Wikiewicht tut es wieder zurück und ich mache es wieder raus. Und wieder der Wikiewicht und ich wieder raus. Und dann kommt plötzlich ein Oberwikiewicht und schreibt, das ist hier ein Edit War, das müssen wir klären. Da habe ich gesagt, okay, leckt mich am Marsch. Mit euch will ich echt nichts mehr zu tun haben. Das ist die Geschichte. Warum ich jetzt Reich-Ranitzki nicht böse bin. Willst du das wissen? Ja. Ich habe Marcel Reich-Ranitzki kennengelernt, als ich in diesem kleinen Häuschen da saß von der FHS. für eine FAZ, das Praktikum. Und dann habe ich ihn einfach angerufen, als Kollege, als Junge, kann ich mit ihm ein Interview machen? Dann habe ich mit, und dann hat er gesagt, ja klar, er war sehr informell, ich habe dann ein Interview mit ihm gemacht. Er war damals der Literaturchef der Frankfurter Allgemeine Zeit. Genau, Literaturchef der Literaturchef. Er war damals auf dem Höhepunkt seiner Macht als Zeitungsliteraturkritiker. Und dann hat er sehr nett zu mir gesagt, es gab keine sentimentalen Worte, nichts. Er hat mir natürlich sieben Bücher von sich mitgegeben, wer das, glaube ich, bei jedem gemacht hat. Und dann sagte er, wenn Sie fertig sind, kommen Sie nochmal wieder und dann helfe ich Ihnen, Sie sind ja ein junger Kollege. Und ich habe das wirklich als ein ernstes Angebot aufgefasst und ich fand es lehrreich und interessant. Und dieses Interview war für eine Zeitschrift, die hieß die Erlaste, das war so eine Art Münchner Vorläufer von Tempo. Komm zurück, gib ihm das, wir lesen das durch, was macht er? Er sagt nicht, autorisiere ich nicht, sondern er streicht alle Stellen durch, die privat sind. Also lieben Sie Ihre Frau, wo kaufen Sie Ihre Kleider ein? So, das streicht er, das gehört eigentlich nicht dazu. Naja, und dann habe ich das halt trotzdem abgedruckt in meiner Form. Also ich habe nicht seine Variante genommen. Und schrieb ihm danach, schickte ihm ein Belegexemplar und schrieb ihm, hier ist das Belegexemplar und übrigens, könnte ich eigentlich mal bei Ihnen hospitieren. War vielleicht ein bisschen naiv. Moment, aber bist du denn, also Entschuldige, ihr saßt da zusammen, er hat das ja autorisiert oder rausgenommen, was er nicht drin haben wollte und dann hast du aber beschlossen, das... Er hat ja nicht gesagt, autorisiere ich nicht. Das gab es damals nicht. Er hat nur gesagt, wäre besser ohne. Okay, wäre besser. Also es gab keine, weil es ist ja sozusagen eine Ehrensache, wenn man sagt, sie dürfen da nochmal streichen später, dann... Das war was anderes, habe ich gesagt. Er hat ja so getan oder er meinte es wirklich so, dass er mir hilft. Übrigens, seit autorisiert wird, mache ich keine Interviews mehr. Also die haben zu sagen, das Gewerbe total versaut und in Amerika und England wird es ja bis heute nicht gemacht. Also vielleicht auch als Bildungspodcast, in Deutschland ist es üblich, dass Interviews mit jedem, würde ich sagen, mittlerweile in den großen Medien, nochmal zum Gegenlesen den Interviewpartnern vorgelegt werden. Wenn das die Interviewpartner wünschen. Wenn die das wünschen, aber das ist wirklich, ich würde behaupten, in fast jedem Fall in Deutschland, in professionellen Zusammenhängen, Politikerinterviews und so. Ist das so? Und die können dann redigieren. Die Redaktionen können sich vorbehalten, ab irgendeinem Punkt zu sagen, das ist uns zu verrückt, das veröffentlichen wir nicht mehr, so haben wir nie gesprochen. Aber das ist Usus und das gibt es in Großbritannien nicht, in USA nicht und eigentlich wüsste ich gar nicht wo. Ich kenne jetzt nicht, ich weiß nie, wie es in jedem Land der Welt ist. Das Recht ist eben, die Rechtsprechung in angelsächsischen Ländern ist anders. Du musst nicht autorisieren, es wird normalerweise nicht autorisiert, musst aber dann, du musst halt stimmen, falls eine Klage kommt oder falls sozusagen es zu einer Auseinandersetzung kommt, musst du halt von deinem Interview, von der Aufzeichnung genau belegen können, dass das alles genau so gesagt worden ist. Und da wird es interessant, weil viele Journalisten das auch sehr gemütlich finden, sich das nochmal absegnen zu lassen. Genau. Und deswegen ringt unser Berufsstand, auch das jetzt Ende des Bildungsteils, sehr damit, mit dieser deutschen Regel, weil es natürlich auch zu einem Schlendrian führt. Es ist noch kein, noch nicht ganz das Ende. Weißt du, warum ich das, warum ich selbst kaum Interviews gebe und warum, wenn ich ein Interview gebe, ich es dann selbst mir leider nochmal schicken lassen muss. Ach ja. Deshalb wollte ich da sein, ich will da ehrlich sein und auch deshalb gebe ich keine Interviews mehr, weil ich habe ehrlich gesagt genug eigene Sachen zu tun, weil in der Regel in 90% der Fälle Ich muss es einfach nochmal redigieren, weil die können alle kein Deutsch. Das ist irre. Die verstehen nicht, dass es drei unterschiedliche Sprachen gibt. Die gesprochene Sprache, die im Interview gesprochene Sprache und die im Interview literarisierte gesprochen. eine Sprache. Und du kannst nicht einfach jemanden wie mich wie irgendwie einen Analphabeten reden lassen. Das geht nicht. Obwohl ich nicht ganz genau so gesprochen habe. Das ist wirklich das, was du ansprichst und was Jochen auch angesprochen hat. Das habe ich auch schon erlebt. Man hat manchmal dann das Gefühl beim Autorisieren in den Interviews, das man selber gegeben hat, dass einem die Arbeit nochmal zurückgegeben wird, so nach dem Motto, du autorisierst ja eh, naja, dann kannst du ja das auch nochmal bearbeiten und dann selber sitzt man plötzlich stundenlang an diesem Text. Und ich habe noch vier Nachfragen, Jochen. Ja, könntest du das eben auch noch beantworten? Haben wir zwar nicht drüber gesprochen, aber wenn wir schon dabei sind. Und wenn wir schon dabei sind, es zieht ein bisschen. Es zieht ein bisschen. Ja, das ist natürlich ein Sicherheitsmaß. Aber magst du deine Pantoffeln? Nö, noch nicht. Aber jetzt zieht es erstmal. Jetzt ist mein Problem eher, dass es zieht. Ich wollte gerade sagen, es hat ja geklingelt an der Tür vor ein paar Minuten und ich glaube, wir haben Essen. Ich habe leider wie ein chinesischer Mönch esse ich immer zur selben Uhrzeit dreimal am Tag. Ja, aber wir haben trotzdem... Welche Uhrzeiten sind das denn? Acht halb neun, Punkt zwölf, wenn ich nicht Punkt zwölf esse, drehe ich durch und kurz vor sieben bis sieben. Ja, aber esst bitte. Also wir können ja mal das Essen auf den Tisch stellen. Und vielleicht kommt darauf an, was das ist. Also wenn es Kaviar ist, esse ich. wie ein Bettelmönch, weil ich wusste, Christoph hat das Catering organisiert. Wir recherchieren immer ein bisschen über unsere Gästinnen und Gäste. Und es ist natürlich hochkompliziert. Also die Umfeldrecherche hat ja vieles ergeben. Hat unter anderem ergeben, also auf jeden Fall, also dass unser Gast sozusagen eigentlich wahnsinnig gerne auch Fleisch isst und also sozusagen kräftiges Essen und auch durchaus sozusagen so. Aber sie hat eben auch ergeben, dass es ein Restaurant gibt, in das unser Gast zu seinem berühmten Mittagessen mit Freunden eben auch öfter geht. Aber du meinst, aber dann will ich das doch jetzt nicht auch noch essen. Und das Restaurant heißt The Butterfly Lovers. Oh Gott. Du machst mich wahnsinnig. Ich weiß, dass wir diese Freunde, die ich reduzieren kann, auf einen sind. Und ehrlich gesagt, das esse ich sowieso schon dreimal am Tag. Christoph. Ja klar. Ich durfte aber nicht verraten, dass der Freund Till Harter heißt. Nein. Aber da haben wir natürlich uns ein kleines Menü zusammenstellen lassen, auch für dich. Ich habe ja wirklich, ich durfte mir ja nichts bestellen. Ich habe mich ja eigentlich auf Pastrami-Sandwiches eingestellt. Ja, wir wollten nicht ganz so klischeehafter. Nee, aber das wäre halt gut, weil das ist kalt. Ja, aber wir haben ja auch kalt. wir haben ja auch kalt. Während ihr hier packt, ich verabschiede mich mal kurz. Ja. Aber ohne Safe Word. Ja, ja, ich habe es schon verstanden. Bis gleich. Was ist das denn für eine Küche? Es ist teilweise, es ist eben vegetarisch. Und vegan. Also wir haben Vorspeisen. Wir haben grüne Bohnen in Ingwersoße. Wir haben Wasserspinat auf Glasnudeln in Knoblauch-Essig-Dressing. Der ist sojafrei für mich. Danke an Leonie Weber, die sich darum gekümmert hat. Ja, steht immer drauf, wenn ich das essen darf. Wir haben geräucherten Tofu in Erdnusssoße. Wir haben Avocadosalat. Wir haben gebratene Teigtaschen mit Tofu und Spinatfüllung. Und es gibt die Hauptspeisen Mapo-Tofu. Und den Tofu-Topf nach Sichuan-Art, der natürlich nach Sichuan-Art sehr scharf ist. Wir haben Lotuswurzeln, die scharf gebraten sind mit Paprika, Chili und Zwiebeln. Die sind sojafrei, darf ich also auch essen. Und dann gibt es noch Nachspeisen, Chia-Pudding und Klebereisbällchen mit Kokosmantel. Und wir haben auch noch offenen Jasmin-Tee, glaube ich, auch für unseren Gast. Und wir haben natürlich auch Cola für unseren Gast, den Coke Zero. Aber da reden wir gleich natürlich auch drüber, wenn er siehst, sind die kalt? Ja, die sind kalt. Weil unser Gast ja ganz spezielle Cola gerne trinkt, wie wir recherchiert haben. Wir haben übrigens bei der Vorstellung, Jochen, noch nicht erwähnt, dass wir immer vorbereitet worden sind von Hanna Schraven und Vincent Mank. Grüße gehen raus. Die natürlich auch alle Bücher gelesen haben. Und wenn wir uns immer so hinstellen und sagen, wir haben alles gelesen, dann haben wir natürlich alles gelesen. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen haben auch sehr viel gelesen und uns auch vorbereitet. Ich habe, glaube ich, 60 Prozent selber. Also das Literatische. Ja, ja, naja. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe an meinem Bücherregal, ich habe ungefähr so 13, 14 Billerbücher. Du hast 13, 14 Billerbücher? Ja. Also die Hälfte des Oehrers zu Hause stehen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Und unter anderem eben auch Esra gefunden. Deswegen habe ich es überhaupt dabei. Darf ich nur kurz über die Schulter gucken? Bitte, immer. Das ist ganz toll, glaube ich. Also schau mal hier, was es alles gibt. Ich weiß, ich hätte natürlich was bestellen sollen bei euch. Ich hätte Kuchen bestellt. Das wäre jetzt toll gewesen. Aber wir haben hier verschiedene Tofu-Sorten. Ich bin einfach nicht dabei. Wir haben Tofu. Das sind auch von den Joghurt-Gums. Doch, sorry. Ich habe das nicht gegessen. Wir haben extra Recherche. Ich habe den Himmels gegessen. Ah ja. Guck mal, wir haben extra vielleicht wisst ihr doch mal Mal gucken. Ich will wirklich nicht, also ich meine, das ist wirklich aufrichtig. Ich will echt nicht unhöflich sein, aber es macht gar keinen Sinn. Wir machen das mal auf. Das ist nicht böse, wenn wir ihn nehmen. Nein, ich freue mich. Oh, warte mal, das kann ich nicht. Ja, guck mal, das sind die einseitig gebratenen Teigtaschen. Lass mich immer drunter. Das ist für mich. Das sind Wantan. Kein Soja. Nur, dass die Menschen wissen, was ich esse. Sind das Wantan? Ja, das sind die eigentlich Gyoza, aber einseitig gebratenen Teigtaschen mit Tofu und Spinatfüllen. Ja, okay. Ich finde, das ist eine total gute Zäsur jetzt, weil ich habe überlegt, wir haben jetzt echt zu viel über Journalismus. Ja, Journalismus und diese ganzen alte Leute-Geschichten und so, das ist jetzt alles Quatsch. Ne, Ejo, Jochen wollte doch die ganze Zeit schon auf die Literatur zu sprechen. Zeit, äh, ja, ja, ich hatte schon mal angefangen, dann schwiffen wir ab. Nein, ihr schweift doch, ihr schweift doch immer ab. Ich schweife ab. Ich will das nur referieren. Aber Jochen, das ist doch das Prinzip unseres Kalker. Ich wollte das kalt und präzise referieren hier, ja. Ich wollte, ich wollte immer mit mir reingequatscht. Wirklich, wirklich das sagen mit dem Reich-Hanitzki noch. Ja, bitte, genau. Warum der... Kann ich dir eine Coke Zero anbieten? Ja, gern, aber ich würde ehrlich gesagt jetzt, hättest du noch einen Tee, bitte? Ja, ich mach mal noch. Den Jasmin-Tee, ne? Ja, den haben wir auch. Wir haben Jasmin-Tee, ja? Auch Umfeld-Recherche. Ach, darum wollte er noch mal mit mir essen gehen. So, wir bereiten uns richtig vor, ne? Da wird noch lange essen gegangen, heimlich. Ja, nicht ich. Also auf jeden Fall, so begann diese Geschichte mit dem Reich-Hanitzki. Und dann erschien dieses erste Buch, das halt der Peter von Becker so beschrieben hatte. Und dann hat Reich-Hanitzki auf die Frage einer jüdischen Studentenzeitung, wie er denn, wenn ich einmal reichen tot bin, von Maxim Biller findet, gesagt, über diese Art von Literatur möchte ich lieber nicht sprechen. Ein rätselhafter Satz. Oder? Warum rätselhaft? Ja, was heißt das? Kannst du den entschlüsseln? Na, die Wirkung ist, dass er das nicht für erwähnenswert hält. Nee. Sondern? Lieber nicht sprechen, bedeutet, aber wenn ich loslege, dann würde es furchtbar werden. Nee. Also, ich weiß im Nachhinein, dass jemand wie ich für jemanden wie ihn eigentlich wie so ein Minetekel war. Ich war sozusagen das Zeichen an der Wand für eine Zeichen. Ich war gleichzeitig, ich war so ein bisschen, wie wir das vorhin mit Karasek hatten. Ich war jemand von einer Sorte von Intellektuellen und Schriftstellern, wie es sie früher in Polen, in Deutschland, vor allem auch in Deutschland für ihn, ja unendlich viele gab und die gab es nicht mehr und er wollte sowieso nie so einer sein, obwohl er von seinem ganzen Denken, Schreiben, Wirken, Charisma, Temperament genauso war. Er wollte nicht mehr jüdische, er wollte kein jüdisches Denken mehr, kein jüdisches Schreiben mehr in Deutschland haben, weil das hat ja nur Unglück gebracht. Er hat eigentlich weitergeträumt, den Traum der deutschen Juden vor dem Krieg eigentlich Deutsche zu sein. Er hat ihn ja weitergeträumt. Er hat ja erst sehr spät eigentlich in Deutschland verstanden, dass das immer eine Illusion war und ich wusste das von Anfang an, weil ich aus einer sehr intelligenten Familie komme. Und ich habe von einer sehr engen Freundin von ihm auch das gehört, er wollte von jemandem wie mir, von Leuten wie mir nicht wieder sozusagen, wer wörtlich sagte, wieder ins Ghetto zurückgestoßen werden. Das war, ich hatte gerade, ich war sozusagen toxisch eigentlich aus seiner Sicht. und dann gab es so ein bisschen zwischen uns Kleinigkeiten von Weitem und so, es gab so eine völlig verrückte Situation. Ich war einmal in München, hat mich ein Freund mitgenommen zu der Aufzeichnung einer, gab es eine Gottschalk Late Night Show? Ja, gab es. Das ist ja meine Rolle heute hier. Aber gab es, ja. In München auch. Genau. Und vorher, ich glaube, bevor es anfängt oder nachher, gehe ich irgendwie einen Gang lang, ich glaube zur Toilette, kommt mir entgegen der labhaftige Reichenitzki, weil der Gast war. Ich schwöre, er ist zusammengezuckt. Also irgendwas war, also irgendwas hat ihn beschäftigt, da wird keine Zeile über mich gesagt, geschrieben, außer eben diese eine Sache. Also ich war für ihn, ich war nicht der Einzige, aber vor allem ich, ich war für ihn jemand, der ihn einfach irritierte. Durch seine Existenz. Was ich schrieb, wie ich aussah, wie ich mich zur deutschen Gesellschaft stellte und so weiter und so weiter. Und vor allem, weil ich auch für ein Literaturverständnis warb, das gar nicht dem zeitgenössischen deutschen Literatur Verhältnis entsprach. Ich war ja viel näher bei Isaac Singer, bei Saul Bellow als bei Peter Handke. Wofür wiederum Marcel Reichenitzki stand? Teilweise, wobei er hat sich dann im Laufe der Zeit, ich meine, ich finde ja, er war ja auch, er hat ja großartige Leute, er hat ja, Köppen ist ja wahrscheinlich neben Heinrich Böll der einzig gute deutsche Nachkriegsschriftsteller und den hat er ja gefördert. Also so einfach war das nicht, weil nichts einfach ist im Leben. Und dann passierte das und das ist halt wirklich, manchmal ist es wirklich so, sind die Dinge so einfach, wie man sie sich einfach macht. Kleine Notiz im Spiegel. Es gab Streit zwischen Marcel Reichenitzki und Tilman Jens, glaube ich. Oder Günter Greis. Einen von beiden. Oder beiden. Nee, beiden. Beiden. Irgendwer streitet immer. Es gab irgendeine Notiz, in der dann Reichenitzki sagte, ich kann mich mit jedem vertragen. Und ich hatte gerade angefangen, ein Buch zu schreiben, das der gebrauchte Jude heißt. Ja. ein sogenanntes Memoir. Das war auch lange vor allen anderen Memoirs. Also es gab zwar Annie Ernault in Frankreich, aber die ist ja erst jetzt in Deutschland eigentlich bekannt geworden. Aber sonst gab es keine Memoirs. Und ich habe so gesehen eigentlich so einen ersten echten Memoir geschrieben. Und es handelte davon, wie ich so Anfang 20 studiere, in München anfange, irgendwie nachzudenken, darüber, wer ich bin und wie ich anfange, Schriftsteller zu sein und wie ich merke, dass ich nur dann Schriftsteller sein kann, wenn ich über die jüdischen Themen schreibe. Und habe so ein bisschen was geschrieben, schreibe so. Und dann denke ich, eigentlich wäre ganz gut, den Reich-Ranitzki in diesem Buch drin zu haben, weil da ja ganz viel sich dran erzählen lässt. Und habe so, ohne mit großer Hoffnung zu machen, schreibe ich ihm einen Brief. Also es war so frech. Lieber Herr Reich-Ranitzki, Sie haben das und das da gesagt. Also warum versöhnen wir uns nicht? Das ist gar gar. Das ist, als würde ich hier die Putin schreiben. Wollen wir uns nicht versöhnen. Also wirklich so auf dem Niveau. Irgendeine Woche später Brief von ihm. Immerhin. Ja, ja, natürlich. Also sehr schnell. Ja, ja, nein, natürlich, klar. Und dann schreibt er, so rufen Sie an. Habe ich ihn angerufen, er ist ja so wie ich auch immer ins Telefon gegangen. Das Telefon war für ihn ja ein sehr wichtiger Kommunikationsform. Für mich auch. Ja, aber für mich genauso. Das ist ja ein anderer Punkt. Ich werde ja wahnsinnig, dass die Leute alle inzwischen sich verstecken hinter E-Mails und so was. Ich muss ja mit Leuten reden und so kommen mir Ideen und so weiter. Und dann haben wir geredet und dann sagt er, doch, besuchen Sie mich doch mal. Perfekt. Dann war gerade wiederum der Freund aus Biografie in Frankfurt in seiner Wohnung und dann bin ich zu ihm gefahren und dann bin ich mit einem großen Blumenstrauß eben zu den Reichhanitzkis gegangen, die wohnten, wie heißt das dort, Dichterviertel? Dichterviertel. Und dann saß, wie immer, wie alle es erzählen, die sehr, sehr, ganz tolle, freundliche Frau, Theophila Reichhanitzki, da und er, und er war auch sehr freundlich und er erinnerte mich in sehr, sehr vielem, das ist auch schon wieder dieser Unterschied zwischen Medienperson und normalem Menschen, erinnerte mich in vielem an meinen Vater, was vorher ich nie gedacht hatte eigentlich. Inwiefern? Naja, so streng, resolut, selbstbewusst und trotzdem warm, warmherzig. Also ich hoffe, man sieht sich nicht, aber ich vermute mal, das eine oder andere davon habe ich auch, wobei ich glaube, ich ein bisschen mehr wie so ein Politkommissar rüberkomme. Okay, kommen wir gleich noch drauf, was heißt Politkommissar? Naja, wie so jemand, der wirklich auf die richtige Gesinnung achtet und notfalls füsiliert. Nein, natürlich nicht. Und dann haben wir uns wahnsinnig nett lange unterhalten. Ich habe mir danach, was ich selten mache, ich habe mir das richtig notiert. Also aus dem Gedächtnis Notizen gemacht? Das mache ich immer nur so. Ich habe auch früher Reportagen, ich habe nie vor Leuten Notizen gemacht. Ich habe immer hinterher, das Beste, was man machen kann, sind Kurzgedächtnisnotizen. Das ist genial. Die Leute sprechen viel mehr mit dir, statt wenn du mit so einem scheiß Block vor ihnen sitzt und komischerweise kondensierst du es danach immer sofort richtig und hast auch viel weniger Arbeit. Du musst es nicht mehr abtippen. Jedenfalls, und dann habe ich das sehr stark eingebaut, eben unter anderem, das ist fast der Höhepunkt des Buchs eigentlich. Dieses Treffen dort und woran ich mich nur erinnern kann, war, dass wir ein bisschen darüber diskutiert haben, was es eigentlich bedeutet, wenn man heute in Deutschland ein Schriftsteller ist oder ein Kritiker ist und zugleich ein Jude ist. Man ist ja ein Deutscher, nur die Sprache definiert ja den Autor. Also Jhumpa Lahiri ist ja eine amerikanische Schriftstellerin, keine indische. Juno Diaz ist ja kein dominikanischer, sondern ein amerikanischer Schriftsteller und bin ich ja auch ein deutscher Schriftsteller. Und so sah er das eigentlich auch, aber gleichzeitig habe ich ihm gesagt, trotzdem, der Rachen, das Maul, der Gegner ist immer ganz weit offen für Leute wie uns. Die verschlingen uns sehr, sehr gerne, sehr schnell. Und da, glaube ich, hatten wir so eine unterschiedliche Meinung. und als ich ging, und das weiß ich bis heute nicht mehr, sagte entweder er oder sie, kommen Sie bald wieder, es kommt fast niemand mehr zu uns. Jetzt läuft es mir gerade kalt über den Rücken, wo ich das sage. Das heißt, das war schon wirklich in den, ja, muss man sagen. Nein, ich könnte genau sagen, weil das Buch ist 2006 erschienen und ich habe es geschrieben, so 2003 ungefähr. Ich denke, es war um 2003 herum. Und man muss dazu sagen, ich google in meinem Gedächtnis, sein großer Buch, eigener Bucherfolg, also seine Autobiografie, war ja erst ein paar Jahre zuvor erschienen. Also ich würde jetzt keine falsche Jahreszahl sagen, aber es muss ein paar Jahre vorher gewesen sein. Also ich will nur sagen, am Ende hat auch er immer öfter die Erfahrung gemacht, dass, wenn du nicht aus einer genuinen deutschen Familie kommst, ich weiß nicht, wie es in Estland ist, ich habe keine Ahnung, wie es in Italien ist. Ich rede jetzt deshalb über Deutschland, weil wir in Deutschland sind. Dass es da so ist. Ja, und es fehlte einfach auch das, womit er aufgewachsen ist und ich scheine ihn in vielem daran erinnert zu haben. Deshalb war ich schon immer ihm eigentlich nicht böse. Deshalb, um die Frage von mir auszunehmen, warst du nie beleidigt, als er im Fernsehen, deine Bücher versuchte? Ich habe das verstanden. Ich werde nur sauer, aber irgendwie will ich das Thema, können wir auf das Thema später zurückkommen? Unbedingt. Irgendwann später, warum ich wirklich sauer werde. Aber nicht jetzt. Okay. Das ist ein Tipp. Jochen wollte ja noch mal über die, weiter über die, wir sind immer noch bei der, wir sind ja in der Einleitung. Ja, wir haben gerade jetzt angefangen. Wir sind ja gerade am Anfang des Anfangs. Ich trinke jetzt auch eine Coke Zero. Ich habe schon eine aufgemacht. Welche ist denn meine überhaupt? Ja, hier ist deine. Hier gibt es noch eine. Es ist so lustig, dass wenn man das hier so macht, live, es ist ganz anders, als wenn man so am Handy hängt und das hört und denkt, hier ist deine Cola. Die Typen aufhören endlich zu schmatzen und sich diese Gläser hinunter. Wenn man selber das hat, wenn man selber das hat, ist es viel netter. Ja. Danke für die Einleitung. Schöne Slasher. Cheers. Achso, hier, was ist das jetzt eigentlich, was wir trinken? Cola Zero Sugar. Ja, aber das Problem ist, die haben die Rezeptur geändert vor einem halben Jahr. Ich beobachte das auch wöchentlich, wie sich die Rezeptur von Cola ändert. Jetzt wurde ich extra gesagt, also nicht Leid. Ne, Leid ist schlimm, aber inzwischen denke ich ernsthaft darüber nach, zu Leid wieder zurückzukehren. Aber ich trinke jetzt nicht 10. Was ist der Unterschied? Also wirklich nur jetzt als, was ist der Unterschied? Ich würde sagen, oder willst du zuerst sagen, meine Ansicht nach, also Cola Light schmeckt einfach nach Plastik und Cola Zero schmeckt so fresher und du denkst nicht so sehr daran, dass das irgendwie, sagen wir, künstlich ist. Und inzwischen schmeckt Cola Zero auch wieder mehr nach Plastik. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied oder glaubt ihr nur, dass es einen gibt? Du meinst so wie man, so Medizin und... Mit Zutaten, gibt unterschiedliche Labels drauf. Du meinst, dass wir so Placebo-Trottel sind? Nö, aber wie heißt das? Generika-Trottel. Nee, das ist jeder, was... Ach, kaufst du auch nicht gern Generika? Doch. Nee, ich nicht. Ich verlange immer das Original. Ja, um die Pharmaindustrie zu fördern. Ich kann nur sagen, ich habe mit Generika schon... Andersrum, ich habe mit Originalen bessere Erfahrungen gemacht als mit Generika. Okay, das ist so krasse. Ich habe halt... Ich kaufe nicht Aspirin, sondern ASS-Bögen von irgendwem. Hä? Das ist dasselbe drin? Hä? Deswegen heißen die Generika. No. Aber bei... Ich dachte, ich hätte die Vermutung, Cola verkauft einfach dieselbe Limonade, vornehm ausgedrückt, in unterschiedlichen... Aber wenn H&M etwas brillant nachbaut von Tries van Noten, dann willst du doch trotzdem Tries van Noten. Ich bin da nicht so ein Nerd, aber ich glaube, die Qualität ist auch recht unterschiedlich, oder Christoph? Du bist doch... Ja, H&M ist besser. Die Qualität... Maxim ist der wahre Mode-Experte, wobei er trägt für die Audiospur... Was sind das für Schuhe, wenn ich das fragen darf? Ludwig Reiter. Cool aus. Ludwig Reiter. Die sehen eigentlich elaboriert aus, aber die Jeans sieht aus wie eine Jeans. Falsch. Das ist Akne. Nee. Aber das sind jetzt die Neuen, die wieder weit sind. Ich bin 61 und rede über Jeans. Seid ihr wahnsinnig? Können wir endlich über Literatur reden? Ich versuche die ganze Zeit drauf zu kommen, aber das mit Cola mussten wir eben noch besprechen. Und der Pulli ist auch nicht irgend so ein Pulli. Nee, das ist nicht so ein Pulli, aber genial. Die Marke, müsste ich jetzt sagen, der lag am Ende im Schlussverkauf bei Andreas Mokudis vor zwei Jahren. Ah, den kenne ich sogar. Für 70 Euro, weil die ganzen Trottel, den ich gekauft habe, der hat vorher 180 gekostet. Das war ihnen zu billig. Das ist der genialste Pullover, den ich habe. Ist das da in Mitte? Gehst du in den Mokudis? Nee, der ist da vor zehn Jahren weggezogen. Ich auch leider. Ich habe ja früher mal am Ziehungskirchplatz gewohnt. Aber dazu müssen wir gleich sprechen. Naja, wenn wir jetzt anfangen, das gesamte literarische Werk chronologisch noch einmal vorzutragen. Nee, musst du nicht. Willst du das? Nein. Ich wollte aber, weil ich vorhin das mit der Tochter sagte, weil darüber redeten die ja. Oder eins. 2000. Ich sage mal 2000. Da ging es, das ist ein, sagen wir mal, Dostoyevsky Hafter, wie Hannes Stein, das weiß ich noch, weil es auf der Rückseite des Buchs steht, damals geschrieben hat. Das ist halt ein sehr psychologischer, realistischer Roman, der handelt von einem israelischen Soldaten, oder Ex-Soldaten, der im Libanon-Krieg im Ersten ein ganz schlimmes Verbrechen begeht und aus einer normalen, schönen, bürgerlichen Familie kommt, damit nicht zurechtkommt, flieht. Eigentlich will er nach Indien, wie so viele damals, oder immer noch, nach dem Dienst. Und statt nach Indien zu gehen, landet er am Ende, weil er im Flugzeug dahin eine Deutsche kennenlernt, in München, Schwabing. Und begeht, dadurch, weil es ihm so schlecht geht, in diesem wirklich traurigen Land, aus seiner Sicht, begeht irgendwann er ein noch schlimmeres Verbrechen. Und das ist natürlich, das war halt einfach, ich war mit diesem Roman, und das ist jetzt eben kein BDS-Roman, und das ist kein Roman, in dem politisch irgendwie Haltung bezogen wird, weil man soll nie, 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 nie in Literatur, vielleicht ist das übrigens eine der Erklärungen, warum es leichter ist, bei mir erstmal über das Essayistische zu reden, weil da beziehe ich Stellung, in Literatur beziehst du nur Stellung für das Menschliche. Da erzähle ich einfach nur, hoffentlich ohne Parteinahme von diesem Menschen, der diese Sachen tut, der unglücklich ist, diese Frau, die am Anfang furchtbar erdrückend, depressiv erscheint, und hinterher am Ende viel netter ist, weil wir merken, das ist mehr so seine Sicht, und so weiter, und so weiter. Aber dieser Roman war einfach seiner Zeit voraus, weil damals wurde weder in Israel noch so sehr hier darüber gesprochen, wie eigentlich die Lage ist für junge Menschen, weil das hat mich nämlich so fasziniert. Ich habe dir einen Roman geschrieben, weil ich viel in Israel bin, und ich habe immer diese jungen Leute gesehen, die waren gerade noch irgendwo beim Armeedienst, und dann am Abend saßen sie irgendwie beim Schabbat mit den Eltern oder waren auf einer Party irgendwie in Tel Aviv unterwegs. Und das hat mir zum Beispiel, das hat mich immer traurig gemacht, aber da war ich nicht beleidigt, dass ich zur falschen Zeit gekommen bin. Es kam ungefähr zehn Jahre später, glaube ich, dieser Film Walls with Bashir. Walls with Bashir, ja. Der war ja damals, wurde sehr, sehr viel irgendwie rezipiert. Toller Film auch. So, genau. Sehr ähnliche Geschichten. Stimmt. Und es geht jetzt nicht mal darum, vielleicht habe ich einfach nur schlecht geschrieben, kann ja sein. Also ich liebe Isaac Singer, hat tolle Erzählungen geschrieben, aber so Romane kann man fast bis auf zwei nicht lesen. Kann sein, dass es bei mir so ist. Aber das zum Beispiel, da hätte ich mir immer gewünscht, dass dieser Roman, gerade weil jetzt so viele Menschen sich dafür interessieren, und gerade weil viele auch so blind sind dafür, wie es wirklich ist, weil sie eigentlich, also ich rede jetzt von Deutschen, die lösen eigentlich die Probleme mit Uropa, statt einfach zu schauen, was wirklich passiert im Nahen Osten. Vielleicht würde so ein Roman ihnen zum Beispiel irgendwie die Augen öffnen für das Menschliche, was da geschieht. Kann es sein, dass Literatur zum falschen Zeitpunkt erscheinen kann? Die Frage ist brillant, aber sag nochmal genauer. Nee, ich meine es im Ernst. Nee, ich meinte das nicht. Nein, weil du gerade sagst, Was du gerade gesagt hast. Nein, weil du gerade sagst, Es gibt Timing, ist alles. Der Roman kam vielleicht zehn Jahre zu früh. Ja, und es gibt, ja, ja, es kann halt sein, dass viele Bücher, manche wissen das ja auch, Anni Ernot, weil ich die vorhin erwähnt habe, sie hat das Glück gehabt, dass irgendwann mal plötzlich die öffentliche, das öffentliche Interesse, das öffentliche Fühlen plötzlich dort war, wo sie schon mal war. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob man sowas vorausschauend oder prophetisch nennen soll, weil viele solcher Bücher, die werden halt einfach nicht entdeckt. Und also prophetisch ist einfach Quatsch. Sie hat über etwas geschrieben, was später die Menschen beschäftigt hat. Das kann passieren. Aber es kann natürlich sicherlich passieren, dass irgendwas nicht entdeckt wird, weil es eben nicht dem öffentlichen Interesse auch als literarischer Text dient. Und das ist der nächste Punkt. Ich habe relativ lange gebraucht, um zu verstehen. Ein Leser muss eigentlich auch zu einem Roman und nicht bloß zu einem Essay sagen, ja, so sehe ich es auch oder so erlebe ich es auch oder das ist auch meine Erfahrung. Das ist das Thema, was mich gerade interessiert. Also, wer Kafka liest, der denkt doch nicht, das tue ich als Schriftsteller. Der denkt doch nicht, das ist ja unglaublich, das ist das schönste Deutsch, was es gibt. Das denkt er ja nicht. Der denkt einfach nur, das ist ja aufregend, so fühle ich mich auch, wenn ich morgens aufwache und nicht weiß, wer ich bin. Irgend so ein Bullshit, ja? Nein, vor dem Gesetz. So fühle ich mich auch. Lass uns ein Spiel spielen, aber wir müssen aufpassen. Ich bin vor dem Gesetz. Ja, aber wir müssen aufpassen. Welcher Kafka-Text bist du, Christoph? Ja, wirklich. Du bist vor dem Gesetz? Ja, ja. Du hast das echt schwer. Tut mir leid. Ja, es tut mir leid für mich, aber das ist sozusagen ein Lebensgefühl, das ist perfekt. Perfekt niedergestehen. Und du willst aber eigentlich ja sagen, wollen wir das nicht noch kurz, merkt ihr das? Wollen wir das nicht noch kurz weiterspielen? Bitte. Christoph will nicht Kafka. Ich bin wie der Typ aus der Strafkolonie, aber nicht der, der auf dem Brett liegt. Und du, Christoph? Musst du nicht. Ich überlege gerade, ich fand das Schloss. Echt? Richtig gut. Aber bist du dann der Vermesser? Projizierst du dich in diese Geschichte? Das ist eine andere Frage. Ich finde halt diesen Schloss, wo es heißt, diese Tür war nur für dich gemacht. Genau, das ist mein Leben. Aber warte mal, bleibt dir eigentlich zu? Nein, er wird nicht vorgelassen. Und dann, als er stirbt, so erzähle ich euch jetzt die Kafka. Als er stirbt, im Sterben, also wird die Tür dann, ich weiß nicht, verrammelt, was auch immer. Ist klar, die wird nie wieder benutzt. Und dann warum? Was ist denn jetzt? Ja, die war doch nur für dich da, die Tür, durch die du nie durch durftest. Ist das nicht genial? Ja, aber das ist natürlich echt traurig. Traurig. Aber das ist fantastisch. Mir tut das so leid. Ich habe eigentlich viel über dich nachgedacht und wie leid. Tue ich dir leid? Nee, aber du scheinst so zu leiden. Das ist auch eine Standardfrage in Interviews mit dir, die du nicht so oft gibst. Aber es ist schon immer dieses, ja, warum leidet denn der jetzt so? Also Giovanni hat dich ja auch mal gefragt bei einer Buchvorstellung. Ich bin mir nicht sicher. Warum tust du dir das eigentlich an? Das atmet dein Werk schon. Ah, okay. Ja, aber jeder wird so geboren, wie er ist. Du halt mit dieser Tür, die dann du nicht betrittst. Das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Mit der Tür, die du nicht betrittst. Ich finde das ein, ich meine, das ist nicht mein Lebensprinzip. Ich finde mich nur in dieser Kafka-Geschichte unheimlich präzise wieder in manchen Momenten, wo ich so denke, was ist das eigentlich für eine verrückte Situation hier? Ich finde das einen unheimlich guten Text. Der Käfer gibt mir gar nichts zum Beispiel. Das so fühle ich mich nie. Also ich kann das lesen, finde das auch gut, aber... Aber, also, du hattest ja noch diese Frage, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nie wie irgendeine Figur. Ich lese wirklich, weil mich eine Welt interessiert. Das ist oft, eine Welt, die nicht eine jüdische Welt ist, aber noch viel öfter irgendwas, was eine jüdische Welt ist. Also mein, der größte, der größte Schriftsteller für mich, den es gibt, das ist Isaac Babel. Der russische... du hättest jetzt Kafka gesagt. Nee. Nee, weil Kafka, Kafka, ehrlich gesagt, Kafka war ein bisschen, der war nicht ganz dicht. Ach ja. Und ist das schlimm? Nee, aber ich glaube auch, dass viele seiner Geschichten gerade nur wirklich Träume sind, die er aufgeschrieben hat hinterher. Aber die Sprache ist einfach unglaublich. Und bei Isaac Babel, den glaube ich jetzt einige kennen, aber nicht so viele kennen, das war ein russischer Schriftsteller, der kam aus einer jüdischen Familie und der war zuerst sehr revolutionsbewegt und entfernte sich immer mehr und wurde zum Schluss dann, weil er einfach nicht anders konnte, in seiner Literatur die Wahrheit zu schreiben und sich nicht angepasst hat, wie viele andere. Ich verkürze das jetzt ja. Und der wurde eben dann zum Schluss auch genau deshalb von Stalin umgebracht. Das ist eigentlich so, als hätte man irgendwie Reinhard Götz umgebracht. Ja, das ist also verrückt. Aber das haben die Nazis genauso gemacht. Also, sozusagen Systeme, die Schriftsteller umbringen, glaube ich, das ist das Teuflischste, was es gibt auf der Welt. Und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, weil die bringen ja auch eine Menge andere um. Aber auf die Idee zu kommen, einfach jemanden nur, der Erzählungen schreibt, dafür umzubringen, das bedeutet, dass man ein großer Teufel ist, der wirklich vor Gott Angst hat. Das kann ich mir nicht erklären, weil der Schriftsteller ist dann für ihn der Gott, der weiß eigentlich, was los ist. Ich als Schriftsteller, ich sehe ja auch den Monstren ins, da sind wir jetzt wieder bei ihm vorhin, ich sehe ja, wenn es mir gelingt, den Monstrum in den Kopf. Wie zum Beispiel auch diesen israelischen Soldaten. Und warum habe ich das mit Isaac Babel gesagt? Wegen der Sprache. Ich finde es fantastisch. Liest du ihn auf Russisch? Ich habe hier und dort auf Russisch, aber die Übersetzungen sind wirklich sehr, sehr gut. das fällt mir, aber ich lese auch schon auf Russisch, also Babel, da strenge ich mich an, ich lese Russisch, also Tschechisch ist für mich Muttersprache Nummer eins, da lese ich normal alles auf Tschechisch, auf Russisch spreche ich normal, aber mit Lesen ist ein bisschen komplizierter. Also nochmal, es ist zwar, es ist so irre, da ist es die Verbindung zwischen der Welt, die er beschreibt, die mir nahe ist, aber auch, wie er Dinge baut, wie raffiniert und ohne angestrengt er auf drei, vier Seiten irgendeine Geschichte, ich kann, es gibt eine Geschichte, den Plot kann ich nacherzählen, das ist, soll ich? Bitte. Die heißt Fröimgratsch. Wie heißt die Geschichte? Fröim, F-R-O-I-M, Gratsch, die ist in der Ausgabe jetzt mein Taubenschlag in der letzten bei Hansa. Odessa, er schrieb ja viel über Odessa, entweder, also sein berühmtestes Buch ist zwar jetzt die Reiterarmee, von dem, als es einen Krieg gab zwischen Polen und Russland, der Sowjetunion nach der Revolution, aber ich mag eigentlich die Geschichten aus Odessa lieber und da geht es meistens um die Gangster aus dem Viertel Moldawanka. Das ist eigentlich, in meiner Ansicht nach hat er eigentlich die ganzen Gangsterfilme begründet, mit diesen paar Geschichten hat er nicht so viel geschrieben. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass in Odessa nach der Revolution waren zuerst die Weißen und dann haben die Roten sie vertrieben. Und unter den Weißen ging es den Gangstern gut und unter den Roten natürlich nicht mehr. Und einer der großen Paten ist Fräumgratsch, ein großer, alter, kräftiger, brummiger, freundlicher Mann. Ein bisschen wie mein Vater. Und Fräumgratsch geht oft zur Kommandatur, weil er der Meinung ist, dass die Roten einfach spinnen. Die sollen doch seine Jungs einfach ihre Geschäfte machen lassen. Er ist ja der König von, also Benja Krig ist eigentlich der König von Odessa, aber er ist eigentlich noch wichtiger. Er ist der Zar von Odessa. Er geht auf die Kommandatur, dort sind die Bolschewiken, dort sind die Politkommissare und dort ist unter anderem noch ein Odessit, also ein Mann aus Odessa, der natürlich Fräumgratsch kennt. Ich weiß jetzt nicht, ist er der Untersuchungsricht? Ihr habt keine Ahnung. Und Fräumgratsch geht zu ihm und beschwert sich. Sagt so und so und so. Das könnt ihr doch nicht machen. Sagt der zu ihm, lass mich mal mit den anderen reden. Ich gebe das so ungefähr wieder. Geht weg. Und während er weg ist und sucht irgendwie den obersten Bolschewiken, dort den obersten Soldaten, guckt er aus dem Fenster, dann sieht er im Hof eine Plane, die über einem Körper liegt, da gucken nur die Beine raus und es ist Fräumgratsch. Haben wir jetzt Gänsehaut wie bei DSDS? Oder? Das ist krass, oder? Entschuldigung. Und dann geht er zu dem Politiker, geht dieser Odessit zu den Politiker und sagt, was habt ihr gemacht? Das war der größte Mann von Odessa. Ja, er war doch so ein Verbrecher. Und sagt der Odessit, ja natürlich, aber so jemanden wie ihn wird es nie wieder geben. Also, wer schreibt seine Geschichte? Das ist nicht, ich meine das jetzt nicht so, das ist nicht bloß eine Tür, die auf und zu war. Das ist auch Plot. Das ist, das ist, und das in einer so unglaublichen, tollen, dichten Sprache. Und so geht es mir beim Lesen. Ich lege ein Buch weg nach zwei Zeilen, wenn es einfach nicht atmet, irgendwas. Das hört, ich glaube, Sonny Rollins hat auch genau gehört, wenn er irgendwie jemanden vorgespielt hat. Wenn Barenboim jemanden vorspielt, da weiß er doch auch beim Geiger sofort nach vier Takten, ob der spielen kann oder nicht. Und das ist das, was mich zuerst interessiert. Aber die meisten Menschen, logischerweise, die wollen erst mal wissen, hat das was mit mir zu tun? Wenn in den 70er Jahren Leute dieses unlesbare Buch von Verena Stephan Häutungen gelesen haben, das war so ein feministischer Roman, kleiner Verlag, großer Bestseller. Dann ging es ihnen nur um die Bestätigung ihres Lebensbildes. So als Feministinnen, ich glaube, da ging es auch, ich habe das damals sogar gelesen, um Liebe zwischen Frauen und wie das eigentlich gegen das patriarchale, was auch immer so. Das ist nur eine Bestätigung. Und deshalb hat das Literatur immer wieder so wahnsinnig schwer. Wir haben zur Zeit, ich werde keine Namen nennen, ganz viele Bücher, die sich gar nicht so gut verkaufen, aber über viel gesprochen wird, die haben eine politische Agenda, eine soziale Agenda. Aber da fehlt das Universelle, das Poetische. Ob ich selbst das kann oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich es versuche. Ich will einfach nur ebenso, wie mein Vater immer da saß, sein Leben lang von morgens bis nachts übersetzt hat, so will ich da sitzen. Mehr will ich nicht tun. Wer war eigentlich dein Vater? Wer oder wie? Wer? Wo fangen wir an? Also er war der Sohn. Ich schweige nicht, weil ich jetzt betroffen oder ergriffen bin, sondern ich will einfach nur nicht so weit zurückgehen, weil das sagt meine Freundin immer, dass ich einfach nie im Leben könnte, dass sie mich als Joker, Telefonjoker machen könnte. Aber in unserem Fall ist das kein Problem. Ja, dann sagt sie, ja und dann wirst du, sie sagt, ja also ich kannte da in Prag ab so einen Verwandten von euch und der war befreundet mit deinem Vater und der hat einmal und dann ist schon 30 Sekunden vorbei. Aber wir haben ein bisschen mehr Zeit. Also mein Vater stammte aus einer Familie, die, Entschuldige, ich drehe mich, weil ich mache jetzt einmal, kann ich einmal so, dass ich mir zu Jochen gucke? Alles Gute. Hi. Mein Großvater stammte eigentlich aus Rutenien. Rutenien ist so ein Zipfel, so kann ich auch nicht sitzen, Rutenien ist ein Zipfel, im Südosten der Tscher-Slowakei gewesen, nach dem Zerfall des Österreich-Ungarischen Reiches, also hing sozusagen an der Slowakei nochmal dran. Das nennt man auch Karpate-Russland, Karpate-Ukraine, wie man gerade will und das ist eigentlich zu sagen, da beginnt schon die Karpaten. Das ist ein relativ für sich so abgeschlossenes Gebiet, bekannte Städte dort sind Mukachevo oder die andere Stadt, fällt mir jetzt nicht ein. Und da stammte mein Großvater her, wurde eingezogen von der K&K-Armee, geriet in Gefangenschaft und blieb in Russland. Heiratete dort eine russische Jüdin und bekam mit ihr vier Kinder, vier Söhne. Und einer davon war mein Vater. Und die hatten, weil mein Großvater so ein kluger Mann war, von dem hatte mein Vater das auch, er war sehr praktisch und obwohl er in der Sowjetunion war, hat er immer, weil er damals noch Karpate-Ukraine zu, oder Ruthenien, wie das hieß auch, zu Tschechoslowakei gehörte, beantragte er immer einen tschechoslowakischen Pass. Das heißt, die Söhne hatten auch tschechoslowakische Pässe. Sogar in der Nazi-Zeit holte er sich dann den Pass von der tschechischen Exilregierung in London. Und das führte dazu, wie wir nämlich, Entschuldige, aber ich erzähle es deshalb, wie kamen wir also nach Prag? Die zwei ältesten Brüder kamen mit der Roten Armee nach Prag und die beiden Jüngeren folgten ihnen. Und mein Vater war plötzlich 46, war er Schüler am russischen Gymnasium in Prag, weil Prag war ja Westen. Wer will in diesem Horror in der Sowjetunion leben? Einfach so, du hast ja die Papiere. So fing mein Vater an, er blieb dann dort, mein Vater war dann blöd genug, trotzdem Kommunist zu werden. Er hat mir nie erklären können, wie ihm das passiert ist. Und ging dann wiederum zurück nach Moskau, um dort Geschichte zu studieren. Wurde gleich nach einem Jahr, da begann gerade Stalin mit seiner antisemitischen Kampagne. Mein Vater hat seinen besten Freund, das wird jetzt alle Freunde der neuen Anne-Frank-Geschichte-Freund, der auch Jude war, denunziert und wurde aus der Partei geschmissen, von der Uni geschmissen, konnte vom Glück sagen, dass er nicht deportiert wurde nach Sibirien und durfte nie wieder studieren und hatte also das Glück, bloß in Schusslakei verrückterweise zurückgeschickt zu werden. Das war wie so eine komische Abschiebung von heute. Und wo er nur noch in die Fabrik, also er durfte nur noch niedrige Arbeiten machen. Das war seine Strafe. Und dann fing er eben nachts zu übersetzen. Und so hat er sich im Laufe der Jahre, hat er mir auch immer gesagt, du darfst als Freiberufler nie einen Job ablehnen. Und so hat er sich im Laufe der Jahre, hat er sich eben, hat er so viel gearbeitet, es ging uns wirklich sehr, sehr gut dort. Wir hatten sogar zwei Autos in Prag. Aber nur mit seiner Hände Arbeit. Das ist ja auch das, was ich immer jedem sage. Also mich interessiert nur meine Hände Arbeit. Mich interessiert nicht investieren. Wenn mich jemand von meiner Bank anruft, sage ich, sorry, zu hart dafür gearbeitet, damit Sie jetzt damit spielen. Ja, also so. Das habe ich von ihm gelernt. Mein Vater war hochintelligent. Der war wahrscheinlich der intelligenteste Mensch, den ich kenne oder kannte. Es gibt noch zwei. Es gibt meine Freundin und es gibt, nein, nein, das ist kein Witz. Du lachst aber so, als würdest du auch sauber sagen können. Ich habe jetzt geraten, was kommt und das hätte ich nicht erwartet. Deswegen habe ich gerade gelacht. Du bist ja ein Macho. Jetzt versuch das, ne? Es wird dir nicht gelingen. Also meine Freundin und, und mein langjähriger Freund, mein Verleger Helge Malchow. Ich glaube, oh Gott, jetzt muss ich aber alle anderen aufzählen. Ihr seid auch alle intelligent. Malchow war auf der Liste. Ja, aber ich wollte was Gutes sagen. Dann sitzen deine drei besten Freunde, sitzen zu Hause und sagen, Moment mal, hat er über mich gesprochen? Denkt er, ich bin ein Tölpel? Nein, nein, aber der Noah Forlani aus Biografie, dessen wahren Namen ich nenne, der hat so ADHS, der würde überhaupt nicht mitbekommen, dass ich das gesagt habe, sogar wenn er es hören würde. Also ich habe keine Probleme. Also mein Vater war hochintelligent. Mein Vater war extrem, auch lebensklug. Er hat es wirklich geschafft. Also so ein Leben als Immigrantenfamilie wünsche ich, sagen wir, jeder Immigrantenfamilie, wie mein Vater vor allem, es uns ermöglicht hat, durch die Klugheit, dann wie die Sache mit der Wohnung. Ich weiß nicht, wer wäre so klug gewesen, ohne Geld, und sie, 50 Jahre, ja, meine Eltern zahlten bis zum Schluss, ich weiß nicht, 1200 Mark, 1200 Euro, das ist, die Wohnung kostet es wahrscheinlich 3.000, 4.000, ja. Dadurch, durch seine unglaubliche, sagen wir, Arbeitsdisziplin, aber er war auch ein hochintelligenter Mann im Erfassen und Zusammenfassen von für andere Leute kompliziert erscheinenden politischen, intellektuellen Zusammenhängen auf das Eigentliche. Also das hoffe ich, habe ich ein bisschen von ihm auch gelernt. Er war cholerisch, das war halt nicht so gut. Was heißt das? Also inwiefern? Ja, cholerisch ist cholerisch. Also ich will jetzt nicht, also wie sagt man auf Lateinisch, Sina irgendwas, also es war schwer, auch gegenüber seinen Kindern? Ja klar. Ja, am besten, am liebsten. Solche Leute sind ja eigentlich nur zu Hause immer wütend. Also vor allem zu Hause dann, willst du sagen, ja. Aber er war auch gleichzeitig unendlich mutig. Also er hat sich auch, wobei er hat dann, irgendwann hat er mir gesagt, jetzt übertreibst du aber. Also ich wurde ihm dann, ich habe es ihm dann ein bisschen zu krass getrieben. Womit? Nein, mit meinem sogenannten Mut. Das war ihm dann auch sehr, also meine Eltern meinten schon auch, jetzt mal jetzt, aber jetzt kann sein, dass es echt schwer wird für dich. Nur das Problem ist, um da zurückzukommen, weil du sagtest, das ist mit dem Mut. Ich habe mir immer gesagt, Entschuldigung, wenn ich das nicht mehr machen kann, dann kann ich doch was anderes machen. Wo ist das Problem? Also ich habe mich nicht so dran geklammert. Aber jetzt zurück zu meinem Vater und er hatte eine unendliche Ausstrahlung. Also ich meine, er war ein Mann, war ein echter Mann. Und ich will aber da nicht sagen, darüber meine Mutter vergessen, weil ich kann nicht sagen, dass meine Mutter weniger intelligent war als er. Meine Mutter war wahrscheinlich weiser, lebensweiser. Ich habe von meiner Mutter, meine Mutter war auch, es ist mir nur so peinlich, weil ich glaube, jeder erzählt so von seinen Eltern, aber das ist mir auch egal, wie toll sie waren. Meine Mutter war wirklich das Gegenteil von meinem Vater in dem Sinne, dass ihre Erziehungsmaßnahme war nur eine, mich in Ruhe zu lassen. Und es ist ja auch das, was du schreibst oder sagst von deinen Förderern, dass viele ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dich auch in Ruhe gelassen haben. Aber gab es nicht so einen Dauerkonflikt mit deinem Vater? Meine ich das nicht überall? Naja, irgendein Dauerkonflikt ist, wir hatten ja keine, weißt du was das, der riesige Vorteil war? Wir hatten politisch keine Probleme miteinander. Nichts. Da war ja nichts. Also wenn deutsche Kinder beispielsweise, warum deutsche? Es gab keinen Generationenkonflikt zwischen dir und deinem Vater. Ja, in Frankreich war ich jetzt, ich habe gerade jetzt irgendwie gesehen, Vichy in Algerien. Ich kannte sogar, meine Eltern hatten sogar eine Freundin, deren Mutter oder sie selbst, vielleicht habe ich es vergessen, die hatte ja einen Kampf mit ihrem Vater, der für Vichy Horrorsachen in Algerien gemacht hat. Das habe ich ja nicht gehabt. Das ist natürlich, deshalb ist vielleicht das Wort Dauerkonflikt falsch. Es ist... Es gab eigentlich keine Reibung und dadurch ist... Oder keine politische Reibung. Es gab keine inhaltliche, sagen wir so. Wir waren eigentlich in allem nicht einer Meinung, das ist ja Quatsch, aber unser Blick auf das, was für Menschen richtig ist, widersprach dem Blick des anderen nicht. Irgendwie so. Aber er war einfach, wie gesagt, er war cholerisch, er war natürlich autoritär. Also zu Kindern sollte man anders sein, als er es teilweise war. Und das war halt das Problem. Und meine Mutter eben, die hat uns einfach in Ruhe gelassen oder wenigstens mich. Vielleicht ist es zwischen meiner Schwester und ihr ein bisschen anders, aber eigentlich auch. Und... Nee, ich glaube, bei mir war sie sogar noch liberaler. Und sie wollte nie was von mir. Und wenn sie was brauchte, das hat sie dann auch immer sehr, sehr zart gesagt. Und gleichzeitig war sie eben sehr weise, sehr klug. Sie war sehr literarisch im Gegensatz zu meinem Vater. Also ich sehe meine Mutter immer nur eben in ihrem Schlafzimmer vor allem liegen und irgendwelche russischen Bücher lesen. Mein Vater hat nur Zeitungen, Zeitschriften gelesen. Also der hat seinen letzten Roman gelesen, glaube ich, in der Schule. Das heißt, du als Autor vereinigst du beide? Weil du hast die literarische Seite, wenn ich das jetzt so verstehe, von deiner Mutter und die journalistische Seite dann eher von deinem Vater? Also wenn es so ist, ja. Und ich habe aber auch gleichzeitig, jetzt kommt das, meine Mutter hat immer gesagt, also Frauen haben ein Problem, sie sagte das. Frauen haben einfach ein Problem, zum Beispiel eine größere Arbeit zu schreiben, weil sie so neugierig sind und sie recherchieren immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und männlich ist es, sozusagen die Disziplin zu haben, zu sagen, genug. Oder zu sagen, ich habe alles verstanden, ich kann es euch erklären. Nee, ich habe eine These und ich habe dazu jetzt die Belege und Zitate. Also meine Mutter war träumerischer und mein Vater war effektiver. Aber es ist auch immer, ich habe zwei, dreimal die Situation gehabt, ich sitze in meinem Zimmer in Hamburg und mein Vater hat mir ja auch mit zwölf eine Olivetti-Praxis 47 geschenkt. Ja, das ist so eine krasse elektrische Schreibmaschine. Kinder, vor dem Internet und Computern gab es Schreibmaschinen. Worauf schreibst du heute? Das habe ich nämlich, ich habe es gelesen, habe ich es auch gefragt, was machst du heute? Wie schreibst du? Kannst du mal Mac? Mac. So, und dann kommt er rein, sieht mich tippen, sagt er, also ehrlich gesagt, sagt er, mir wäre Liebe, du würdest irgendwie Ingenieur oder Arzt werden. Zu spät, er hat ja die Schreibmaschine schon geschenkt. Also ein bisschen Widerspruch. Ich würde ganz kurz wegen meiner Mutter und dann höre ich schon auf mit dem Monologisieren. Das Literarische kam deshalb von meiner Mutter, weil wir uns da irgendwie verstanden, ohne dass ich es damals begriffen hätte. Mir war ja auch nie so ganz bewusst, dass sie im Laufe ihrer Jahre ab und zu eine Erzählung geschrieben hat. Davon hat sie nie gesprochen? Ja, nein, irgendwie nicht, weiß nicht. Ich habe das erst mitbekommen, als ich schon selbst angefangen habe zu arbeiten, dann hat sie mir zwei, drei am Telefon vorgelesen, auf Russisch. Da war sie gerade, war diese Uni-Sache, wo wir bis heute nicht wissen werden, ob das dieses Wirtschaftsgeografische Institut, glaube ich, war. Das war dann irgendwie zu Ende und da gab es eigentlich nur noch einen Hund. Wirtschaftsgeografie. Das ist ein Typo bei mir. Natürlich, Wirtschaftsgeografie kenne ich. Was habe ich gesagt? Nee, ich habe gesagt vorhin, Wissenschaftsgeografie, das steht da aus, aber natürlich Quatsch. Ach so, nee, du hast Wirtschaftsgeografie. Nee, du hast Wirtschaftsgeografie. Das werden wir vorne brutal schneiden, nicht. Nein, nein, auf keinen Fall, weil du hast es richtig gesagt. Oder wir sind... Das ist richtig gesagt. Ich bin mir nicht sicher, nee, aber egal. Und dann habe ich, weil mir einfiel, weil ich hatte einen Freund, weil ich oft mich interessiert habe und nicht nur für meine Mutter. Also ich habe einigen Leuten sozusagen so einen Schubser gegeben, weil ich das eben wiederum selbst erfahren und gelesen, äh, 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 gesehen habe. Und dann fiel mir ein, meine Mutter schrieb ja nur Russisch und das Russisch meiner Mutter ist meiner Ansicht nach auf dem Niveau der großen russischen Schriftsteller gewesen. Das, leider merkt man es in den Übersetzungen nicht mehr ganz, weil die nicht so großartig sind, wie sie sein sollten. Und dann fiel mir ein, ich kenne eine Lektorin, ich weiß von einer Lektorin beim Fischer Verlag, damals beim Fischer Verlag, die Russisch kann. Ich dachte, die kann auch sehr gut Russisch. Ohne sie zu kennen, habe ich sie angerufen, wie man das so in der Steinzeit gemacht hat. Aber hallo, ich bin der und der. Die Leute, die Leute haben das Telefon abgenommen, ne, damals. Ja, was sollen sie sonst? Das versteht heute keiner mehr. Niemand nimmt sein Telefon ab. Ich schon. Ja, haben wir jetzt gelernt, das ist sehr historisch. Jedenfalls, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht mehr, was mit der Formulierung, ich hebe das Telefon ab, gemeint ist. Natürlich. Und dann wütend den Hörer auf die Gabel zu werfen, ist auch komplett. Auf die Drehscheibe. Ja, Weltscheibe. Naja, und dann habe ich sie eben angerufen und habe ihr das erzählt, ob sie vielleicht Lust hätte, ein paar von diesen Erzählungen zu lesen. Ich bin zu weit weg. Ein paar von diesen Erzählungen zu lesen. Und klar, habe ich ihr geschickt, ein halbes Jahr später hatte meine Mutter einen Buchvertrag. Und so begann eigentlich das, wovon, wie ich später erfuhr, meine Mutter Jahrzehnte vorher schon geträumt hat. Meine Mutter hat nur das, so, sonst wäre es nie passiert. Sie hatte diesen, diese, diese, ich muss das wirklich sagen, sie hatte diese, diese Zielstrebigkeit, diese pragmatische Zielstrebigkeit nicht. Wenn mein Vater hätte Schriftsteller sein wollen, hätte es gemacht. Und wenn man ihn gefragt hat, und schreiben sie auch, sagt er, nein, bei uns schreibt nur alle anderen und der Hund, aber ich nicht. Mir wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwas zu schreiben. Wann wusstest du eigentlich, dass du Schriftsteller werden willst? Das wusste ich eben nicht. Das war die Geschichte. Ich habe damals, glaube ich, das habe ich nicht zu Ende erzählt. Aber wann wusstest du, also ab wann war dir klar, ich bin Schriftsteller? Also am Anfang wusstest du das nicht? Nee. Was hast du erzählt? Also Siegfried Unseld, habe ich gehört, hat immer gesagt, ab dem dritten Buch ist man ein Schriftsteller. Aber wie kommt man dazu, das erste zu schreiben? Das war, wie ich vorhin sagte, das waren ja diese Erzählungen, die ich geschrieben habe, so wie ich Gott behüte Lieder geschrieben habe. Die stell dir vor, die wären richtig produziert worden. Und dann kam es eben durch ein paar Zufälle dazu, dass mich eben, von dem ich vorhin sprach, also dieser Hubert Winkels lädt mich zu diesem Literaturfestival ein, da lese ich das vor. Genau. Und das kriegt dann wiederum Helge Malche, von dem ich spreche, das damals junge Lektor bei Keep my Witch mit und sagt zu ihm, ich habe gehört, du hast eine Erzählung geschrieben, wir machen eine Anthologie, kannst du uns auch eine Erzählung schreiben? Da waren wir vorher nicht zu Ende gekommen. Dann habe ich diese Erzählung geschrieben. Dann hat er die abgedrückt und gesagt, hast du eigentlich noch mehr? Habe ich ihm das geschickt? Und da kann ich dir jetzt eine Live-Geschichte erzählen. Dann habe ich ihm das geschickt und bin gerade in München, ein, zwei Monate später, umgezogen von der Isabellastraße zum Hundzollernplatz. Und da hatte ich noch kein Telefon und irgendwann war es so an der Zeit. Und dann ging ich vier Stockwerke runter, was übrigens meine Nachbarn die Gigs 50 Jahre gemacht haben. Und ich ging vier Stockwerke runter, zur nächsten Telefonzelle, an der Ecke Fallmerei-Straße, glaube ich. Ne, andere Straße, weiß ich jetzt nicht. Da, wo das Tricolonne war, weißt du noch? Ne. Und rufe Helge an. Ja, von der Telefonzelle aus. Ja. Das ist so, ja, egal. Und dann sagt er, ja, ich kann jetzt leider kein Kölsch, ich spreche da so ein bisschen Kölsch. Ja, habe ich gelesen, ja, gefällt mir sehr gut, ja, wir wollen einfach, wir würden gerne ein Buch machen, okay? Und das, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und das war natürlich ein Moment, wo ich mich unheimlich gefreut habe. Und danach habe ich überhaupt erst die wichtigste Erzählung für das Buch geschrieben. Da gibt es so eine lange Erzählung, sie hat 50 Seiten, und die ist eigentlich das Herz des Buches. Ohne das wäre das, glaube ich, alles ganz anders geworden. Also das war, glaube ich, der erste Moment des Schriftstellerwerdens, wirklich dieser, diese, es zu hören. Dass jemand an einen glaubt als Schriftsteller. Also, dass jemand glaubt. Ne, das, siehst du, das ist der Punkt. Nicht glaubt. Denkst, das kann man machen. Oder wir machen es. Ich habe ja auch immer bei jedem Text, den ich schreibe für eine Zeitung, will ich immer nur eins wissen von dem Redakteur. Druckbar oder nicht? Mich interessiert der Rest nicht. Ich will auch nicht gelobt werden. Das Interesse ist mir unangenehm. Also, er sagt druckbar, toll, machen wir. Dann erschien das, wenn ich einem reichen Tod bin, es gab das, was es gab, ein paar Jahre, dann schrieb ich halt weiter. Ich hatte ja auch Zeit. Ich habe mir auch mein Leben immer so eingerichtet, dass ich Zeit habe für sowas. Ich musste ja, ich konnte ja Geld verdienen mit einer Kolumne im Monat und das reichte mir dann um zwei. Diese Honorare erscheinen mir sehr hoch, die du da erwähnst. Nee, die sind nicht sehr hoch. Weißt du, dann muss ich jetzt, wie sagt ihr immer, wie sagt man in Klammern auf Lateinisch? Wie sagt man in Klammern auf Lateinisch? Ja, in Paranthese. Karen, wie heißt das auf Englisch, Christoph? Kann ich in Paranthese was sagen? Weißt du, warum der Journalismus heute so scheiße ist? Warum bitte? Weil die Leute so wenig Geld haben, dass sie damit verdienen. Deshalb haben sie keinen Moment. Deshalb haben sie keine Zeit, diese tollen Texte zu schreiben, nachzudenken und sich freizunehmen und nichts zu tun und so weiter und so weiter. Also ich sage, 80.000 Journalisten machen jetzt La-Ola-Wellen, weil sie natürlich recht geben. Aber es ist so. Ich hätte diese Art von Kolumne zum Beispiel nicht erfinden können, wenn ich nicht jeden Monat dafür zwei Wochen Zeit gehabt hätte. Also Spiegel-Online-Kolumnen von früher, als das noch irgendwie gelesen wurde. Das wird doch gelesen. Ich kenne mich nicht so aus, aber ich glaube schon. Also in meinen Kreisen nicht, aber der zum Beispiel der Jan Fleischhauer, der ist wirklich, wie Pietro Lombardi sagen würde, der ist ja Maschine. Also der schafft es wirklich, jede Woche sich krass vorzubereiten und einen perfekten Text zu schreiben. Aber der ist der Einzige. Ich weiß nicht, wie er das macht. Seit wie vielen Jahren? Jede Woche. Ich habe, wie gesagt, gebraucht zwei Wochen für so einen krass durchdachten, vorbereiteten, recherchierten Text. Und da, ich bleibe, also ich bin davon überzeugt, dass wir mehr guten Journalismus hätten. Übrigens auch, wenn es wieder Autorenverträge gäbe, diese widerlichen Pauschalen, die ja nur dazu da sind, die Leute einfach zu hecheln zu lassen. Entschuldigung, darf ich nochmal fragen, wie hoch war das Honorar bei Tempo? Tempo? 4.300 Mark. Das darf man ja mal zwei nehmen in der Kaufkraft, ne? Christoph, oder was würdest du sagen? Ich würde sagen eins zu eins. Ja? Ja, das war ein Jahr lang so. Ja, okay. Lass es vielleicht 5.000 sein. Ja, also schon. Aber die wussten, was sie taten. Ganz viele Leute kauften Tempo nur wegen dieser Kolumne. Das war der Peichel, der das wusste, was man... Aber später kamen ja noch einige andere. Niemand hat mich... Jörgs war sowieso ein Genie. Jörgs kommt, Jörgs Stern-Chefredakteur, wird rausgeschmissen, weil er ein Editorial schreibt, in dem er sagt, ich möchte kein irgendwie DDR-Bürger sein, oder irgendwas Anti-Ossiges. Und der wird Tempo-Chefredakteur. Wir sind alle entsetzt, weil das sind ja eigentlich für uns Feinde. Du musst sozusagen Tempo ist eigentlich gegründet worden, ursprünglich, um den aus damaliger Sicht den besseren Stern zu machen. Genau. Den Anti-Stern zu machen. Dann wird ausgerechnet, sagen wir, der Chef des... 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 Also er macht so ein bisschen... Also er macht so ein bisschen... Auch er redet vom New Yorker Haften, glaube ich, und so. Anruf von Michael Jörgs. Weil meine Verabredung war 4.300 für Kolumne und sollte ich meinen großen Text schreiben, nochmal 4.000 Mark. Alter. Ja, was Alter? Wie alt warst du damals? Genau. Lass mich nochmal rechnen. Ende 20? Anfang 30? Nee, schon. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Ich war ja besser als die 4- oder 60-Jährige. Der jüngere Text, der ist ja nur so entstanden. Der konnte nur so entstehen. Und der jüngere Text ist wahrscheinlich der einzige gute journalistische Text, den ich jemals geschrieben habe. Jedenfalls... Jünger. Nicht Quatsch. Jürgs. Jürgs. Auch J.Ü. So, den ich wirklich über alles geliebt habe. Und ich war wahnsinnig wahnsinnig traurig. Mittlerweile verstorben. Er hat später viele Bestseller geschrieben. Ja, das ist so schrecklich traurig. Das ist so ein großartiger Mann, der immer auf die Frage, sagen Sie, warum sind eigentlich alle anderen so schlecht? Die ganzen Chefredakteure heute und so. Sagt, wissen Sie, ich habe hier nur eine Mietwohnung in der Iserstraße und ein Klavier. Und die sind die ganze Zeit mit irgendwelchen Eigentumswohnungen und Deutschland beschäftigt. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls ruft er mich an und sagt, ich bin hier neuer. Ich will mich vorstellen. Kurz über Geld reden. Also Sie bekommen ja hier diese 4.300 als monatliche Autorenhonorar und so. Und Sie haben noch diese Extra-Vereinbarung, großer Text 4.000. Und ich denke, okay, da gehen die 4.000. Also ich habe mir überlegt, ich möchte das gerne verdoppeln. Und dann habe ich gesagt, Herr Jürgs, toll, darf ich es überdenken? Weil ich dachte, das muss doch irgendein Haken dabei sein. Und dann weinte ich kein Haken dabei und das habe ich halt dann auch gemacht. Also ich finde, wie gesagt, der deutsche Journalismus, aber endlich wollte ich ja über etwas anderes sprechen, der ist sehr kaputt gemacht worden durch dieses endlose, fantasielose Spahn, Spahn, Spahn. Ja. Und Ausbeuten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es übrigens keine Gewerkschaften für Journalisten mehr gibt. Die werden so fertig gemacht. Naja, und wo sind die, wenn Journalisten jetzt plötzlich irgendwie von Printmedien, wenn die auf einmal die ganze Zeit selbst Sachen online stellen müssen? Wo sind jetzt die Gewerkschaften, die dann fordern mehr Geld dafür, die dafür mehr Geld fordern oder dass andere Leute eingestellt werden? Ich kann jetzt nicht weiterreden, weil wir sind gerade in Tarifverhandlungen. Es geht aber um eine ordentliche Angleichung nach oben in unserem Fall. Ich habe nicht von der Zeit gesprochen. Nee, nee, ich sage es nicht. In dem Fall Zeitung. Sollen wir über Literatur, also weil wir waren ja kurz gestrandet, wollte ich ja eigentlich diese Vorstellung noch fertig machen. Eine Sache habe ich mir gemerkt, du hast ja 2000 diesen Roman veröffentlicht und du hast glaube ich im selben Jahr, wenn meine Notizen nicht falsch sind, eine Tagung organisiert, Freiheit für die deutsche Literatur, ist das richtig? Die heute legendär ist. Entschuldigen, wenn ich noch mal kurz darauf zurückkomme, auf den Topos, aber du hast schon so eine Art Schriftstellerbeschimpfung auch auf dieser Tagung. Nein. Hast du den Text gelesen? Ja. Ist das eine Beschimpfung? Es wurde, können wir uns darauf einigen, es gab Leute, die sich beschimpft fühlen. Aber weißt du, die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke, nein, die ist wirklich eine Beschimpfung. Ja. So, in meinem Text, also soll ich erzählen, was das war? Bitte. Schlappschwanzliteratur ist das Wort, was bis heute zu Donner, also es gibt doch diesen Nachhalfen damals. Ja. Also kann man jetzt nicht. Nein, es ist mir ja völlig klar, dass irgendwie so griffige Sachen übrig bleiben und das ist auch mein Risiko. Aber wenn ich dann so mit jemandem rede, kann ich es erklären. Ich hatte immer den Traum, weil ich, ich habe jetzt schon öfters gesagt, ich bin ja immer ein bisschen naiv und ich habe wirklich gedacht, es wäre so, so schön, wenn wir alle so der jungen und mittleren Generation wenn wir uns mal treffen würden. Ich wollte jetzt nicht gerade gleich eine Gruppe gründen. Also nicht wie die Gruppe 47? Nein, nein. Bing. Ich wollte keine Gruppe gründen, aber ich war ja auch damals mit einigen bekannt oder befreundet. Ich war sehr befreundet, zum Beispiel mit dem ganz, ganz großartigen deutschen Schriftsteller Jakob Arjuni, der zum Beispiel kaum irgendwie heute existiert. Der ist leider auch schrecklich. Viel zu früh gestorben. Ja, furchtbar. Und ich wollte einfach, dass wir echt diskutieren. Da möchte ich auch wieder in Parenthese kurz setzen. Es regt mich, aber ich komme darauf wirklich zurück. Es regt mich wahnsinnig auf, dass seit ein paar Jahren ständig von Streit geredet wird in Deutschland, wenn es vermeintlich, wenn angeblich damit Diskussion gemeint ist. Und das Wort Streit, dass so viele intelligente Leute Streit mit Diskussion verwechseln in ihrer Terminologie, finde ich entweder erschütternd oder sie haben halt nicht aufgepasst. Und ich wollte nicht streiten, ich wollte diskutieren. Vielleicht können ja Deutsche nicht diskutieren, vielleicht können sie ja nur streiten, kann ja sein. Und meine Idee war eben, wir sind da in diesem wunderschönen Gebäude von der Evangelischen Akademie Tuzing. Übrigens zu verdanken war das einer fantastischen Frau, der Frau Andert, die das damals, die hat mich geradezu aufgefordert, bei ihr eine Veranstaltung zu machen. Ich habe davor noch eine andere gemacht. Ich habe leider echt vergessen, worum es dabei ging. Und das war sehr schön. Und dann hat sie gesagt, machen wir doch nochmal was. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne das machen. Und ich musste ja nichts dafür tun, organisatorisch. Das war das Genial. Da war dieses tolle Gebäude, da waren Veranstaltungsräume, da waren Essen, da waren Betten. Es war einfach alles da, wir mussten nur hinkommen. Und ich musste vorher das Programm mir ausdenken und die Leute anrufen. Und mein Programm war, die Idee war so, also der Name, wie hast du gesagt, Freiheit für die deutsche Literatur? Denn damit wollte ich ja eben nicht sagen, wir fordern die Freiheit für die deutsche Literatur, sondern ist das überhaupt möglich? Und dann sollte es in diesen Referaten oder Diskussionen um diese Fragen gehen, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Es gab auch zwei Lesungen. Ich glaube, eine Lesung war der Christian Kracht. Kann mich jetzt nicht an die einzelnen Veranstaltungen erinnern. Ich habe aber, also ich habe halt eben darüber gesprochen, ich habe einen Eröffnungsvortrag gehalten, in dem die These war, das war ein langer Essay, der ist auch übrigens in der Zeit erschienen, langer Essay, in dem ich sage, die Generation der Schriftsteller heute ist, wir sind eigentlich die Kinder von Kohl und Helmut Kohl. Helmut Kohl, gut, den muss man jetzt nicht erklären. Und wir sind es gewöhnt einfach, dass es im Prinzip kein Gut und kein Böse mehr gibt. Und dadurch, dass es kein Gut und Böse mehr gibt, können wir auch gar nicht mehr erzählen, weil zu jedem literarischen Text gehört ja ein Kampf zwischen Gut und Böse oder nicht ein Kampf, oder das Bewusstsein von Gut und Böse. Und dann habe ich ein paar Beispiele genannt. Dann habe ich jemanden sehr gelobt. Also aus meiner Sicht, hier hat das jemand toll gemacht. Das war zum Beispiel Danferidon Saimoglu mit seinem damaligen Einbuch. Und dann habe ich als Beispiel für das völlige Misslingen auf Grundlage dieses komplett amoralischen Denkenseins das neue Buch von Reinhard Götz genommen. Der, aber zu dem Zeitpunkt nicht aber, der in der ersten Reihe saß. Natürlich, wo soll er sonst jetzt? Und dann beugst du dich zu ihm runter und sagst, auch du lieber Reinhard. Oder so sinngemäß, ich zitiere jetzt. Nee, ich habe mich nicht, bekomme ich gar nicht beugen. Das ist jetzt echt eine geile Legende. Aber hast du ihn direkt nochmal angesprochen, oder? Das klingt wie nach Cäsar und Brutus. Aber finde ich gut. Gefällt mir. Wir wollen, dass es so bleibt. Nein, 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 nein. To Reinhard. Jetzt wird es interessant. Naja, also auf jeden Fall. Und er, der wirklich so die Leute beschimpft hat, der hat ja auch einen Gewalttext im Merkur mal geschrieben, in dem er dem amerikanischen Präsidenten Reagan, also das Ich, dieses Textes, ins Gesicht schießen will. Also das ist zum Beispiel eine Art von nicht argumentieren, weil wir drüber gesprochen haben. Ist er beleidigt. Also ich war nicht dabei, ich habe es ja nicht nachgelesen. Aber er ist weggegangen, er hat den Raum verlassen. Das weiß ich nicht mehr. Aber was dann passiert, ich habe ihm gesagt, wir haben noch eine Abschlussdiskussion, musst du unbedingt mitmachen. Und er hat immer irgendwie die Fassung bewahrt, mehr oder weniger. Aber er war offen, weil ich auch, ich glaube, mir ging es auch darum, dass er immer zu sagen, er ist ja wirklich, also seine Sprache ist so gut, so schön, also ich weiß jetzt nicht, so wie Kafka ist er nicht, aber er ist schon ganz einer der wenigen deutschen Autoren, die wirklich, also der, 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 der Poseautoren, der wirklich auf höchstem Niveau ist. Also ganz fantastisches Deutsch. Nur, man versteht oft gar nicht, worum es geht. Das ist ja auch sowas, was nur in Deutschland geht. Schreib einen Text, wo du nichts verstehst und du heißt Elfriede Jelenek und kriegst auch noch von den, von den irgendwie auf Nazi-Porno stehenden Schweden den Nobelpreis. Und damit meinte ich das. Ja? Und ein Jahr später, SZ-Magazin, war ein Interview, glaube ich, mit ihm, wo er dann irgendwie mich dafür beschimpft hat, was ich mir da erlaubt hätte. Ich habe keine Worte dafür, außer, tut mir leid, dass du zu Hause nicht diskutieren gelernt hast. Weil ich habe ja nicht gesagt, nochmals, du hast einen kurzen Schwanz oder du hast irgendwie eine hässliche Frisur. Ich habe einfach nur nachgewiesen, warum ich der Meinung bin, dass dieser Roman auf Grundlage der, sagen, der Grundlegung, die ich, sagen, davor beschrieben habe, misslungen ist. Darf ich auch, wir sagen übrigens, eine Klammer aufmachen? Jetzt weiß ich, also wir sagen eine Parenthese, machen wir nicht so. Wir machen eine Klammer auf. Darf ich kurz noch eine Klammer dazu aufmachen? Weil es schon öfter anklang. Ich finde es trotzdem, ich sage jetzt mal positiv, wahnsinnig mutig, eine Menge Schriftstelle einzuladen und die dann zu beschimpfen. Aber ich habe ihn nicht beschimpft. Merkst du es? Du kriegst es nicht aus dem System. Ich beschimpfe den nicht. Er hat mich beschimpft. Das ist halt nicht wahr. Naja, sich runterzubeugen oder nicht runterzubeugen, aber jemanden anzusprechen oder auch vor Versammelpublikum zu sagen, ich bin der Meinung, und das sind jetzt meine Worte, dass ihr alle, nicht ihr alle, viele von euch, manche von euch, Schlappschwanzliteratur veröffentlicht. Das müssen wir jetzt rausholen, zitieren. Das müssen wir sehen. Steht da drin, ihr macht Schlappschwanzliteratur oder es gibt, also das gibt es schon auf die Formulierungen. Aber auf jeden Fall war das ein schönes Wort mit der Schlappschwanzliteratur. Ja, das hat sich vererbt. Ich wollte auf etwas anderes raus. Egal, wie wir das jetzt formulieren, es gehört Mut dazu. Mut. Darauf wollte ich kommen. Und auch so eine gewisse, also bevor die Mikros angingen, leider hattest du dich freundlich zu Sabine Rückert geäußert, die auch mal in diesem Podcast war. Warum leider? Ich bewundere sie. Leider, bevor die Mikros an waren. Die ich auch für wahnsinnig mutig halte, weil sie ganz oft, und darüber haben wir hier schon ausführlich gesprochen, gegen eine Art Mainstream bestimmte Geschichten veröffentlicht hat. Gegen eine Mehrheitsmeinung. Sehr zu empfehlen zum Beispiel, sehr lehrreich, die drei Folgen über den Kachelmann-Prozess in ihrem Podcast, die wahnsinnig gut sind. Ja, finde ich auch. Wirklich tolle drei Audio-Folgen. Möchtest du ein bisschen Weißwein? Auf keinen Fall. Ich trinke keinen Alkohol, danke. Ich weiß. Deswegen, ich habe es mal probiert. Aber wir haben noch so ein paar. Ach nee, die war es für sich. Jelly. Nee, das sind die. Vorhin wusste ich den Namen noch. Ja, stimmt. Du hast es vorhin genannt. Ich war so erstaunt. Was ist denn das? Figurenten. Gummi, Frucht, Jelly. Jelly, Frucht, Gummis. Entschuldigung, habe dich unterbrochen. Nee, gar nicht. Stehen wir so auf dem Tisch rum. Also, wenn ihm kommt dieser Mut her, Coolartist, frage ich mich. Ich kann darauf böse, blöd antworten. Wo kommt die Feigheit her bei den anderen? Ich habe aber Verständnis dafür. Das weiß ich einfach nicht. Es ist einfach, also. Du meinst, die denken auch so, aber trauen sie es nicht? Oder ist es vielleicht so, das kannst du ja nicht so drüber machen? Kann ich davor sagen, ganz kurz. Ich bin nicht so mutig, weil wenn ich im Gulag wäre, dann würde ich immer genau das tun, was mein Aufseher will. Ich würde auch nicht das machen, was zum Beispiel Nawalny macht. Ich würde, wenn es wirklich hart auf hart käme, verschwinden und nicht gegen eine Diktatur kämpfen. Ich würde also in anderen Worten mich nie physisch einer Gefahr aussetzen. Das ist einfach so. Ich bin sozusagen ein glückliches Kind der Demokratie. Und das ist das. Warum ich jetzt keine Angst oft habe, ist, offenbar habe ich einfach genetisch. Das ist einfach so. Ich habe braune Augen und ich habe irgendwie eine gerade Nase. Meine Mutter meinte immer, ich habe die schönste Nase. So was. Und ich bin neurotisch und ich bin hypochondrisch, aber ich bin auch selbstbewusst. Ich kann mir nicht helfen. Deshalb kann man mich auch, ich habe gesagt, ich bin ja auch deshalb nie beleidigt, weil du kannst mich nicht beleidigen, weil entweder hast du mit deiner Kritik recht oder es hat nichts mit mir zu tun. Weil du gerade jetzt sozusagen so Begriffe wie Gulag genannt hast. Man könnte ja auch andersrum drüber nachdenken, da du ja durch deine Familiengeschichte erlebt hast, was es heißt, nicht in einer Demokratie zu leben, ist dir vielleicht noch stärker bewusst, dass es dieses Recht auf freie Meinungsäußerung gibt im Sinne von, ich kann kritisieren, ich kann Menschen inhaltlich kritisieren, ich kann sagen, ich lehne das ab, was du machst inhaltlich oder so. Vielleicht noch stärker als andere, die das eigentlich nie so erlebt haben. Das meine ich jetzt nicht als so ein schleimiges Kompliment. Du sagst es eigentlich nicht nur besser, als ich es hätte sagen können, sondern mir ist das nicht so klar gewesen. Du hast völlig recht. Ich bin eigentlich, und das wird jetzt pathetisch klingen, das weiß ich, ich redigiere gerade mein Leben, wenn ich sage, es wird pathetisch klingen. Es ist ein großes Geschenk für mich, dass ich sagen kann, was ich will. Trotzdem kenne ich genug Leute, die ähnliche Biografie wie ich haben und trotzdem sich in die Hosen machen würden bei ähnlichen Sachen. Also was ich sagen würde, ich kann nichts dafür, so bin ich. Und Teil dessen ist meine Erziehung natürlich. Durch die Erfahrung, die du sagst, also Emigration, ich habe halt gesehen, was passiert. Ich habe gesehen, ich weiß, dass mein Vater wegen nichts eigentlich sein Leben musste zerstört werden, aber ich habe genug andere Geschichten in unserer Familie gehört. Mich hat ja auch, irgendwie hat mich eigentlich, sagen wir, der Golagismus, hat mich mehr geprägt, also alles, was mit Stalinismus zusammenhängt. Darum auch, glaube ich, diese unglaubliche Nähe zu Babel, hat mich viel mehr geprägt als Nationalsozialismus. Ich, in unserer nächsten Verwandtschaft gab es niemanden. Es gab ganz weit entfernte Leute, die in Babi Yar umgebracht wurden, in Kiew, bei diesem ersten großen Massaker. Aber das war sehr, sehr weit weg. Und es gab eine Tante, die aber nur so eine angeheiratete Tante war, die habe ich aber erst ein bisschen später kennengelernt, weil die lebte in Israel. Die habe ich so mit zwölf kennengelernt und ihren Mann, er war Partisan in der Slowakei, slowakische Jude, und hat mir auch manchmal seine, nicht manchmal, einmal hat er mir seine abgefrorenen Szenen gezeigt. Und sie war in Auschwitz, und zwar im, sagen wir, wirklich im tiefsten Auschwitz, mit ihrer Schwester. Und das war sehr interessant, einfach, sie war der einzige Mensch, der mir einfach in meiner Nähe diese Dinge, von diesen Dingen erzählte. Sie erzählte mir halt, sie war auch übrigens, sie hasste nicht die Deutschen, sie hat auch mal gesagt, ach, du sprichst so ein schönes Deutsch, wie ein deutscher Offizier. Und, aber es hat sie nicht, es hat sie aber irgendwie nicht mal als Witz gemeint. und sie hat wirklich ganz knapp ihre Schwester gerettet, die war schon in der Krankenbaracke, wo man dann wegselektiert wurde, dann ist sie noch rein nachts und hat dann irgendwie den Kapu oder wie noch immer bestochen, ich glaube mit dem Pullover. Hat sie raus, und haben sie sie wieder zurückgebracht, weil die hatte wirklich, weiß nicht, Typhus oder was, und haben sie sie irgendwie durchgeschleppt, bis zur Befreiung, nee, vor der Befreiung von Auschwitz, dann mussten sie noch auf den Todesmarsch bis nach Bayern und da haben sie sich sogar verloren, wiedergefunden und so. Und die Tante übrigens und mein Vater und der Sohn der Tante, mit denen waren wir wieder um die 90er Jahre in dem Geburtsort meines Großvaters da in Ruthenien, wo sich der Kreis schließt. Aber auf jeden Fall, der Bolschewismus, der war mir in meiner Familie viel, viel näher, weil ich ganz viel davon gehört habe. Es hat mich immer bewegt und ich fand es auch so wahnsinnig interessant vermutlich deshalb, weil ich den Idealismus vieler Kommunisten, früher Kommunisten, später dann nicht mehr, später halte ich sie nur noch für Idioten, aber der Idealismus der frühen Kommunisten, der fasziniert mich, weil die wollten es, die wollten ja wirklich, die hatten ja nicht die Erfahrung, die wir heute haben. Und wie sie dann einfach in diese Mühlen des Systems gerieten, das sie mit aufgebaut haben, also richtig zur Parodie wird es, wenn ein GPU-Chef nach dem anderen sozusagen weggesäubert wird und der Nächste weiß, ich bin ja eigentlich auch bald dran. Also das ist für mich, glaube ich, faszinierender, als einfach, sagen wir, auf das nationalsozialistische System ganz kurz nur noch zu gucken und ich schaue immer darauf als Schriftsteller. Das interessiert mich. Also ich habe, nochmal Babel, ich habe, es ist ganz witzig, es gibt einen deutschen Schriftsteller, Ralf Rothmann, der hat ein Buch geschrieben mit Erzählungen und ich schlage das auf und bin, es ist aber egal und sie hat eine Erzählung geschrieben darüber, wie Isaac Babel von seinem Verhöroffizier verhört wird, bevor er exekutiert wird. Ich finde die Erzählung nicht besonders gut, weil die Sprache falsch ist, weil das hat nichts mit, Russen, das hätte viel neutraler machen müssen. Ich habe ein Jahr vorher eine Erzählung geschrieben, wie Isaac Babel in seiner Gefängniszelle von Stalin besucht wird. Die ist noch nicht erschienen. Und Stalin will von ihm eins, schreib mal eine Biografie, also in meiner Erzählung und dann kannst du wieder weiterleben. Und Isaac Babel verzichtet. Ja, jetzt läuft es mir, da habe ich wieder. Welche literarischen Spiele soll ich mit den Nazis spielen? Das interessiert mich nicht. Wie war das dann für dich, als mit der Familiengeschichte und mit den Erfahrungen in den 70er Jahren dann in die Bundesrepublik zu kommen und da zu erleben, dass die viele junge Generation ja irgendwie voller Freude K-Gruppenmitglieder sind und in den 70ern sich finanzieren lassen von der Sowjetunion oder der DDR im weitesten Sinne, das zu erleben? Ich will das nicht im Nachhinein idealisieren. Ich war auf, glaube ich, also ich war sicher auf einer Demonstration. Ich möchte bitte nicht Demo sagen. Vielleicht war ich auf zwei, aber an eine kann ich mich erinnern. Und ich war damals in ein Mädchen verliebt, die dann auch noch zum Schluss auch noch mit einem Knüppel eine drüber gekriegt hat. Es war alles sehr so aufregend, schrecklich und so. Aber so wie sie diese Polizisten angebrüllt hat, hat sie einfach echt in meinen Augen genauso eine Nazi-Fratze gehabt wie die. War mir sehr, sehr unangenehm. Dann liefen die alle mit Palästinensertüchern herum, redeten lauter, sagen Zeug über Israel, wo mir ganz klar war, da reden ihre Eltern oder Großeltern. Gegen die sie ja, also in ihrer Sicht gekämpft haben. Ja, aber damals ging es, gegen die ging es dann gar nicht mehr. Da ging es jetzt, zu der Zeit ging es gegen Brockdorf. Das war die Brockdorf-Zeit. Dann gab es natürlich, ich glaube, die Karagoa kam es. Backersdorf. Das war bei uns natürlich von Hamburg. Ja. Und ich habe mich wahnsinnig schnell von denen entfernt. und dann gab es einen Höhepunkt und das war eine Silvesterparty bei uns. Meine Mutter hat auch eine Erzählung darüber geschrieben, die ist in ihrem letzten Buch. Meine Eltern haben gesagt, ja klar kannst du machen, ich war 17 oder 17. Und ich hatte ja auch einige, also viele von denen waren entweder nur so Schule, Kneipen, damals sagte man Kneipen oder so irgendwelche Linken. Oder so beschnitze ich natürlich auch. Und meine Eltern gehen weg zu ihren Freunden und bei mir kommen immer mehr Leute und plötzlich sind sie irgendwie in dieser Wohnung, ich weiß nicht, 60, 70 Leute und um das zusammenzufassen, die demolieren die Wohnung und die Straße davor und das Haus und alles. Also was sollen, sie zerreißen alle Kissen, sie trinken den ganzen Alkohol aus, sie übergeben sich überall, sie werfen Böller in die Fenster anderer Leute, sie reißen die, sprengen die Briefkästen ab, sie zertreten die gläserne Hauseingangstür, überall liegen Scherben. Meine Eltern kommen vier, drei, vier und nachts nach Hause und hören so ein Wimmern und meine Mutter denkt, ich werde gerade abgeschlachtet, aber es war nur eine von denen, die so betrunken war von irgendwie einer Flasche Wodka von meinem Vater, die sie getrunken hatte. Und ab da, so schreibt es meine Mutter in ihrer Erzählung, ich kann das gar nicht so selbst beschreiben, ob das jetzt eine Zäsur war. Sie sagt, ab da hat sich der Junge in der Erzählung, veränderte sich etwas. Er wollte nichts mehr mit diesen Leuten zu tun haben und er war auch nicht mehr ein pubertierender, aggressiver Junge wie davor ein Jahr lang. Was sagen Eltern, wenn die nach Hause kommen und es sieht so aus? Nichts. Wir haben mir geholfen, aufzuräumen. Alter Schwede. Wir haben nur geholfen, aufzuräumen. Tolle Eltern. Bitte? Tolle Eltern. Ja, also wie gesagt, mein Vater hätte sich einfach nur bei Quatsch unter Kontrolle bringen müssen. Klar. Das meine ich, das war eine, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, unglaubliche intellektuelle Freiheit zu haben. Ich habe nochmal, mir geht das nochmal durch den Kopf, diese Situation da in Tuzing. Und das nur als Beispiel jetzt. Ist dir dann eigentlich immer klar, wenn du jemanden, sag das Wort nicht, siehst, kritisierst, polemisch, temperamentvoll, ihr seid Wegbegleiter, ihr seid ungefähr gleich alt, ihr gehört einer Generation, ihr seid, das ist ein Milieu, ein Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis. Wie der damit umgeht, ist das, also jetzt nicht inhaltlich. Ja nochmal, es kommt dir auf das Gegenüber an. Genau. Du glaubst auch nicht im Ernst, dass ich die Frau in der chemischen Reinigung, wo ich was abgebe, dass ich ihr irgendwie polemische Vorträge über den Zustand ihrer Firma halte. Nein. Das habe ich ja vorhin gemeint in dieser Beschreibung. Wir betreten alle eine Bühne. Und das sollten wir alle nie, nie, niemals vergessen. Nur, womit ich sehr reize, ist ja, ich weiß halt nicht, ob dieses kleine Gespräch, das wir führen, dieses Image, das ich nur zur Hälfte richte, ich finde zementiert oder nicht. Ich reize ja mit etwas ganz anderem auch noch sehr, sehr, sehr. Wie ich schreibe, wie ich, sagen wir, literarisch schreibe. So, wie ich literarisch schreibe und über was? Nämlich, klassisch. Ich bin ein klassischer Schriftsteller. Was heißt das? Meine Texte haben Anfang, Mitte, Ende. Man versteht sie, sie sind sehr poetisch, aber nicht undurchdringbar und sie berühren dein Herz, ohne aber kitschig zu sein. Und sie sind auch oft ein intellektueller Anreiz. Und ich ergreife nie, nie, nie politisch Partei in einem Text. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Ein Teil meiner Auseinandersetzung mit dem sogenannten Milieu war ja von Anfang an noch was anderes. Ich habe ja immer die deutsche Literatur als System angegriffen. So einer meiner wichtigsten Texte am Anfang erschien in der Weltwoche. Mit nichts dabei gedacht. Der damalige Redakteur, ich treffe ihn in München, im Babalu. Kennst du noch? Ja, ja, ja. Der Christian Seiler, der war genial und der sagte, schreib doch mal was. Das hat später du gemacht, glaube ich, ne? Ist dann später weg von der Weltwoche. Ja, Welt, genau. Und der war in Österreich, schreib mal was und so. Und ich dachte, ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie, da müsste mehr Realismus in die deutsche Literatur. Ja, machst du. Was kriegst du? 1500 Mark oder zu, nee, Franken. Klar, für 1500 Franken schreibe ich das. Und dann habe ich halt eben gedacht, okay, ich beschreibe, ich habe damals wieder Reportagen gemacht, ich habe gesagt, was für eine Gemeinsamkeit es eben gibt zwischen Reportage und Literatur und Realismus und so und dass es in der deutschen Literatur fehlt, dass es einfach ein Friedhof ist und auch natürlich, dass die Kritik dran schuld ist, ja, weil die ja sitzt in den Gremien, in den Zeitungen, bla, bla, bla. Es folgen, glaube ich, 200 Artikel darauf, ja. Das war nämlich meine andere Auseinandersetzung und damit habe ich lange nicht aufgehört, inzwischen langweilt es mich, weil sich eh nichts ändert. Mein Verständnis von Literatur und eigentlich das Verständnis von vielen Lesern, vielleicht Buchhändlern, da bin ich mir nicht sicher, und manchen Kritikern ist, wenigstens bei ausländischer Literatur, warum lieben die Leute Leila Slimani? Das ist eine klassische Erzählerin. Auf höchstem Niveau. Warum lieben die Leute, also hier nicht so sehr Jhumpa Lahiri, die bewundere ich sehr, ja, klassische Erzähler. Sogar dieser Kindskopf, Ulbek, ja, das ist ja eigentlich nur ein Jugendlicher, der in... Ein Kindskopf, ja. Ja klar, das sind ja jugendliche Fantasien eigentlich immer nur. Klar. Auch er ist ein klassischer Erzähler. Klassisch erzählen bedeutet, tut mir leid, keine Avantgarde-Experimente, aber trotzdem nicht stehen bleiben und in seiner Sprache mit der Zeit gehen. Und leider passiert das alles nicht. Und ich glaube, das in Kombination wiederum mit den oft, nicht nur, oft bei mir auftauchenden Geschichten von Menschen, die man nicht kennt und die dann auch noch eben nicht Spanier sind oder Samoaner, sondern Juden, die oft genug leider ein gewisses Problem hatten dadurch, dass sie Juden sind in Deutschland. Das erzeugt Widerwillen. Und gleichzeitig gibt es aber sehr, sehr viele Leser. Und natürlich, jetzt ist erschienen dieser Roman Der falsche Gruß vor ein paar Monaten. Der falsche Gruß handelt von einem jungen Autor. Eric Dessauer. Genau. Und der will was werden und die erste Szene und dann geht es sozusagen in Rückblenden wieder zurück zu dieser ersten Szene. Erste Szene, er hat so einen Gegner, so einen eingebildeten Gegner, einen etablierten Schriftsteller, Autor, der Jude ist und der hasst ihn. Er bewundert ihn. Und wie das so manchmal ist, nachts um zwölf in deutschen Kneipen, ihm rutscht der Arm aus und er macht einen Hitlergruß vor ihm. Und daraufhin rennt er weg und denkt, oh Gott, jetzt werde ich einfach gesteinigt und geteert und gefedert, meine Karriere ist vorbei, ich muss emigrieren, ich werde dasselbe Schicksal erleiden, weil damals die Juden. Also kompletter Irrsinn. Und dann beginnt einfach eine Geschichte darüber, wie ein junger Deutscher, der auch noch aus Ostdeutschland stammt, wie der eine Gegnerschaft imaginiert, die in seinem Kopf stand. Aber nur in seinem Kopf stand. Das heißt, es ist eigentlich die Geschichte eines Antisemiten. Also wenn es von Gregor von Rezzori nicht schon das Buch gegeben hätte, Memoiren eines Antisemiten, hätte ich das eventuell so genannt. Ist das jetzt eine politische Stellungnahme? Habe ich jemanden provozieren wollen? Nein, weil jeder, der das Buch liest, sagt zu mir komischerweise, der ist ja so, ich fühle so mit diesem Erg mit. Und das will ich ja auch. Sonst hätte ich ja, wie gesagt, sonst hätte ich vielleicht irgendeine Form sowas als Artikel geschrieben. Und trotzdem ist das ein Thema, das natürlich dann einem deutschen Leser eventuell Probleme macht. Oder sogar eher einen deutschen Kritiker. Das ist ganz interessant. Es gab unglaublich viele positive Kritiken. Ich wollte gerade sagen, das ist doch sehr positiv besprochen. Aber es waren nur Inhaltsangaben. Und das, was ich eben einen links-rechts-deutschen nenne, denn der ist ja gleichzeitig eben überhaupt kein Nazi. Kann es sein, dass viele der Rezensenten sich in dem wiedererkennen? Und wenn wir schon beim Projizieren sind, bist du der sozusagen der Antagonist, an dem er sich die ganze Zeit abarbeitet? Ja, ja, klar. Ach so, danke, dann haben wir das geklärt. Aber halt, ich bin sozusagen, der sprühlende, intelligente Autor. Der ist eine totale Nervensäge, der ist total eingebildet. Mit der gut aussehenden Frau. Mit der gut aussehenden Frau, dazu stehe ich. Meine Freundin ist eine sehr gut aussehende Frau. Und so intelligent. Sie gehört zu den drei intelligentesten Menschen, die ich bin. Glückspilz. Ja, drunter geht es nicht. Und du projizierst, oder das ist sozusagen, Autoren sagen sowas nicht so gern, deswegen dachte ich, frag mal, und du sagst, das kann man nicht fragen, aber du sagst, ja. Ja, klar ist es, ich wäre doch dumm, das zu leugnen. Das ist, aber da müssen wir es jetzt auch, ich nehme es jetzt nicht zurück, durch eine kleine Erklärung. Es ist eine Inspiration. Und es ist etwas, sagen wir, in dieser Figur, was ich auch bei mir für vorstellbar halte. Nur, ich weiß jetzt nicht, also du hast es gelesen, weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Vielleicht können wir jetzt so einen kleinen, kleinen, Beschluss fassen. Beide Figuren, Erk, der Junge, sowie der, ich weiß gar nicht, wie der Alte heißt, Basilei, die sind ja beide sympathisch und unsympathisch. Die haben beide Schwächen und Stärken. Also, und wenn du mit mir über mich redest, wie ich mich finde, ich finde mich einfach nur super. Also ich finde, das war jetzt ein Witz, also, der Basilei, will ich nur sagen, ist eine gebrochene, wird als eine gebrochene Figur, erstens, und zweitens aber auch von außen als eine Figur, die nicht bloß ein scharfer, toller Typ ist, der junge Frauen hat und alles richtig macht. Die Geschichte spielt ja, also du spielst ja mit mehreren Ebenen und dann gab es ja auch eine Rezension, ein Rätselraten, ist das jetzt ein Schlüsselroman oder nicht? Wir haben auch mal diese Verlegerin. Ja, genau, die... Mit der habe ich gerade gesprochen, habe ich gesagt, Ulla, das bist du nicht. Ulla, Ulla, nur ich bin ich. Nur ich bin ich. Nein, Ulla, das bist du nicht. Was hast du darauf geantwortet? Ja, sie ist eine Schriftstellerin, sie ist Verlegerin, sie weiß, dass sie das nicht ist. Also nur, nur Eingeborene denken, dass sie das auf dem Foto sind. Ja, diese, diese Schlüsselszene des Romans, die ja gleich, also die wichtigste Szene ist, die ja gleich am Anfang des Buchs auch steht, die spielt ja in der, in Berlin-Mitte, in der Torstraße, in einem Restaurant, das auch genannt wird. Traminüt. Traminüt, das ist auch eine Möglichkeit. Warum willst du es nicht sagen, Christoph? Ich wollte es erzählen. Es ist ein sehr gutes Restaurant. Ja, aber weißt du was, ich war dann da, die haben mich erkannt, die haben gesagt, Roman und so und ich musste trotzdem zahlen. Das tut mir leid. Die zahlen auch immer für das Essen hier. Aber, das heißt, da spielst du ja mit der Wirklichkeit, das Restaurant gibt es, die Szenen gibt es und so weiter. Ist sowas ähnliches dir wirklich mal passiert? Auf keinen Fall. Aber es ist halt, das ist ja ein tolles Bild. Also, das hätte auch, glaube ich, genauso eine moralische Geschichte eben drüber schreiben können. Das ist einfach, das Schwierige, nicht Schwierige, die Herausforderung beim Schreiben war, dass es nicht wie eine Satire sich liest. Das heißt, man braucht, man muss Empathie erzeugen bei den, bei der Hauptfigur. Genau. Vor allem. Also bei dem Ich-Erzähler. Also bei dem Nicht-Ich-Erzähler. Und ist es völlig ausgeschlossen, dass auch in dem Protagonisten etwas von dir ist? Nein, auch dieses Fühlen. Der sich so zack wählt und so neurotisch ist und es ist kaum ein noch Ausweis. Also, Schriftsteller müssen, also, wenn mir jemand sagt, als Schriftsteller, ich habe beim Schreiben mit meinen Figuren gelebt und gelitten, dann weiß ich, dass da eine Null ist. Warum? Weil das Pseudo ist, weil das Pathos ist, weil das Quatsch ist. Du lebst mit einer Figur, nur während du gerade schreibst, was sie gerade sagt. Aber kann es nicht auch unterschiedliche Typen geben? Es gibt auch beim Schauspiel Method Acting und das andere Acting. Ich nehme es zurück. Wie kannst du über alle Autoren urteilen? Ja, weil es Spaß macht. Jetzt kommen wir zum Punkt. Es gibt Method Schriftsteller, einige uns darauf. Das bin ich nicht. Jetzt Literaturseminare werden gehalten. Pass auf. Wir haben was in Funktion gerade. Wir. Allein wäre ich ein, danke. Also, es gibt Method Schriftsteller und das bin ich einfach wirklich, wirklich nicht. Aber wie nennt man die anderen? Ja, das wollte ich eben auch gerne. Das ist eben das, ja, liebe, liebe Leute, alles gesagt, Zeit, kurze Mail, wir googeln ja hier nicht. Was das Schauspieler, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich glaube, da gibt es gar keinen Begriff, aber ich glaube, es gibt eine Geschichte. Die tun halt nur so als ob Schauspieler. Mir fällt nun eh, aber dann glaubt man, dass die es nicht können. Mir fällt nun nicht ein, ich glaube, Laurence Olivier und der zweite Feldmann. Ja, du hast recht. Eine berühmte Geschichte. Der andere Schauspieler, dessen Name mir nicht einfällt, sagt, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll und also der Method-Acting-Schule und daraufhin antwortet Laurence Olivier, it's quite simple, just act. Ja, genau. Ja, aber ich, also ich verstehe, was du sagst. Mein Problem mit Laurence Olivier ist, ich erkenne den nie, wenn er irgendwo drauf taucht. Bis heute kenne ich sein Gesicht nicht, aber auf jeden Fall, ich will nur sagen, ich, ich, ich glaube, ich bin am Ende, äh, es ist viel intellektueller, was ich mache, als manch ein anderer, aber gleichzeitig, okay, der Kopf macht, dass die Figuren fühlen. Irgendwie so und natürlich bin ich inspiriert von meinen, weil du sagst, Leiden, dieses, 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 dieses Ergs Leiden, werde ich erwischt, ist meine Karriere dahin. Ähm, wie schwer war es für mich, als mein Vater in Ostdeutschland damals irgendwie deprimiert war darüber, dass auf einmal seine Karriere zu Ende ging und so weiter. ich gebe dem Gefühl beim Schreiben, aber ich. Und das ist ja eine starke Figur, der ist ja liebenswert, oder sozusagen, seine ganze Geschichte ist so, dass man sie nachvollziehen will. So, und deshalb, wenn mir dann jemand, aber zu diesem Roman zum Beispiel, dann sagen würde, dass der, äh, eine politische Meinung ausdrückt, oder ein verurteilt, oder sagt, nein, mich interessiert am Ende, am Ende interessiert mich bei diesem, bei diesem Menschen, dieser Mensch, ist der größte Roman, fast, nicht fast, aber einer der größten Romane, den ich kenne, ist ein tschechisch Roman, gibt es aber in deutscher Übersetzung, der heißt Leben mit dem Stern von, äh, Jerzy, ähm, Jerzy? Jerzy Weil, Weil, so wie auf Deutsch Weil. Und der handelt, spielt im Prag, das schon besetzt ist, und, ähm, ein Prager Jude wartet im Prinzip darauf, dass, also man nimmt ihm langsam, weil die haben ja zuerst den Leuten irgendwie Dinge weggenommen und so Stück für Stück haben das aber am Ende auch noch die, die jüdische Gemeinde machen lassen. Er arbeitet im jüdischen Museum, dass damals die Nazis tatsächlich irgendwie sich ausgedacht haben, das sogenannte Museum der ausgestorbenen jüdischen Rasse. Das besteht darin, dass vor allem aus ganz Böhmen, aus Synagogen, Gemeinden, äh, Religionsgegenstände hingebracht werden, Bücher, die müssen da irgendwie sortiert werden. Und da arbeitet er, eigentlich wohnt er allein in einem kleinen Häuschen, in so einem halben Vorort, hat neun Kater, sonst niemanden träumt von ihm, so einer alten Geliebten. In dem Buch kommt das Wort Jude, glaube ich, kein einziges Mal oder nur einmal vor, und Deutsche auch entweder nur einmal oder keinmal vor. Und, und es wird alles, es ist eigentlich wie eine, es ist wirklich, ich glaube nicht, dass der Vergleich übertrieben ist, es ist wie ein Kafka-Roman. Weil es geht, es ist ein bisschen über diese Tür, die offen war und so. Nein, ich meine es wirklich nicht, 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 jetzt ironisch oder so. Es ist, es hat, es ist so ein, es ist wie eine große Metapher. Es ist also, in Wahrheit, deshalb bin ich so unglücklich über den Titel, dieses Buchs. Ich habe ihn auch deshalb, ich habe diesen Roman lange nicht lesen wollen, aber ich hatte keinen Roman auf Schindlers Liste irgendwie als Buch. Aber das ist es nicht. Und, warum ich das erzähle, wenn es mir jetzt gelungen ist, ein bisschen zu beschreiben, wie dieser Held, da so wartet und wartet. Und am Ende übrigens, ich erzähle das auch, am Ende, er wird immer wieder gefragt von so, er lernt so tschechische Widerstandskämpfer kennen. Und sagen, wir helfen dir. Du kannst dich doch verstecken. Wir verstecken dich. Und er zögert. Und dann fragt man sich, warum zögert der eigentlich? Und am Ende aber, geht er zu ihnen tatsächlich so. Ich sehe keinen Unterschied, ich spreche jetzt nicht von der Qualität, zwischen dem Helden aus, Lebe mit dem Stern und Erg der Sauer. Einfach gar keinen. Nichts anderes interessiert mich eben bei Literatur. Und ich verstehe, um darauf zurückzukommen, ich verstehe, dass es ja auch wirklich schwer ist, für Menschen, die sowieso ein ganzes Leben ständig sortieren müssen. Und dann noch irgendwie hier diese Sendung, Fernsehsendung, und dort einen Podcast und da irgendwie Zeitung lesen. Und dann müssen wir noch über Corona nachdenken. Wie soll man dann im Prinzip so ein kompliziertes Werk auseinanderhalten? Also ich rede jetzt bei mir eben von hier, sagen die Essays, die ja oft sehr kritisch sind oder angriffslustig oder scharf oder auch verletzend. Und dort diese, sagen wir, Menschenliteratur. Das ist schon schwer, das auseinanderzuhalten. Aber es ist natürlich, wenn ich mir was wünsche, also wenn ich nachts um drei Wünschen wecken würde und frage, was wünschst du dir? Dann würde ich sagen, erstens eine Wohnung Tel Aviv und zweitens, dass die Leute endlich verstehen, dass es diese zwei unterschiedlichen Teile meines Werks gibt. Du hast vorhin ein, zwei Mal einen Begriff genannt, den du auch selber erfunden hast. Aber ich würde darauf nochmal zu sprechen kommen, weil du hast ihn nur so am Rande erwähnt. Das sind die sogenannten Links-Rechts-Deutschen. Und das prominenteste Beispiel, hast du ja mal gesagt, sei Frank Schirrmacher gewesen. Der langjährige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mittlerweile auch verstorben. Was hast du mit diesen Links-Rechts-Deutschen gemeint? Also ich muss mich jetzt ein bisschen, also so kompliziert ist es nicht, aber ich will jetzt nicht dümmer klingen, als das in diesem Text war. Vielleicht ein Beispiel von Schirrmacher. Dass man, man kann gleichzeitig offenbar, ich habe das erst vor ein paar Jahren realisiert, durch seine Biografie eine doppelte Prägung bekommen, politisch-moralische. Man kann also gleichzeitig wirklich der Meinung sein, dass der Holocaust das schlimmste Verbrechen ist, dass jemals begangen wurde, dass man sehr viel Respekt haben muss vor der Geschichte der Menschen, die das erlebt und überlebt haben. Und man kann gleichzeitig es genießen, in deutscher Kultur zu warten oder auf eine bestimmte Form von deutscher Vergangenheitsvergegenwärtigung aufzuleben, die dem diametral widerspricht. Also, was macht Schirrmacher? Schirrmacher stellt sich vor Reich-Ranitzki, als weil er seinen antisemitischen Roman schreibt, Tod eines Kritikers. Wie lange ist das her? Wir müssen es kurz erzählen. 20 Jahre? 20 Jahre ungefähr, ne? Eigentlich früher gab es, leider gibt es das nicht mehr in der FAZ, einen Romanvorabdruck. Immer auf der zweiten Seite unten so ein Streifen. Das waren immer Romane, die erscheinen sollten. Die wurden dann nicht extra dafür geschrieben. Und es war besprochen mit Surkamp, dass die Walsers Tod eines Kritikers abdrucken. Und dann kommt, ich hoffe, wenn ich einen Fehler mache, entschuldige mich. Du erzählst es aus dem Gedächtnis, muss man immer sagen. Und dann irgendwie liest Schirrmacher das Manuskript und statt den Roman vorabzudrucken, schreibt er einen großen Text darüber, warum der Roman antisemitisch ist und warum ihn nicht abdruckt. Ich weiß nicht, ob Walser vorinformiert wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Genial. Ja, das würde ich mir öfters wünschen, sowas. Das hätte ich mir gewünscht, als der BR-Radio-Moderator zu mir gesagt hat, ich soll zurück nach Israel. Auf der anderen Seite fährt Schirrmacher, wenn ich mich nicht irre, ein paar Jahre vorher, zu dem Staatsbesuch von Mitterrand und Helmut Kohl zu Ernst Jünger und schreibt irgendwie einen hymnischen Text in meiner Erinnerung darüber oder setzt eine Propagandamaschine in Bewegung, als diese Serie unsere Mütter, unsere Väter lief und rasierte jeden in der Redaktion, der nicht seiner Meinung war, dass es das größte Kunstwerk ist, ich weiß jetzt nicht, seit Casablanca. Das war aber wirklich eine sehr widerliche, reaktionäre Serie, in der das Leid von Juden und Deutschen einfach gleichgesetzt wurde. Wie kann das sein? Man kann sich das logisch nicht erklären, man kann sich das nur biografisch erklären, dass er einfach damit groß geworden ist. Ich mache immer mit Helge Malchen, die ich vorhin erwähnt habe, wir machen immer Witze über den deutschen Hang zur Romantik, weil er, viele leugnen, dass die Romantik, man kann ja nicht sagen, die Romantik schuld ist am Nationalsozialismus, aber hätte es die Romantik nicht gegeben, sage ich, hätte es auch keinen Nationalsozialismus gegeben. Und wir machen dann immer Witze darüber, weil er sieht das genauso wie ich, aber er kann manchmal nicht anders, macht ihm trotzdem irgendwie Spaß, es zieht ihn dann trotzdem rein. Er findet ja auch deutsches Theater gut. Gut, das ist ein anderes Thema. Und das heißt, dieses Gleich, das Daneben, Dinge, die sich eigentlich logisch und moralisch widersprechen, wie kann das gehen? Und da ich Biografist bin, das ist der einzige Ismus, dem ich anhänge, ich erkläre wirklich alles aus der Biografie des Menschen heraus. Das ist wirklich, das geht. Klammer auf, davor wurde ich gewarnt, ich habe einen deiner Porträtisten angerufen, der sagte, pass auf, er wird alles auf deine Biografie zurückführen. Ja, das ist seine Marotte und lässt sich wirklich alles, was wir sind und tun, also steigere das jetzt, um den Punkt zu machen, darauf zurückzuführen, wo wir herkommen, wer unsere Eltern sind, was wir so erlebt haben, oder habe ich ein Gehirn, mit dem ich denken kann, das sich genau davon befreit und ist das nicht das Menschliche an sich? Der Mann ist gut, ich muss den einstellen. Ja, genau. Hä? Ja, genau. Entweder ich bin das Opfer meiner Biografie oder ich kann dem was mit meinem Kopf entgegensetzen. Richtig. Ach so. Aber das Problem ist doch das, ich vermute mal, das war nicht irgendwie ein baskischer Philippino, der aufgewachsen ist in Australien, oder? Das war eher so jemand so von hier, oder? Ja. Das ist das Problem, dass natürlich... Also in anderen Sphären, jetzt nur nicht nur das White Privilege in einer anderen Situation, du hast, du redest sozusagen, du weißt nicht, was Diskriminierung ist, weil du es einfach, du weißt gar nicht, worum es geht. Nee, überhaupt nicht. Jochen, du hast gar keine Biografie. Nein, habe sogar nicht. Weil die ist so ruhig, du weißt gar nicht, wie es sein kann, eine zu haben. Ist das die Aussage? Du kommst, wir kennen uns nicht, wir sehen uns das erste Mal, ich erlaube mir jetzt trotzdem sozusagen dich als Schablone zu nehmen. Ja, bitte gerne. Darf ich? Gerne, immer. Du kommst vermutlich aus einer Familie, in der Generation für Generation, und ich glaube sogar, es geht zurück in die wilhelminische Zeit, in der eigentlich, und da weiß ich nicht, ich weiß nicht warum. Also schon vor dem Krieg. Man erzählt nicht. Man hat kein Geschichtsbewusstsein in einer solchen Familie. Nur Adlige haben das in der Regel. Möchtest du wissen, woher ich komme? Klar. Meine Mutter ist mit vier Jahren in der Nähe von Oberderdingen von einem Waggon geschubst worden mit ihren Eltern. Wo ist Oberderdingen? Ja, das ist in Baden. Und seitdem ist mein Geschlecht in Baden, und vorher waren die an der polnischen Grenze von Tschechien. Und was war dort? I fucking have no idea. Das meine ich. Also es gibt einen Großvater, der da war, der auch mitgekommen ist, natürlich. Also ihr Vater. Und was da war, weiß ich nicht. Das meine ich. Und wie soll ich sagen, die Kinder aus solchen Familien können ja nichts dafür. Und es war übrigens auch schwer genug, jetzt kann ich recht, darf ich angeben? Bitte. Meine Eltern wollten mir auch was nicht erzählen. Ich habe es aus ihnen rausgekriegt und ich habe daraus am Ende meinen meistverkauften Roman gemacht. Irgendwann, also ich wusste eine Sache. Nee, ich wusste zwei Sachen. Mein Großvater ist hingerichtet worden, 60 oder 61, in der Sowjetunion. Und ich wusste, dass mein Onkel, der zweitjüngste, der mit meinem Vater nachkam, wie ich vorhin erzählt habe, nach Prag, der war Ingenieur, für fünf Jahre ins Gefängnis kam, in der Tschechoslowakei, weil er versucht hatte zu fliehen. In den Westen. Mehr wusste ich nicht. Und dann saß ich da immer davor und dachte mir, was ist denn hier los? Wieso passiert das praktisch gleichzeitig? Und habe dann irgendwie angefangen, rumzubohren. Mein Vater sowieso, kein Wort. Du konntest mit meinem Vater nicht, weil er so ein Mensch war, darüber reden, dass sein Vater hingerichtet wurde. Gegen die, weil es ihm so wehgetan hat. Ja, also nicht aus keinem anderen Grund. Was man ja verstehen kann. Also, was man ja nach, also, Ja, aber, also, wenn mich, mein Kind fragen würde, direkt nach sowas, muss ich antworten. Ich gebe doch auch weiter, was ich weiß, den Kindern, sogar den Kindern meiner Schwester erzähle ich diese Familiengeschichten, die sie oft nicht mal von meiner Schwester wissen. Das ist ganz, ganz, wenn wir in Prag sind, erzähle ich denen das und so. Ich habe da vorhin diese Reise erwähnt, da nach Ruthenien mit meinem Vater und da habe ich sogar angefangen in der Zeit, ich mache das sonst nie, habe mir ein Notizbuch gekauft und habe dann rumgebohrt bei meinem Vater, aber auch bei dieser Tante, wo ich dachte, dass sie mehr hat und so. Ich habe dieses Notizbuch nie mehr angeschaut, aber ich habe das ein, zwei Jahre geführt und habe immer wieder so gefragt. Und irgendwann hatte ich dann meine Eltern soweit, dass es tatsächlich eine Verbindung gab. Zwischen diesen beiden? Zwischen diesen beiden Ereignissen. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob meine Mutter am Ende gesagt hat, ja, du hast recht, aber in meinem Kopf war das dann so, mein Onkel plant, also mein Großvater hat, wie viele Leute, versucht, Geld dazu zu verdienen, indem er, keine Ahnung, Nähmaschinen sich hat kommen lassen, amerikanische, die verkauft hat und so. Also das war ja wirklich ein Elendsleben sonst. Das heißt, es ging der Familie ein bisschen besser, es gab ein bisschen Dollars irgendwo versteckt, ja, aber das waren jetzt nicht, die lebten nicht in dem Palast von Putin, den es nicht gibt. Und das war aber illegal natürlich. Und mein Onkel wiederum war ein schwacher Mensch. Ich habe ihn sehr geliebt, sehr gemocht, das war eigentlich der Einzige, der in meiner Nähe war, von den Verwandten, aber er war schwach. Er war so ein bisschen wie die schwache Kopie meines Vaters. Und dann, ich dachte auf einmal, ist doch logisch. Der war, die haben ihn festgenommen, weil der hat sich verplappert selbst. Die haben ihn am Flughafen festgenommen. in so, der hatte auch so in Filmdosen so zusammengerollte Dollars dabei. Aber wisst ihr, wie viel das war? Das waren 20, 30 Dollars. Das war verrückt alles. Aber er war so dumm, vorher alles zu verkaufen, in Prag es rumzuziehen. Und dann war mir klar, der hat sein Vater, das über sein Vater gesagt, damit er irgendeine Form von Erleichterung bekommt. Und wie relevant ist das? Also wir waren ja von Biografie ausgegangen. Ist das relevant für dein Leben? Unendlich. Und hättest du es nicht gewusst, wäre dein Leben dennoch genauso? Nein. Stellen wir mal vor, ich hätte nicht gewusst, dass mein Vater denunziert wurde von seinem besten Freund und nie wieder studieren durfte. Das zeigt doch, dass ich werde doch einfach, ich werde so sein wie mein Vater. Er war mutig, ich werde mutig sein. Es war ihm egal. Und ist es schlimm, wenn man sich nicht für die Biografie des Großvaters interessiert? Ja. Weil man dann nicht viel tiefer fühlt als seine Hauskatze. Ja. Ja? Ja, natürlich. Weil du bist ja in vielem, was du, also jetzt hören wir jetzt nicht mehr du, in vielem, was ein Mensch sagt, tut, fühlt, handelt, das ist ja, das sind die Gene, mit denen haben wir nichts zu tun. Und es gibt aber ganz viel Verhalten, Meinungen, Äußerungen, Reaktionen und es gibt auch noch die Konflikte, die man hat. Ich kannte mal ein Beispiel für Biografismus, kannte mal eine Frau, die übrigens eine Zeit lang eine sehr bekannte Schauspielerin war, sie bekam ein Kind und sie wollte es nicht haben. Und irgendwann später erfuhr ich, dass ihre Mutter Kind war aus einer Verbindung, aus einem Lebensborn. Also dem Nazi, der Nazi, also die Nazis hatten die Idee tatsächlich, so intelligent waren, die waren so intelligent, die Nazis, die haben wirklich gedacht, sie könnten sozusagen den neuen Menschen züchten. Blond und Blond machen Blond. Aber ich weiß nicht, ob sie auch irgendwie so kleine, schwarzhaarige mit Schnurrbart züchten wollten, aber das war natürlich, das war ja, das ist ja fiesch, was man da mit den Menschen gemacht hat. Das heißt, ich vermute mal, das Kind aus einer solchen Beziehung, also die Mutter dieser jungen Frau, die dann ihr Kind wiederum nicht will, die muss ja schwere psychische Fragen, große, große seelische Fragen gehabt haben oder auch Schäden und die gibt sie dann weiter an ihre Tochter und die ist vielleicht deshalb nicht fähig, ein Kind zu sagen, sich um ein Kind zu kümmern. Es ist danach alles gut gewesen und so. Also diese Dinge hängen immer mit irgendwas zusammen und ich bin jetzt kein Anhänger, der, ich meine das jetzt nicht so therapeutisch. Du wolltest gerade sagen, das klingt so therapeutisch. Nein, das hat ja oft einfach auch nur mit Schuld zu tun und ein anderer Fall, nur so, fällt mir ein, ein Journalist, der irgendwie mit 15 erfährt, dass seine Mutter, eine Jüdin, damals ihn gemacht hat mit einem großen Nazi. Da ist natürlich weggerannt. in dem Moment, wo er es erfahren hat. Er hätte aber auch nicht wegrennen können. Was wäre dann mit ihm geworden? Also immer, es ist immer eins, okay, ich sage es dir vielleicht nochmal anders. Ich bin kein Biografist, ich gucke wahnsinnig gerne, sagen Serien, die 100 Staffeln haben. Also das ist, das ist doch unheimlich interessant und wenn es nur das ist und vielleicht noch eine Sache, eine letzte, ich verurteile ja niemanden dafür, dass er so eine Prägung hat, aber ich sage mir, wenn wir mehr miteinander darüber reden würden, mit einem klarer, warum man so ist, wie man ist. Wir hätten am Ende einfach auch weniger, weniger in der, sagen wir, in der Ex-DDR, weniger so komische, sagen, weiß nicht, Linke, Linke, bei uns oder auch dort weniger Rechte, Rechte, irgendwie so. Also das wird uns schon, glaube ich, die Gesellschaft wird, glaube ich, dann schon auch einfach gesünder. Aber davon abgesehen, wen stört das? Ich so viel von meiner Biografie erzähle. Naja, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Die Frage ist nur, ob man alles oder vieles von dem, wie Menschen sind, was sie tun, was sie antreibt, aus der Biografie der Uranen erklären will. Ja, aber pass auf, ich will ja niemanden dafür verurteilen. Nein, 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 das ist mir schon klar, aber vielleicht stimmt es einfach auch nicht. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Art von Astrologie. Auf keinen Fall. Es ist keine Astrologie. Wenn ich in Berlin, ich wollte sagen in München, siehst du so groß ist meine Sehnsucht. Wenn ich in Berlin sehe, es gibt am Senefelder Platz einen großen Supermarkt, die LPG, mit unglaublich tollen Leuten, die dort arbeiten. Ich finde die fast so cool gecastet. Die beste Fleischtheke, die ich kenne. Seit sie die Sachen in Papier einwickeln, nicht mehr. Ganz tolles Rinderfilet, Leute. Geht dorthin. Jedenfalls, so hart, wie dort die Mütter mit ihren Kindern umgehen, kenne ich echt nur aus Filmen über das Dritte Reich. Wo kommt das her? Wo kommt diese Härte her? Wo kommt es her, dass in diesem scheiß Prenzlauer Berg ständig auf der Straße wütende Kinder liegen, die mit den Fäusten auf den Boden schlagen und die Mütter daneben stehen und sich mit anderen solchen Müttern unterhalten? Wo kommt das her? Was glaubst du? Aus der harten preußischen Erziehung. Das ist, es fängt lange vor dem Dritten Reich an. Ja? Das ist da. Und wenn man sich dessen ein bisschen bewusst ist, kann man vielleicht sagen, vielleicht sollte ich auch als Vater meinen Sohn küssen. Ja, ich kenne auch solche. Wie bist denn du als Vater? Wahrscheinlich irrsinnig nervig. Nein, aber ich, also, eine Sache habe ich nicht ganz so im Griff wie meine Mutter, aber ich mische mich sehr wenig ein, aber so wenig, ich glaube, ich habe aber auch schon Psychotricks, die sehr durchschaubar sind. Deine Tochter ist jetzt Anfang 20. Naja, die ist schon nicht mehr in dem Alter, wo man auf dem Boden trommelt. Das hat sie aber nicht gemacht. Aber ich will nur sagen, ich weiß auch nicht, dass vielleicht, so, aber ich will nur sagen, da versuche ich schon, ich habe es ein bisschen das von meiner Mutter und ich hoffe, ich schaffe es auch halbwegs. Und aber jetzt mal im Ernst, also sozusagen, eine Erklärung, die ich mir jetzt geben würde, du läufst durch den Prenzlauer Berg, Kinder wälzen sich am Boden, die machen das, wenn die klein sind, weltweit. Ich kenne ein Land, ich kenne ein, okay, kann sein, weiß ich nicht. Ich kenne ein anderes Land, wo kaum noch Kinder geboren werden, nämlich Japan, wo du auch fasziniert bist, du über Monate in der U-Bahn kein Kind findest, das weint. Und denkst, was für ein Land ist das? Moment, ich meine nicht weinen. Ich meine Amoklaufen. Ja, was auch immer. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, Amoklaufen weiß ich nicht. Aber Kinder, die sehr klein sind. Die hospitalisieren übrigens auch gern die Kinder von Prenzlauer Berg. Und dann kriegen sie, Entschuldige, auch noch, jedes kriegt eine andere Diagnose, statt ihnen einfach einen Kuss zu geben. Es kann auch mit einer sehr repressiven Erziehung zu tun haben, wenn Kinder plötzlich gar keine emotionalen Äußerung, auch in einem sehr kleinen Alter, davon reden wir ja, haben, sondern nicht nur mit einer besonders liebevollen Erziehung. Nur. Ja? Nur. Meine Mutter hat mir gesagt, wenn dein Baby schreit, dann willst du dir was sagen, weil es noch nicht reden kann. Das ist richtig, aber es kann auch mit seinen Emotionen vielleicht noch nicht so... Nee, so cool du bist, so cool ist dein Kind. Also ich glaube, das ist tatsächlich wie mit Hunden. Hunde sind irgendwie, also in dem Alter, Hunde sind so drauf wie ihre Herrchen. Und Kinder sind in der Regel, also sie haben irgendwie ein echtes Drama, sind auch so, das ist eine nicht-telepathische, eine osmotische Verbindung, meiner Ansicht nach. Aber wir wollten ja drüber reden, wie geht das jetzt... Ich wollte ja irgendwas anderes raus, nämlich, du läufst also durch den Prenzlauer Berg, da wälzen sich Kinder auf den Boden und du denkst, also du hast sofort eine Nazi-Geschichte im Kopf. Nein. Kaiserreich. Ich habe Kaiserreich gesagt. Ich habe Kaiserreich gesagt. Das stimmt. Oft sind es Nazi-Geschichten. Nein? Also du siehst schon Nazis... Nee, ich sehe preußische Härte. Okay. Okay. Und übrigens, es gibt halt auch wirklich super aktuelles Beispiel, der Claudius hat auch einen tollen Nachruf geschrieben auf Hardy Krüger. Und Hardy Krüger kommt aus einer krassen Nazi-Familie, wird auf eine krasse Nazi-Schule geschickt, als Kind, als Zwölfjähriger, 13-Jähriger, wird dann, wie der Claudius schreibt, rekrutiert regelrecht für den ersten Film, das Nazi-Film, dort lernt der Hans Sönker kennen, der ihm dann auch krass mutig sagt, das habe ich dann, ich habe das nämlich auch gesehen, in welchen Filmnachrufen, wo dann der Sönker zu ihm sagt, dein großer Held ist in Wahrheit ein großer Verbrecher, also über Hitler. Und so distanziert er sich also innerlich davon. Und dann kommt etwas, was nirgendwo sonst stand, das habe ich nur Hardy Krüger eben gestern irgendwo im Fernsehen gesehen. Und dann soll er irgendwie als 15-Jähriger zum Volkssturm oder irgend sowas und soll sozusagen auf Amerikaner schießen, wie es heißt. Und jetzt wird die Geschichte so weitererzählt und da hätte es ihn fast erwischt, aber am Ende haben sie dann doch gedacht, er ist zu jung dafür, dass man ihn bestraft. Nee. Er hat diesen Offizier, den Deutschen oder was das war, den hat er dafür, weil der das von ihm gefordert hat, erschossen. Das sagt er. Das hat er in einer Fernsehsendung selbst gesagt. Und dadurch ist das Leben dieses Menschen doch völlig ein anderes Leben geworden. hat er sein Leben lang sich damit beschäftigt mit diesen traumatischen Erlebnissen. Ich habe mir, ich kam mir oft vor und ich weiß jetzt aber nicht, wie es in England ist, als Beispiel, aber das ist auch so ein fortschrittliches, westliches Land. Gerade in den 80ern, aber auch davor, das wollte ich auch noch vorhin sagen, das möchte ich auch noch gleich hinzufügen. ich habe mir, es war einfach ein langweiliges Leben mit Leuten, die nur über neue Filme und neue Restaurants reden können oder über ihre Beziehungen. Das ist einfach langweilig. Das andere aber durch meine Immigration, also das fand ich so schön, was du gesagt hast, dass ich dankbar bin für die Freiheit, weil ich weiß, wie es ist ohne diese Freiheit. Ich habe wieder immer bei meinen Altersgenossen habe ich gesehen, dass die, weil sie nicht die Erfahrung haben, dass plötzlich in dem Park, wo du spielst, russische Panzer stehen, dass also, und ich habe ja als Kind den Prager Fröding sehr, sehr genau verstanden, weil das war, da hat das ganze Land vibriert einfach. Dadurch, dass sie nicht verstehen, dass jederzeit alles vorbei sein kann, also die Freiheit vorbei sein kann, gehen sie so sorglos mit irgendwie, mit Parolen um, mit Forderungen um, die totalitär sind, im Namen vielleicht des Guten und so weiter. Und das ist in den 70ern schon schlimm genug gewesen, jetzt ist es besonders krass, ich will eigentlich das Thema, das ist ein bisschen langweilig, aber das, was ich die Postlinken nenne, also das alles, was sich heute versammelt im Kampf für eine andere Sprache, für Identität von jedem, von der allerkleinsten Gruppe und so weiter, auch die wissen nicht, wohin das führt, weil sie diese Erfahrung nicht haben, wie es denn wirklich ist, wenn die französische Revolution siegt. Und lustigerweise habe ich mich auch mal gefragt, lange, warum machen die Alten eigentlich alle so schnell mit? Also 68 war ja wirklich jung gegen alt und dadurch wurde das dann wirklich nur wie so eine Art allmählicher, das war wie so ein Teebeutel, der so da irgendwie in die Gesellschaft reingehängt wird und die langsam verändert sie sich ein bisschen bis zu einem gewissen guten Grade und dann ist es in Ordnung. Aber heute kommt es ja von den Jungen und von den Leuten, weiß nicht, 40, 50, 60, die sich ja dem gerade massenweise anschließen. Das ist so ein bisschen, als würde man sich gleich irgendwie im Februar 1933 schon irgendwie das Parteibuch geben lassen. Warum? Weil das sind ja die Linken von vor 30 Jahren und die erleben ihre Jugend nochmal. Also, aber auch die haben ja diese Erfahrung nicht. Die wissen nicht, wo es enden kann, wenn, und das will ich jetzt bitte, bitte wirklich nicht vertiefen, aber nur um diesen Gedanken zu Ende zu führen, wo es endet, wenn man sagt, bestimmte Worte werden wir nicht mehr verwenden. Man könnte ja auch sagen, man verwendet bestimmte Worte nicht mehr, weil sie ungerecht umgehen mit den Objekten, die sie beschreiben. Das ist ja auch ein legitimer Gedanke, oder? Du kannst ein Wort nicht verbieten, du kannst ein Buch nicht verbieten. Nicht verwenden, meine ich jetzt den Unterschied. Ja, aber es ist ja verbieten. Das ist ja der Punkt. Die, die völlig, völlig, also, dämonisch faszinierende Luise, heißt die Luise Pusch, die Erfinderin des Genders? Habe ich in so einem genialen Zeitpodcast gehört. Ich weiß nicht, wie der heißt. Heißt der? In einem Podcast? Ja, ja, nee, das müssten wir wissen. Das heißt, warum sagen sie das? Das macht ja ein Ding. Warum denken sie das? Ich finde das so genial, diesen Podcast, weil da zwei Leute gegeneinander gestellt werden, die zu einem bestimmten brisanten Thema unterschiedlicher Meinung sind und dann wird jeder erstmal einzeln vorgestellt und dann reden sie miteinander. Und dann sagt sie, sie gibt einfach zu. Sie gibt es einfach zu. Erstens kommt sie einfach aus völlig irren Verhältnissen, kommt aus fanatischen, da, Biografismus. Vater Missionar, der auch nur abhaut. Sie kommt aus einer krassen, aus Gütersloh, aus einer krassen, sagen wir, protestantischen, fanatischen Umgebung. Das heißt, sie kriegt Fanatismus erstmal mitgeliefert. Und dann ist sie, wo sie eh, sagen wir, aus logischen Gründen, was durcheinander bringt. Sie ist lesbisch und hat deshalb Probleme. Horror. Aber will darum die Sprache ändern? Also ich weiß jetzt nicht genau, was, sagen wir, fiese Männersprache mit Problemen für homosexuelle Frauen zu tun hat. Jedenfalls sagt sie einen Schlüsselsatz und sie sagt, ich wollte, dass die Gesellschaft sich dahin ändert. Sie will es. Das heißt, wir leben in revolutionären Zeiten. So sehe ich das. Und jetzt können wir überlegen, was wir wollen. Nur das Problem ist, ich wollte wirklich jetzt nicht über Sprache reden, ich will nur eine Sache sagen. Das geht ja nicht nur darum, dass man Worte erweitert, sondern auch darum, dass man bestimmte Worte benutzt. Es gibt ja wirklich ein Myriaden an neuen, meist englischen Worten, die irgendwas bezeichnen. Irgendein Phänomen, irgendein Feind, irgend so. Und das alles ist immer dazu da, um die Gesellschaft zu ändern. Und nicht um etwas einfach nur zu beschreiben. Na klar. Und was war das im Bolschewismus, was gab es für Worte? Was heißt denn rumreiche sowjetische Armee? Das ist doch einfach nur zu sagen, zu lügen. Die war ja nicht rumreich. Die hat zwar einen Zweiten Weltkrieg gewonnen, aber rumreich war sie nicht. Sie war voller Verbrechen und so weiter. Kosmopoliten. Für was stand das Wort Kosmopoliten. Antisemitisch. Das war für Juden. Klar. Das funktioniert nicht. Das geht immer kaputt. Diese Art von Sprache geht immer kaputt und ich warte schon darauf, wie in 10, 20 Jahren ist es so, so wie wir uns heute irgendwie über DDR-Sprache lustig machen, wie man sich darüber lustig machen will. Das wird so kommen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber bin ich drauf gekommen, der gar nicht drüber reden wollte. Du hast ja, und darauf wollte ich nochmal zurechtkommen, vorhin gesagt, auf die Frage, wer die klügsten Menschen sind, die du kennst, oder das war noch nicht mal eine Frage, hast du gesagt, Das ist übrigens super. Ja, das ist, können wir das nochmal für das Protokoll, für das Blog, das ist eine der Nachspeise, oder? Das ist irgendwas mit irgendwas. Oh Gott, jetzt habe ich das gemacht, wo Heide gesagt hat, ich soll es nicht machen. Auf keinen Fall ins Mikro schmerzen. Ja, bitte nicht so reinschmerzen, bitte. Mit vollem Mund. Ist da Kokos drin, oder? Es ist irgendwas Dunkels drin, du musst es probieren. Nee, nee, ich freue mich, dass du sowas gefunden hast. Sind das Klebereisbärchen? Dann esse ich lieber noch von diesen anderen. Die sind mit Kokos- und Erdnussmanteln. Ja. Ja, ist gut. Sagen ohne Soja. Sehr gut. Entschuldigung, aber jetzt habe ich dich eigentlich in Rüde unterbrochen. Ja, jederzeit. Guck mal, ich habe meine eigene Nachspeise. Ihr Leben. Was hast du? Ich habe das auch nochmal. Es gibt verschiedene. Nein, es gibt verschiedene. Es gibt verschiedene. Oh, sorry, Moment. Für dich, siehst du, du hast so eine geschichtslose Nachspalte. Die ist nur für dich gemacht, Jochen. Diese Tür. Oh, das sieht aber lecker aus. Sag mal. Hm. Ja. Ich werde mal eins nehmen. Ist das Chia-Pudding? Ist das mit Soße dann? Kokos. Und da ist eine Soße bei. Ich warte erst. Dann sind das die Klebereisbärchen mit Kokos. Über Helge Malcher müssen wir reden, weil der dein Verleger ist und den hast du vorhin schon mal erwähnt, als er junger Lektor war. Oh, jetzt kriegen wir sogar nochmal hier eine nächste Runde Cola. Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Cola-Flaschen, die auf dem Tisch stehen, gehabt bei Allesgesagt. Ich habe blöderweise den Tee nicht angefasst und wenn du mir nicht böse bist, können wir nochmal. Dankeschön. Helge Malcher ist dein Verleger seit vielen Jahrzehnten. Der hat deine ersten literarischen Texte veröffentlicht. Hat er dann auch gleich gesagt, okay, du bleibst bei uns im Verlag und ich sorge dafür, dass du bei uns veröffentlichen kannst und du kannst, ich sorge dafür, dass du eine finanzielle Absicherung hast. Wie ist das alles entstanden? Also das erste habe ich ja vorhin kurz erzählt und dann erschien das Buch und das hat sich auch sogar ziemlich gut verkauft, dafür, dass es ein Debüt war. Was heißt denn das? Das waren damals, weiß nicht, 10.000, 11.000, aber das ist, wir sprechen 1990, 10.000, 11.000 und damals war das leider so, keiner hat diesen Erfolg erwartet und man druckte nicht so schnell Bücher nach wie heute, schon gar nicht, wenn man es nicht erwartet und das dauerte dann drei, vier Wochen, bis die nächste Auflage kam. Das war ein bisschen traurig, aber egal, also 10, 12, sorry, dass ich das erzähle. und dann hat er mir vor dem, dann hat er gesagt, komm, lass uns doch mal einen Vertrag machen für das nächste. Und dann haben wir einen Vertrag für das nächste gemacht. Ich weiß noch nicht mal, ob drauf stand Erzählungen oder Roman oder nur Buch. Und dann hat er mich nie wieder, das Geniale an Helge, der Helge fragt mich nie etwas. Neulich hat er das erste Mal im Leben gesagt, arbeitest du? Da habe ich gesagt, Helge, entschuldige bitte. Das ist, als hätte er mich gefragt, ob ich mit meiner Mutter gern schlafen würde. Also es war unglaublich. Nein, also der Helge hat einfach unglaublich taktvoll und hat mir einfach diese unendliche Freiheit gegeben. Es gibt Autoren, die brauchen viel mehr Gespräche über das, was sie machen, aber er hat sofort gemerkt, wie deine Mutter. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwie eben meine Erzählung geschrieben, dann erschien ein zweites Buch, das war okay, aber nichts Besonderes. Und dann haben wir nie wieder über etwas geredet. Und dann habe ich nach fünf Jahren ihm ein Manuskript auf, da bin ich nach Köln gekommen und habe gesagt, übrigens, das habe ich in den letzten vier Jahren gemacht und habe ihm ein Manuskript dahin gelegt, das war eben die Tochter, der Roman über den Israeli und habe gesagt, ich hätte gern die Summe X. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Wie ist die Summe? Kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht verstanden. Kann ich nicht sagen. Wie viele Xe? Sechs. Okay. Sechs Xe? Das sind wir doch schon weiter. Das ist aber eine ordentliche Summe X. Das war aber auch so gerade eine Goldgräberzeit. Alter Schwede. Ja, entschuldige bitte. Ich habe fünf Jahre. Ich weiß. Weißt du, wie wenig Geld das ist? Ich kenne viele Autoren, würde man nicht glauben, Autoren, die nicht 6X kriegen, nachdem sie fünf Jahre an dem Text gearbeitet haben. Das würde ich heute auch nicht kriegen. Das war schon die Zeit. Ja. Was war das für eine Zeit? Das war so 1999. Wirklich, das war gar nicht. Ich weiß nicht mehr, warum. Das war ein paar Jahre. Ich weiß nicht, warum. Auf einmal zahlten alle wahnsinnig viel Geld. In der Literatur? Ja. Es gab, ich hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass zum ersten Mal Literaturagenturen aufgetreten waren. Das kann sein. Hattest du jemals einen Agenten? Du hast das Gesetz erst kurz vor Agenten. Ich habe nie einen Agenten gehabt und schon meine Schwester nannte mich früher immer Agentus Agenti. Du bist der härteste Verhandler selbst. Nee, ich. Agentus Agent. Nein, ich habe... Sechsstellig. Ich habe... Mir macht das Spaß. Das Verhandeln? Ja. Warum? Weil mir zum Beispiel auch Spaß macht. Ich sammle ja seit ewig... Früher habe ich alte Uhren gesammelt und dann komme ich nicht los von alten Möbeln, Designermöbeln. Und es macht mir einfach irrsinnigen Spaß, etwas, was ich natürlich für selbst, auch für 1500 Euro kaufen könnte, für 300 zu kaufen. Zu finden. Zu finden. Und zu verhandeln. Verhandeln. Man nennt das Ebay. Nee, Ebay nicht. Ebay ist völlig absolut unnütz. Ebay ist... Also ich bin da wirklich... Ich schwöre, das einzige Ding, was ich nicht benutze, ist Ebay. Ich habe Freunde, die richten sich gerade ihre Wohnung mit Ebay ein und fahren durch Deutschland am 31.12. um sich den tollsten Herd der Welt für den Drittel des Preises anzubauen. Das kann sein. Das gibt es und es sind keine schrottigen Sachen. Offensichtlich ist es eine riesige Szene von Leuten, die genau nach diesen... Exzellenten Designermöbeln. Nee, das ist was anderes. Das ist eine andere Welt. Ganz anders? Ja. Es gibt diesen Laden an der Ecke des Ziehungskirchplatzes. Es gibt so einen alten Sammler von Designermöbeln. Kennst du den, wenn du da wohnst? Kenn ich. Ich stand da immer mit offenem Mund davor und dachte, unfassbar, was diese Dinge kosten. Ja, ja, aber das ist halt eben... Sowas, ja? Ja, ist nicht nötig. Wobei es wird immer komplizierter. Also mir gefällt einfach... Wie soll ich sagen? Ich mag schöne Sachen und ich bin froh, wenn ich genug Geld verdiene. Und ich finde auch übrigens, dass man sich einfach nicht reinlegen lassen sollte. Denn in der Regel ist derjenige, mit dem ich verhandle, unendlich mächtig und reich, weil er ist ja ein großer Verlag. Dann soll er mir nichts vorheulen. Aber ich habe auch gleichzeitig Sinn für Realitäten. Und dazwischen irgendwie bewegt sich... Aber das ist gar nicht... Das ist eine Nebensächlichkeit. Es ist doch für mich besser... Also erstens bin ich bei einem Verlag, der... Mein Vater hat jetzt geklopft, seit 30 Jahren immer die... Absolut korrekt abrechnet. Kiepenheuernwitsch in Köln. Genau. Gibt es Verlage, die das nicht tun? Es gab einen sehr bekannten Verleger, der immer wieder mal, glaube ich, Probleme hatte mit seinen Autoren. Ja, ja. Und du kannst das übrigens auch nicht wirklich nachprüfen. Wollte ich gerade sagen. Wie willst du das nachprüfen? Also, aber wie gesagt, ich bin da unheimlich glücklich. Niemand muss für mich sagen, die Abrechnung kontrollieren. Und hoffentlich werden sie das jetzt nicht umändern lassen. In Zukunft nur noch die Hälfte. Und ein schönes Essen, bei dem es plötzlich ein paar Xe gibt, statt irgendein Agent, der auch noch irgendwie Scheiße baut und dann kriegt er noch 20 Prozent und dann geht es über ihr. Wer braucht das? Also je weniger Apparat, glaube ich, desto besser. Das ist auch der wichtigste Grund. Ich habe jetzt jemanden, der versucht, meine Sachen im Ausland zu verkaufen, weil der ganz, ganz toll ist und interessant ist und bei Auslandsrechten habe ich dann ein bisschen eine andere Haltung. Bist du ja auch einer der wenigen deutschsprachigen Autoren, die vom New Yorker veröffentlicht werden, wurden. Einmal. Zweimal. 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 Aber es gibt nicht so viele, ne? Ingo Schulze, bestimmt Sebald, dann irgendwie so ein, zwei so stinklangweilige. Wer wäre das jetzt? Wer könnte das sein? Ja, die sind ja alle stinklangweilig. Das ist ja das Problem. Aber jetzt New Yorker ist vielleicht... Aber es ist schlecht ausgegangen mit dem New Yorker. Ja, warum? Weil ich mit denen ein wahnsinnig gutes Verhältnis hatte. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die ich in Deutschland mit Helge Meischel nicht hatte. Die ersten beiden Erzählungen, die da erschienen sind, sind sehr hübsche, ich würde ja fast Fingerübungen sagen, sind so Liebes-Short-Stories. Da tue ich ja niemandem weh. Und ich habe die beiden Literaturredakteure kennengelernt, die ich ganz toll fand. Sie ist sehr berühmt, Deborah Treisman. Und dann gab es noch einen zweiten Willian... Willing Davids. Und ich habe mich mit denen getroffen und habe sogar David Remnick dann dort, als ich dort war, mal kennengelernt kurz. Den Chefredakteur. Den Chefredakteur, der irgendwie, glaube ich, unsterblich ist. Irre. Und sie sagten, du musst uns unbedingt wieder Sachen schicken, aber das war kein so ein amerikanisches, höfliches. Weil unser Problem ist, sie würden gerne mehr aus Deutschland drucken, aber die Leute machen den Fehler, sie schicken uns das nicht in Übersetzung. Wir können es ja nicht lesen. Und dann habe ich alle zwei Jahre ihnen ein, zwei Geschichten geschickt. Und zweimal wollten sie es wirklich machen, die Redakteure, aber weil der New York hierarchisch sagt, sie am Ende tut uns wahnsinnig leid, aber Remnick will es nicht. Und komischerweise waren das jedes Mal Erzählungen, in denen plötzlich wieder sozusagen das Billerische drin war, dieses seltsame Judending. David Remnick, der selber... Der ist Jude, aber der ist halt so ein... Und natürlich säkular aufgewachsen. Irgendwie ist der so ein Jude, der mich echt nerven würde, weil der so ein Streber-Jude ist und gleichzeitig irgendwie finde ich eh, dass der New Yorker immer unangenehmer wird. Auch immer Post-Linker und da gab es sogar schon mal einen antisemitischen Artikel einmal. Also es wird so. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber gleichzeitig rühmte er sich immer seine Freundschaft zu Philip Roth. Also da hat was gestört. Und mir ist auch übrigens in Amerika zweimal schon passiert, dass Bücher von mir gekauft wurden, bezahlt wurden. Von Verlagen? Von großen Verlagen. Und dann, nachdem die ersten Teile der Übersetzung reinkamen, die Verlage sie wieder ablehnten. Also irgendwie ist es nicht nur ein Problem zwischen mir und der deutschen Gesellschaft, sondern auch vielleicht woanders störe ich mit irgendwas. In einem Deutsch, das ich nicht spreche, würde ich mal sagen, ich ecke an. Also da ist irgendwas und am Ende ist es das, was du vorhin Mut genannt hast. Ich würde eher sagen, dann bin ich plötzlich wieder da, wo mein Vater war, Direktheit. Ich glaube, Menschen, egal wo und wie und mit welcher Geschichte, oder ohne Geschichte, mögen keine Direktheit. Denn für Direktheit muss man sehr, sehr viel selbstbewusst sein. Aber hattest du nicht gerade einen anderen Grund genannt? Also dass sozusagen die Geschichten, in denen das Jüdische eine Rolle spielt, abgelehnt werden? Du musst diese Kokosdinge, ist das Hass? Unser Gast genießt jetzt, genießt doch das Gast. Was wie auch immer es heißt, wir werden es im Blog gelesen, mit Kokos, ganz toll. Kleberreisbärchen mit Kokos und Erdnussbärchen. Ja, aber das ist ja auch Direktheit. Ich habe jetzt leider, welche Geschichte war das denn? Sorry, es tut mir leid. Ich hätte nicht anfangen sollen, weil ich hätte dann auch erzählen sollen, welche Geschichten das waren, aber das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall, das waren die nicht. Die sind ja, die sie genommen, die haben ja auch ein paar abgelehnt, schon die Literaturredakteure. Ist ja völlig in Ordnung. Aber da ging es speziell darum, aber ach, zum Beispiel eine Geschichte über Selinger. Darauf habe ich auch dann sozusagen dieses Angebots-Ablehn-Verhältnis für immer beendet. Selinger, ich habe jetzt so ein paar Geschichten über Schriftsteller geschrieben, auch diese Babeln. Selinger kam ja aus einer ein bisschen komplizierten Familie, kam aus einer jüdischen Familie und fand aber dann heraus, dass seine Mutter konvertiert war. Bei Eidysener ist er in der jüdischen Familie aufgewachsen. Er kam als deutscher Soldat nach Deutschland, als amerikanischer Soldat nach Deutschland und hatte dann eine große Liebesgeschichte mit einer deutschen Frau, irgendwo im Fränkischen. Und das war nie genau klar, ob sie nicht irgendwie eigentlich eine Narzisse gewesen ist, ob sie artesemitisch war und so. Er war sogar für, glaube ich, für ein paar Wochen war in einer Klinik, psychiatrischen Klinik. Und dann ist er mit ihr zurück nach Amerika gegangen, hat sie geheiratet und nach einer Weile, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr war es vorbei und sie ging zurück. Und ich habe darüber eine Erzählung geschrieben, die natürlich sagen, auch wieder dieses Menschliche, wie kann das sein, dass jemand wie Salinger mit einer solchen Frau eine Liebesgeschichte hat und am Ende ist es nicht gerade logisch. Und das war ihnen dann schon wieder zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, jetzt hören wir. Ich habe wirklich dann zurückgeschrieben und gesagt, es reicht, es kostet mich sehr viel Geld und wir beenden jetzt dieses Spiel auf Wiedersehen. Und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Also deshalb, sie haben mal zwei Geschichten im Jahr 2006 oder so. Das war es. Sag mal, jetzt wo wir uns schon ein bisschen besser kennen, du benutzt unterschiedliches Vokabular, um zu beschreiben, was für eine Art von Jude, mit dem ich es hier zu tun habe, also zum Beispiel der Chefredakteur des New Yorkers, der ist wahrscheinlich säkular und denkt so und so und so. Das ist auch etwas, was auffällt, wenn man alles liest, was du schreibst. Das sind Koordinaten, die sind wichtig. Säkular hat übrigens Christoph gesagt. Entschuldigung. Ich habe gesagt, ich kann ihn nicht einordnen, aber er nervt mich. Ja, aber es ist so sehr wichtig, einerseits natürlich, wenn man deine Werke liest, aber mir fällt eben dieser Streit ein, der ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Entschuldigung, dass ich schon wieder auf einen Streit komme. Über Max Czolek, wo es auch um die Frage ging, wer ist eigentlich in der Position, aus der Sicht von Juden zu sprechen? Ich hoffe, ich kann das jetzt korrekt referieren. Da ging es darum, dass er aus dieser Sicht schreibt und du aber einen Beitrag in der Zeit, Full Disclosure, unter anderem darauf hingewiesen hast, naja, also, und das sind jetzt meine Worte, technisch ist dieser Autor kein Jude, weil seine Mutter keine Jüdin war und weil auch sein Vater keiner war und ich glaube, der Großvater einer war und wer redet da eigentlich? Das ist sozusagen bei mir, das habe ich gespeichert und ich fände es interessant, darüber einmal zu sprechen, also wie, was heißt das, wenn man jüdisch ist und sozusagen aus dieser Sicht schreibt und wer darf das für sich beanspruchen? Und das war ja eine Debatte, die dann losging, die riesig war, also der Text hat unheimlich viel Echo hervorgerufen, der Zentralrat hat sich geäußert und so und ich stand da und dachte, das war Thema bei vielen Abendessen in der Pandemie, jedenfalls in meinem Umfeld, alle haben darüber gesprochen. Und wenn du schon mal da bist, können wir mal darüber sprechen. Ja klar, aber also, erstens Streit, es gab keinen Streit, ich bin nur bei einer Veranstaltung zu ihm gegangen, und habe gesagt, hör auf mit dem Scheiß, du bist kein Jude, warum erzählst du das überall? Warum ist er kein Jude, aus deiner Sicht? Weil er nach der Halacha kein Jude ist. Und was heißt das? Bitte nochmal, wir sind ein Bildungspodcast. Ah, Verzeihung. Die Halacha ist das jüdische Religionsgesetz, die besagt, dass ein Jude ist jemand, dessen Mutter jüdisch ist oder der zum Judentum konvertiert. Fertig. Aber es gibt, man muss auch sagen, es gibt eine riesige Debatte, also weltweit. Ja, es gibt eine riesige Debatte, auch darüber, ob das Englandtor irgendwie ein Englandtor war. Also dazu gibt es nicht, was zu diskutieren. Aber es gibt diese Debatte. Du sagst, es gibt nichts zu diskutieren, aber es gibt eine riesige Debatte. Nee, würde ich nicht sagen. Nee, das stimmt nicht. Da hat die sogenannte Gegenseite auch Unwahrheiten gesagt, weil auch in Amerika kannst du nicht einfach nur so. Okay. Du kannst, auch wenn du jetzt die Reformierten... Aber du musst konvertieren trotzdem. Ja, natürlich. Das ist ja Quatsch. Ich behaupte, dass das eh Irrsinn, dass dieselben Typen, die so hyperidentitäre sind, ausgerechnet da sagen, aber hier kann ich machen, was ich will. Ja, also das ist auch sehr, sehr interessant. Aber nur kurz zusammen... Bitte einmal erklären das wirklich, meines Erachtens. Ja, ja, ja. So. Alles, was ich gemacht habe, weil es mich seit einer Weile bewegt hat, das sehr unentwegt, einschließlich zum Beispiel einem großen Artikel in den New York Times, könnt ihr nachlesen, sagt, ich Jude, da sagt er schon in den New York Times irgendwie sinngemäß, bin einer der wenigen Juden in Deutschland, die noch Verbindungen zu der Zeit vom Dritten Reich haben. Entschuldigung, das ist Theater. Das ist eigentlich Gedächtnistheater, ein Lieblingswort von ihm, sondern einfach Tschollektheater. Und es ist mir vollkommen wurscht, wenn irgendwie in meinem Haus im vierten Stock irgendein bekloppter Typ lebt und das behauptet. Nur wenn jemand das sagt und gleichzeitig unentwegt politisch die Erwartungen seines in der Regel linken Publikums bedient mit seinen Positionen zu politischen Fragen, die oft auch Israel betreffen, sage ich mir irgendwann ist mir genug und wenn ich ihn da sehe zufällig, dann sage ich es ihm. Was ist danach passiert? Ich habe nie wieder mit irgendjemandem öffentlich drüber gesprochen, weil ich ehrlich gesagt auch andere Sachen interessanter finde als seine Befindlichkeit. Noch während ich, das ist doch witzig, noch während ich im Taxi sitze nach Hause von dieser Veranstaltung, das war in der Akademie der Künste hier am Dings. Am Brandenburger Tor. Ja. Typ twittert irgendwas. Ich hätte ihm wie gesagt, er sei kein Jude. Also er wollte Aufmerksamkeit. Oder es hat ihn getroffen. Oder vielleicht beides. Aber dann twittert man das doch nicht. Dann geht man doch nachdenken. Geht man weinen. Vielleicht war er wütend und hat gesagt, hier, der hat jetzt... Nee, aber so hat er nicht geschrieben. Er hat ja geschrieben, irgendwie, das müssten wir jetzt, wir googeln ja nicht, aber er hat ungefähr geschrieben, eigentlich würde ich ihn diskriminieren. Und was dann? Und dann willst du dann, dass irgendwie deine Truppen irgendwie von meinem Haus demonstrieren? Also was willst du mit so einem Tweet? Ich fand das sehr lustig, hat mich gesagt, ich habe mir nur gedacht... Du fandst es nicht lustig. Bitte? Du fandst es nicht lustig. Du sagst es jetzt so, aber das klingt nicht so, als ob du... Nein, ich dachte, super, es hat ihn getroffen, es arbeitet in ihm. Er hat nur eine blöde Art... Da habe ich ja noch nicht gewusst, wie es weitergeht. Und dann wäre es eigentlich vorbei gewesen. Ich glaube, der hat 20 Reaktionen gehabt auf diesen Tweet, das war echt nichts. Dann passiert aber etwas, und ich habe gar nichts mehr mit irgendwas dann zu tun, ja? Und dann passiert etwas, dass tatsächlich Josef Schuster, der Chef des Zentralrats der Juden in Deutschland, was immer das ist, in der jüdischen allgemeinen kurzen Text schreibt, in dem er schreibt, dass ich in einem Recht habe, dass das einfach nicht geht. Hintergrund des Ganzen ist, dass sogenannte normale Juden in Deutschland, alle schon stocksauer sind auf das Tschollek-Theater. Aber sie sind in der Regel eher nicht Leute, die im Medienbusiness sind, die was schreiben. Deshalb sage ich, normale Leute, die waren ja wahnsinnig davon genervt, dass da jemand in ihrem Namen dann etwas erzählt, was nicht ihre Meinung ist, aber es soll so klingen, als würden alle so denken. Soll er doch in seinem Namen so sprechen? Das habe ich ja oft gehört. Kommt der Artikel von Schuster, hätte er doch auch einfach schweigen können. Stattdessen hat er wieder drauf sehr heftig reagiert. Und ich hoffe, in der Chronologie bin ich jetzt richtig. Und dann erscheinen mehrere Artikel. Es gab einen sehr guten Artikel von Jacques Schuster in der Welt, fand ich, der auch ein bisschen erzählt hat, wie schon nach dem Krieg die irgendwie zum Rabbiner, Berliner Rabbiner, ganz viele Deutsche kamen. Also wirklich hunderte, glaube ich, die konvertieren wollten. Also es hat sehr, sehr viel zu tun mit dieser ganzen, das ist ja alles sehr, sehr kompliziert, diese Geschichte. Da sollten wir vielleicht danach, das finde ich interessanter, als diese Scholleck-Sache. Und plötzlich gibt es eine Resolution für Scholleck. Ich meine, hallo? Also ja, ich möchte jetzt auch eine Resolution für mich, dass ich irgendwie von der Zeit 100 Euro mehr im Monat für eine Kolumne bekomme. Also, Resolutionen sind eh lächerlich, aber was fordert, wer fordert da was? Und so wurde das immer größer. Die Deutschen fanden es alle aufregend, das Thema. Das ist schon wieder wie diese eine Franke-Geschichte. Ah, die Juden gehen aufeinander los. Und geendet hat das damit, dass Max Scholleck dann genauso weiter seine Geschichte durchzieht wie früher. Er kuratiert zum Beispiel im Frankfurter Museum, jüdischen Museum, eine Ausstellung zu etwas, was er jüdische Rache nennt. Da entsteht schon wieder ein neuer Mythos. Er würde sagen, da soll gezeigt werden, dass es nach dem Krieg Juden da gab, die sich rächen wollten. Und da gab es doch diese Leute, die, glaube ich, in Nürnberg das Trinkwasser vergiften wollten und so. Irrsinniger Bullshit. Rache gehört nicht ins jüdische Programm. Existiert nicht. Ja, also wir können darüber reden, ob es in den israelischen Vergeltungsangriffen, aber sagen wir, bis 1945, Rache kein Thema. Juden haben übrigens auch 2000 Jahre lang keinem anderen Volk auch nur ein Haar gekrümmt. Was ist das? Das ist plötzlich so ein komischer Topos, der eigentlich irgendwas verdreht. Darf ich noch einmal an dem... Ja sowieso. Nee, nee, also... Ich bin eh abgekommen. Noch nicht ganz, aber es gibt eine Definition, ich bin Teil einer Religion und dafür muss meine Mutter, also das ist der eine Weg, entweder ich konvertiere oder meine Mutter war Jüdin, dann bin ich automatisch ein Jude. Aber ich versuche jetzt mal mich als Beispiel zu nehmen, ich bin mal aus... Wir haben das hier schon öfter besprochen, deswegen ist es auch kein Geheimnis, ich bin mal aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen nicht... Also ich könnte trotzdem katholischen Glaubens sein. Ich gucke jetzt dich mal an, weil Christoph noch näher am Glauben ist als ich. Es wäre jetzt kein Widerspruch, wenn ich technisch kein Katholik wäre und trotzdem in die Kirche gehe oder auch meinem Glauben anhänge und vielleicht in einer anderen Glaubensgemeinschaft oder so. Und dieser Punkt, vielleicht ist er nur technisch, spielt ja hier plötzlich eine Rolle. Einerseits gibt es jemanden, der ist technisch kein Jude, redet aber aus einer jüdischen Position, jedenfalls muss man das so verstehen, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben zum Beispiel, Desintegriert euch heißt das, über das wir auch mal sprachen, weil Deborah Feldman in diesem Podcast war und da kamen wir irgendwie drauf und ich versuche zu verstehen, was heißt, und das wäre meine Frage, was heißt jüdisch sein? Kann ich dir sagen, ganz einfach. Es heißt, dass von jedem, der Jude ist, wirst du den Satz hören, was macht dich, sagen wir jüdisch, so antwortet er, wir haben für den Pharao Pyramiden gebaut. und das ist kein Witz. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einfach ein krasses Ding. Das ist ein irrsinnig krasses Ding. Das sind 3000 Jahre und die hören einfach nicht auf. 2000 Jahre davon nicht mal irgendwie sich gewehrt und es geht immer weiter. Ist es, weil, sagen die Juden irgendwie, also es gibt ja diese Geschichte, die Juden hätten den, als erste den einzelnen monotheistischen Gott erfunden. Meine These ist eine andere. Die Juden waren die ersten, die gesagt haben, es gibt keinen Gott. Wir sind allein. Denn der ist ja unsichtbar, der ist scheiße, der kümmert sich nicht um dich, der ist gar nichts. Und die Juden haben gleichzeitig aber die Moral auf die Welt gebracht mit den 10 Geboten. Und irgendwas davon, die Mischung aus diesem Bewusstsein, die Mischung aus einem bestimmten Denken, die Mischung aus einem Verhältnis zu der Moral, wo man ständig dagegen handelt, dass alles ergibt mit der ganzen Geschichte und mit dem Bewusstsein eben der eigenen Geschichte. Dass alles ergibt und mit der Tradition und mit den Büchern, weniger mit der Musik, mit dem, mit dem, mit der Liebe, mit der, also eigentlich beten ja Juden Schrift an. Das alles zusammen ist Jude sein. und es gibt ständig irgendwelche, es gibt ständig irgendwelche Gesetzesbrüche, Traditionsbrüche, das, aber komischerweise sind die ja immer noch da. Übrigens ganz kurz zu den Büchern, es gibt ja, bei den Juden dürfen ja kein Buch wegwerfen. Das heißt, alle, wann immer, es gab immer ein Raum, ich weiß nicht, ob das heute noch existiert, die ist Genisa, in einer Synagoge, wo alle, sozusagen, alle religiösen Schriften, die man nicht mehr brauchte, weil sie schon zu alt waren, zerrissen waren, wo man sie verwahrte. So gab es ja einen großen Fund einer Genisa, ich glaube, in Alexandria, in einer Synagoge, 2000 Jahre alte Schriften. Also das ist wirklich, diese Liebe zu der Schrift und gleichzeitig eben die Geschichte, die, die Gefühle, das ist alles da, trotz dem Massaker, Pogrome, Holocaust, es ist immer noch da, es ist doch irre. Und warum das noch da ist, dafür gibt es meiner Ansicht nach nur einen einzigen Grund. Das ist tatsächlich die Halakha. Das sind die Religionsgesetze und das sind die orthodoxen Juden. Denn die sind sozusagen für mich, in meiner Vorstellung, die sind der Baumstamm. Die sind da seit immer oder seit dem Beginn der Diaspora. Und dann sind da so Äste, die von diesem Baum wegwachsen. Und dann ist hier mal irgendwie ein total Assimilierter, der aber dann wieder zurückkehrt zur Religion und dann ist da einer wie ich, der komplett unreligiös ist, aber eigentlich ein perfekter Rabbiner hätte werden können. Und warum hättest du ein perfekter Rabbiner werden können? Weil ich so gütig bin. Eindeutig, eindeutig. Aber darf ich nochmal ganz kurz, ganz kurz, sofort zu deiner großen Frage zurück. Nur einmal, sag nochmal eine ernsthafte Antwort zum Rabbiner. Ja, weil ich wirklich Verständnis für, ich glaube wirklich, ich verstehe jeden Menschen, ich verurteile so, wenn wir reden, niemanden und ich habe das, was ich vorhin von meinem Vater erzählt habe, ich glaube, ich schaffe es, das ganz Komplizierte irgendwie runterzubrechen und dann eine richtige Antwort zu geben. Also es gibt ja diesen bekannten Witz, wo Blau und Grün zum Rabbi kommen und irgendein Problem haben miteinander und der Rabbi hört sich alles an und sagt, Blau, du hast mich überzeugt, du hast recht. Blau geht glücklich weg und Grün ist echt zerknirscht und sagt, aber Rabbi, ich meine, so, weißt du was, Grün, je länger ich drüber nachdenke, du hast recht. Und dann geht Grün total glücklich weg und die Frau des Rabbiners, man nennt sie Rebbezin, die Rebbezin sagt, Mäuschelle spinnst du, wieso kannst du zu beiden sagen, dass sie recht haben? Und dann sagt er zu ihr, weißt du was, Surrille, du hast auch recht. Also so eine Art Rabbiner hätte ich werden. Das ist übrigens noch eine Klammer auf, ich wollte jetzt vorhin schon sagen, du hast recht, du kannst, du hast für mich den Historikerstreit, ich glaube, in einem Satz entschieden, in einem Text, den ich gleich wieder suchen werde, in irgendeinem der Essays geht es um den Unterschied zwischen Faschismus und Bolschewismus und sozusagen dieser Gleichsetzung und du sagst, glaube ich, nein, das eine, ich weiß es nicht mehr. Wir können es nicht gleichsetzen, weil das, also der Kommunismus und auch seine Entartung, aber es geht um den Menschen, und im anderen Fall geht es, ich glaube, das war der Text, geht es um die Neurosen der Deutschen, in dem Fall ging es um deutschen Faschismus. Das war so in zwei, drei Federstrichen das Beste, was ich je dazu gelesen habe. Das ist nett, vielen Dank. Man kann es nicht einfacher auf den Punkt bringen, wo der Unterschied ist und damit war für mich, zum ersten Mal habe ich klar gesehen an einem Thema, das ich nie entschieden habe. Also man kann darum so meandern. Also sind sozusagen alle pervertierten Systeme gleich? Nein, es bleibt am Ende ein Destillat eventuellen. Das eine redet über das und das andere redet eigentlich über was völlig anderes. Das eine sagt ich, ich, ich und das andere sagt der Mensch. Das stimmt einfach. Man merkt manchmal selbst nicht, wenn man mal was kluge geschrieben hat. Das war ganz in Ordnung. Wollte ich nochmal sagen, Respekt. Und darf ich, Christoph, darf ich jetzt, ich bitte darum. Wir wissen, warum du ein guter Rabbi wärst. Diese Halachat haben wir jetzt verstanden. Aber eigentlich, und da komme ich nicht mit, ist es ja nicht so, dass du jetzt den Buchstaben dieser Schrift, dieses Gesetzes jeden Tag Wort für Wört auslegst. Und dann, warum in diesem einen Punkt? Kann ich dir sagen. Warum in diesem einen Punkt doch? Kann ich dir ganz genau sagen. Weil, ich habe Juden so gern. Und ich bin so gern mit Juden. Und ich will, dass es Juden immer weiter gibt. Und ich, dafür muss es irgendwas geben, was es einfach, was einfach dafür sorgt, dass es sie gibt. Und, ich meine das jetzt nicht persönlich, aber mich interessiert, ich finde es interessant, dass, also jeder Jude, den ich kenne, Jude, Jude, der versteht genau, was ich meine. Und wir sind fast alle, die ich kenne, keine religiösen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen ja irgendeinen Maßstab haben. Ja, sonst, wie gesagt, sonst kann wirklich jeder sagen, oh, ich bin auch Jude. Und in Deutschland speziell ist das ja ein Anziehen einer Identität. Und das ist nicht sehr weit weg von diesen paar Leuten, es waren nicht viele, aber einige, der berühmteste war dieser Wilkomerski, die einfach behauptet haben, sie sind Juden. Der Schritt dahin ist nicht mehr weit. Nur noch eine Sache, damit du mich jetzt nicht für einen jüdischen Faschisten hältst. Ich habe genug Bekannte oder Freunde gehabt. Und das könnt ihr nicht kennen, das erzähle ich gerne. Die einen jüdischen Vater haben und eine nicht jüdische Mutter. Und das zerreißt sie. Jeden Einzelnen zerreißt es. Jeder ist mit diesem Ding beschäftigt irgendwie. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine lebt, ist sehr viel mit Juden zusammen, lebt in einer jüdischen Gemeinde, kommt auch immer darauf an, wie die Väter sich verhalten dann in solchen Fällen. Das ist auch die große Frage. Ich kannte zum Beispiel, ich hatte mal einen Freund in München, der hatte gleich vier Kinder mit einer Nichtjüdin und der war ein liebevoller jüdischer Vater, aber das hat er an sie überhaupt nicht weitergegeben. Gar nicht. Und andere geben es weiter. Und dann stehen diese Menschen vor diesem Problem. Wer bin ich? Das zerreißt sie einfach. Also glücklich sind die Kinder bei solchen Beziehungen, wo die Mütter konvertiert sind, am besten. Vorher. Vorher. Die müssen sich diese Frage nicht mehr stellen und können immer noch entscheiden, wie sie leben wollen. Und für dieses Drama, das ist nicht mein Dilemma, das ist mein Drama, habe ich tiefstes Verständnis. Und für mich sind solche Menschen, die kein Theater spielen, Juden. Dann bin ich kein Rabbiner. Ich kann ja nur jeden einzelnen Fall betrachten. Und nochmal. Aber wer entscheidet, du entscheidest dann. Ich entscheide gar nicht, aber mir ist es wurscht. Nein, nein, für dich. Ich merke einfach, die sind jüdisch. Und bei Max Cherrock hast du das Gefühl? Nicht nur, das wäre mir auch egal, aber er macht sozusagen das zu seinem Hauptargument bei allem, was er sagt, aber am Ende spricht er nicht wie ein jüdischer Intellektueller, sondern wie ein deutscher Intellektueller. Wir haben jetzt das Buch nicht hier, du hast dieses erste Buch von ihm erwähnt. Das ist wirklich einfach nur... Desintegriert? Ja, also das ist wirklich zusammengestöpselt und es ist schlecht geschrieben und er zitiert nur andere Leute. Das kommt ja noch dazu. Er zitiert ja immer nur andere Leute. Aber das sind unterschiedliche Themen jetzt. Du kannst ihm vorwerfen. Nein, 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 stopp. Du hast recht, das nehme ich sofort zurück. Darum geht es gerade gar nicht. Und er landet dann am Ende, wenn ich mich nicht irre, plötzlich in der großen Völkerfreundschaft. Jetzt sind wir wieder bei bolschewistischer Sprache. Also das Wort Völkerfreundschaft steht nicht drin. Aber eigentlich ist er auch jemand, für den am Ende, der er als Jude in Anführungsstrichen ist eigentlich der Vertreter aller Minderheiten. Und plötzlich, es endet am Ende auch wirklich, und das weiß ich aber nicht genau, deshalb möchte ich das jetzt nicht so sagen. Es ist, ich fühle mich in seinen Texten wie im neuen Deutschland. Und das ist ja auch, sind wir wieder beim Biografismus, das ist ja auch ein weiterer Strang in einem Leben, nicht nur von ihm. Es gibt ja in Berlin so kleine Dynastien, die entstanden sind in Ostberliner Zeiten. Er kommt aus so einer. Es gibt noch einige andere, hier wird es keine Namen nennen. Und da wird irgendwie weitergegeben, sagen, das kommunistische Feuer, die kommunistischen Ideale der Großväter und Urgroßväter und der Großväter, irgendwie werden die durchgereicht bis zu denen heute. Leute, das vermischt sich da auch irgendwie auf eine ganz komische Art. Und das gefällt mir auch nicht. Und jetzt nochmal zurück, aber zu deiner eigentlichen Frage, ich hoffe, ich kann mich erinnern. Mach, was du willst, aber in dem Moment, wo du es öffentlich machst, musst du dir Fragen stellen lassen. Und nochmals, ich habe ja noch nicht mal, das ist ja das Interessante an dieser ganzen Geschichte, ich habe ja noch nicht mal einen großen Text darüber geschrieben. Ich habe nur, nachdem er das getwittert hat, mir gesagt, okay, wie du willst. Dann schreibe ich, wie es war, aus meiner Sicht. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Er hat sich ja dann irgendwann darüber beschwert, dass irgendwie keiner ihn gefragt hätte. Mehrere Zeitungen haben gesagt, stimmt nicht, wir haben dich gefragt. Dann hat er sich gewohnt. Wir haben recherchiert allerdings. Er hat auch schon sehr Münchhausen-hafte Züge bei allem, was er macht. Und interessanterweise gab es dann dieses endlose Interview im Spiegel dazu, zum Schluss. Und jetzt kann ich euch eins sagen. Mich hat wirklich kein Mensch gefragt, außer einem Kollegen, Strichkollegin, sage ich extra, damit man nicht irgendwie überlegt, wer das hätte sein können, der sich es dann anders überlegt hat. Mit mich hat kein Mensch gefragt. Das ist so witzig. Ich bin auch froh, ich hätte eh nichts gemacht. Das ist irre. Und dann wird aber immer gesagt, es gibt einen Streit zwischen X und Y. Aber X hat sich doch gar nicht gestritten. Also die Frage muss ich nämlich zurückgeben. Warum bist du von dem Thema so fasziniert? Warum redet ihr bei so vielen Abendessen drüber? Ja, das frage ich mich auch. Und darüber haben wir gesprochen. Warum es, in dem Fall war es so, also an ein Essen kann ich mich gut erinnern, wo wir in der Gruppe waren, über die ich jetzt nicht sprechen kann. Du hast mir die Mondinger weggegessen. Ach nee, doch. Nee, ich habe nur eins gegessen. Wo tatsächlich noch eine jüdische Frau war, die das aber sozusagen am wenigsten interessiert hat, glaube ich. Und wir kamen irgendwie so drauf und ach ja, hast du gesehen? Du kannst übrigens Jüdin sagen. Eine Jüdin? Klingt komisch für dich, oder? Nee. Hattest du auch gesagt? Ich überlege jetzt gerade, ob ich das so sagen. Ich hätte das Engländerin gesagt und nicht englische Frau. Das ist nur, weil du ein bisschen eingebaut hast, kann man das Wort Jude sagen so ganz normal. Ja. Deutsch. Darüber muss ich länger nachdenken. Währenddessen erzähle ich die Geschichte zu Ende. Und dann, ich glaube, noch bei einem zweiten, wieder am Abendessen, und eine der Fragen war, warum ist das jetzt eigentlich interessant? Und du sagtest, ja, es ist so, und das habe ich natürlich notiert, weil die Deutschen interessieren sich jetzt dafür, wie die Juden, oder dass die sich jetzt streiten, Es gibt eine Oper, es gibt einen, die Meierbär, der Komponist, das ist jetzt andersrum, der wurde gefragt, welche seiner Opern, die er geschrieben hat, oder Beretten, die ihm die liebste sein, und dann sagt er, die Hugenotten. Und dann, wieso die Hugenotten? Naja, weil die einen Gäumen bringen die anderen Gäumen um, und dann hat der Jude dazu die Musik geschrieben. Und jetzt bei der Zetschollek-Sache ist es halt umgekehrt. Und darf ich dazu noch so eine Frage stellen? Du sagst die Deutschen und die Juden. Hm. Ja, klar. Das schließt sich aus, oder, sagen wir so, es hat angefangen, sich auszuschließen mit dem 30. Januar 1933. Hm. Nicht unsere Schuld. Hm. Also, die Deutschen haben gesagt, die Deutschen und die Juden. Hm. Es gibt kein Zurück. Es hätte auch anders ausgehen können, und dann wäre es, weiß nicht genau, wie es gewesen wäre. Also, ich glaube, das ist meine spontane Erklärung dafür. Es ist so selbstverständlich, wie du das sagst. Und auch da, so wie du sagst, warum sagst du jetzt Deutsche? Hier kommt es ja wahrscheinlich mehr auch auf den Absender an, oder? Ja. Also, das ist schon eine interessante, also deswegen, ich habe gerade darüber nachgedacht. Warum ist das eigentlich so interessant? Weil, wenn Jochen jetzt gesagt hätte, die Deutschen und die Juden, würde das so, wahrscheinlich wäre das nicht in meinem Kopf als Gegensatz. Aber das ist übrigens auch noch eine Kleinigkeit. Die Jude ist ja, das wird einfach, aber kein Problem, keine Kritik. Wie hast du gesagt? Bildungspodcast. Jude ist man nicht durch Religion. Hm. Ja. Hm. Das ist ja das. Also, die Juden sind für mich eine, sagen wir, eine Nation, die auch eine nationale Religion hat. Hm. Und da gibt es dann eben diese ganzen vielen, sozusagen, Brüche oder was auch immer. Aber, ich finde das Thema deshalb interessant mit Deutschen und Juden, weil, ich kann das nicht für die Deutschen lösen. Ich würde mich, ich glaube, in dem Moment, wo die Deutschen kein Problem mehr mit diesem Wort Jude haben, ist alles in Ordnung. Ich habe ja das Problem gehabt, also, nein, das Gute ist, ich komme aus einer Familie, in der, durch meinen Vater, aus einer sehr jüdischen Familie, bei meinem Großvater, der eben, ach, das ist ja richtig gut. Ja, ist ja klar, meinem Großvater wurde ja hingerichtet, weil, ach, das habe ich auch nicht zu erzählen. Jedenfalls stellte es sich heraus, dann ganz schnell, am Ende, weil ich dann plötzlich diese Papiere gefunden habe. Ah ja. Mein Onkel hat ihn gar nicht verraten. Ich weiß nicht, wer ihn verraten hat. Ich habe keine Ahnung. Aber mein Onkel, von dem ich das so lange dachte, war es nicht. Der schwache Onkel. Ja, er war es nicht. Eindeutig, er war es nicht, weil ich habe wirklich die tschechischen Stasi-Unterladen. Also, ich komme aus einer Familie, in der man bewusst jüdisch war, im Gegensatz zu vielen russischen Juden oder sowjetischen Juden, die aus verschiedenen Gründen sich allmählich davon verabschiedeten. Damit bin ich aufgewachsen. Ich bin Jude. Eltern kommen aus Russland. Ich bin in der Slowakei, bin ich geboren, bin zur Schule gegangen, bin in Deutschland, was bin ich? Ich bin Jude. Also, das ist klar. Und ich bin dadurch nicht besser oder schlechter als andere, vielleicht ein bisschen witziger, aber auch das ist nicht sicher und so. Und dann fange ich an zu schreiben, Literatur, nicht beim Journalismus. Und plötzlich merke ich, das ist übrigens auch noch das Weitere, was irgendwie so seltsam, irritierend oder 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 abstoßend oder im Gegenteil anziehend ist, dass ich einen, sagen wir, jemand bin, der als Jude schreibt und trotzdem das in Deutsch macht. Und was bin ich denn jetzt? Und dann habe ich selbst für mich, als ich damals sozusagen 30, Mitte 30 war, war für mich gleich, bin jüdischer Schriftsteller. Weil war das trotz. Ich glaube, das war ein bisschen trotzig. Weil du vorher schon zum jüdischen Schriftsteller gemacht worden warst? Weiß ich nicht, weil dieser Text von Peter von Becker, der wirklich auch so ein einschneidendes Erlebnis war, der war super in Ordnung. Der war nicht so, obwohl er natürlich erzählt hat, worum es da auch geht. Ganz seltsam. Also ich habe einige antisemitische Attacken erlebt. Ganz wenige. Und ich würde nicht sagen, von wem und mindestens ein ziemlich antisemitischer Text erschienen grauen Vorzeiten über mich in der Zeit. Also das konnte man nicht fassen. Das wollte man nicht. Ja, das bezog sich erst mal auf eine Auschwitz-Reportage von mir, die in Tempo erschienen war und dann später etwas abgeschwächt auf einen, auf mein erstes Buch. Jedenfalls war das vielleicht diese Reaktion darauf. Möglicherweise. Aber so ganz genau kann ich es heute nicht sagen. Nur im Laufe der Zeit wurde mir klar, Sie sagen, ich bin jüdischer Schriftsteller, damit ich nicht dazugehöre. Und dann denke ich nach und dann habe ich vor ungefähr, glaube ich, 19 Stunden gesagt. Moment, ich wiederhole das jetzt. Ich schreibe auf Deutsch, also bin ich deutscher Schriftsteller. Es gibt nichts anderes. Dann habe ich diese Beispiele von diesen anderen Schriftstellern gesagt vorhin. Und da ist halt eben die Frage, wann werden meine deutschen Leser mich mit derselben Entspanntheit und Unverklemmtheit lesen können, wie sie ein tolles neues Buch von Christian Kracht lesen. Und es kann sein nie. Denn zum Beispiel dieses neue Buch von Christian Kracht, Euro Trash, meinst du? Euro Trash, Roman, handelt irgendwie davon, wie der Held, der sehr viel mit, der sehr inspiriert ist von dem wahren Christian Kracht, mit seiner Romanmutter, die vielleicht, weiß ich nicht, wer mit der irgendwie durch die Schweiz reist. Ich habe es gelesen, ich habe es wieder vergessen, weil die Mutter sprach ein bisschen die ganze Zeit, als wäre sie das Völten oder FAZ. aber am Anfang geht es eben stark darum, dass er erzählt die Geschichte des, ich glaube, des sadistischen Großvaters, der gleichzeitig Nazi war. Also es wird sozusagen ganz krass mit dem Finger gezeigt auf diese Nazi-Vorgeschichte dieser Familie und dann eben, wie es dann weiter ging nach dem Krieg zusammen mit diesem Verleger, mit Springer und so. Und dann kommt diese Mutter ins Spiel und diese Mutter redet nicht wie meine Mutter. Die verhält sich nicht wie meine Mutter. Ich habe auch keinen sadistischen Nazi-Großvater, aber vermutlich all die, die so begeistert sind davon, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, die finden sich darin wieder. Und jetzt bei mir nehmen wir jetzt, vergessen wir mal jetzt diesen letzten, diesen falschen Gruß. Wobei es vielleicht interessant, mit wem können sie sich beim falschen Gruß identifizieren? Schwer, weil zu differenziert, was auch immer. Biografie zum Beispiel, der Roman, der 900-seitige Roman, von dem du nur 300 Seiten gelesen hast. Armin Joch. Nein, ich mache Spaß. Nein, ich mache Spaß. Ich habe von Infinite Jest auch nur 300 Seiten gelesen. Wirklich? Ja. Ein wirklich großes Werk der Weltliteratur. Das finde ich auch. Ich konnte es auch nicht zu Ende lesen. Aber ich finde es großartig. Nee, wirklich, ich finde es großartig. Schönes im Schrank stehen zu haben. Großartig, also finden, von dem man nur ein Drittel gelesen hat. Weil es 900 Seiten hat und weil man muss jetzt nicht das Buch zu Ende lesen. Also meine Freundin, die hat zu den intelligentesten Menschen gehört, die es gibt, die sagt, dass sie immer wieder drin lesen kann und sie findet, es ist das beste deutsche Buch, das sie kennt. Und jetzt werden alle Sachen... So ein Glück. Ich stelle dir mal vor, sie wird zu fürchterlich. Nein, also ich glaube tatsächlich bei dieser Art von Ich lese da immer wieder so zwei, drei Seiten. Das ist fantastisch. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende, aber das ist wirklich toll. Aber weißt du warum? Es ist wirklich ein bisschen wie Musik. Und zwar Infinite Jest jetzt von... David Foster Wallace. David Foster Wallace. Unendlicher Spaß. Tolles Buch. Wirklich tolles Buch. Ja. Ganz tolles Buch. Ich gebe euch ein anderes Beispiel für so eine Art von Buch. Eins meiner wichtigsten Bücher, das ist von Saul Bellow, Humboldts Vermächtnis. Ich würde jedem, 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 jedem empfehlen, das zu lesen, aber die alte Übersetzung. Weil die neuen Übersetzungen, die zur Zeit Mode geworden sind, neigen immer zum Elegischen. Und das schnelle Sarkastische, das verschwindet. Es gibt nämlich eine neue Übersetzung davon. Aber die machen auch Goncharovs irgendwie den Helden unserer Zeit kaputt. Also irgendwas ist im Moment los. Wurscht. Ein anderes Thema. Jedenfalls, da geht es halt darum eben um zwei Schriftsteller, über einen Alten, der irgendwie schon abgewrackt ist und einen Jungen und ihre Geschichte und gleichzeitig wie der eine langsam, langsam kaputt geht und, und, und stirbt und der andere, wie er irgendwie von einer Frau zu anderen taumelt und so weiter. Viel mehr ist es nicht. Ich habe jahrelang, auch zum Beispiel, als ich meinen Roman gelesen habe, ich habe jeden Tag, ich habe im Kreis das Buch, glaube ich, drei- oder viermal gelesen und die Dichte, die aber trotzdem eben auch gleichzeitig grundiert ist von Plot, was wir ja in der romantisch, meiner Ansicht nach, getriebenen Literatur nicht so oft finden, das macht es so stark, dass wirklich 300 Seiten, drei Seiten, das reicht. Du weißt es, du verstehst es. Das ist so, als würdest du irgendwie an Beethoven-Symphonie irgendwie zehn Minuten reinhören. Das hörst du ja auch, du bist sofort weg. Aber das ist nur eine bestimmte Sorte von Buch. Wer ist denn deine Lieblingsschriftstellerin? Warte mal. Also ich liebe die Dichterin Anna Akhmatova. Aus irgendeinem Grunde, ich komme mir gerade vor wie bei Wer wird Millionär? Ich habe mich auf diese Frage vorbereitet. Und jetzt habe ich ein Blackout. Und das ist auch noch die Wahrheit. Mein Gott, stell dir vor, Sie fragen mich jetzt. A, B. Nee, wirklich. Also ich hatte eine, also ich finde die Sylvia Blas genial. Lyrikerin. Naja, aber die Glasglocke. Ja. Ich finde das erste Buch meiner Freundin, Anna Pritzkau, genial. Du hast den Namen gesagt, wir wären viel zu diskret gewesen dafür. Naja, wir haben ja Facebook. Naja, aber wir wären ja trotzdem eine. Ich glaube, ich wollte echt einen blöden Witz machen. Nein. Man kann hier auch blöde Witze machen, oder? Ja. Und das ist auch der Podcast, in dem man blöde Witze machen kann. Das merkt jetzt eh keiner mehr nach 20 Minuten, hört ja eh keiner mehr zu. Nein, ich wollte über ein Buch, das ich nicht kenne, sagen. Ich glaube, das ist großartig und deshalb das ist Quatsch. Darf ich eigentlich das letzte? Sag mal. Natürlich, ich bräte das mit dem Kokos gerne. Ich würde gerne noch mal. Bin ich so der Nachspeise. Entschuldige, war die Soße nicht, dass ich da in etwas Salziges reintunke? Ich bin mir nicht sicher, ob das salzig ist. Probier mal, weil ich, das raucht so komisch. Salzig. Sie sind so verrückt. Ja, was soll man sagen? Dein Lieblingsrestaurant? Das ist das einzig kultivierte Restaurant in meiner Nähe. Es tut mir leid. Darüber wollte ich nämlich, genau, darüber wollte ich anfangen zu reden, weil wir haben ja über so verschiedene Städte in deinem Leben schon gesprochen. Prag, Hamburg, München. Warum bist du eigentlich in Berlin? Er kann nicht antworten. Er kann nicht antworten. Christoph, ich kann es dir sagen, der Zionskirchplatz ist der schönste Ort der Welt. Findest du das auch? Ich finde ihn so toll. Warum bist du weggezogen? Ich bin in die Corina gezogen. Ach, dann wohnen wir ja gleich mit ihr. Nee. Und dann bin ich nach Friedrichshain gezogen. Weil ich es mir nicht mehr leisten konnte. Achso. Ich habe zu viele Kinder im Zentrum. Im Zentrum ist ja gut, ne? Ich konnte mir die Mieten damals. Ich habe die Corina Straße ist mein absoluter Herzensort. Und Zionskirchplatz. Zionskirchplatz ist natürlich noch toller. Nein, weil ich... Wirklich ganz toll. Also 1,03 jeden Morgen. Ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können. Also du in Preußen ist eigentlich... Also es war so. Ja. Weil das ist halt... Wir wollen es wissen. Ja, es ist echt episch, aber so episch ist es auch nicht. Ich so, der wirklich sehr ungern verreist, für den jeder Umzug wirklich wie sterben ist. Ja. Weil ich bin... Das ist übrigens, glaube ich, auch sehr jüdisch. Ich verwachse wahnsinnig immer mit der Gegend, in der ich wohne. Und meine Eltern haben auch schon dafür gesorgt, in Prag... Wir haben in Prag immer in der schönsten Gegend gewohnt. Wir haben ja auch in Prag in so einer Gründerzeitwohnung gewohnt, direkt an einem großen Park, am Rand der Innenstadt. Also nicht direkt in der Stadt, aber gleich am Rand davon und so. Mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie in Deutschland alle wunderschönen Viertel, Westend, Waldstraßenviertel in Leipzig, also Westend Frankfurt, Charlottenburg oder so, diese wunderschönen Viertel, die sind ja alle entstanden, in dieser wilden Gründerzeitphase, glaube ich. Und die waren einfach sehr, sehr viel immer für das gerade aufsteigende jüdische Bürgertum gedacht. Und die wollten es schön haben. Und ich habe mich mal gefragt, warum? Und dann habe ich mich erinnert an eine Geschichte, da ist zum Beispiel diese unglaubliche Weisheit meines Vaters. Ich bin Ziehungsgerichtplatz eingezogen, 2001. Sehr spät. Ja und nein, weil ich hatte das Glück, dass da gerade die die ersten anständigen Sanierungen kamen, weil davor wurde ein bisschen schlaff saniert, glaube ich. Und habe wirklich einfach nur durchs Vorbeigehen, weil dort ein Gerüst stand, eine Wohnung gefunden. So konnte man damals dort Wohnungen finden. Ich habe auch für viele Freunde, die kurz nach mir kamen, genauso tolle Wohnungen gefunden. Jedenfalls ziehe ich da ein, komme an, aus München, hatte durch Protektion so eine geniale Umzugsfirma, die packten alles ein und die packten alles aus. Und die stellten die Bücherregale und alles hin und die Bücher standen an der richtigen Stelle. Das heißt, abends um neun sind die gegangen und ich habe gedacht, ich werde verrückt. Das war wie Beamen, aber ihr habt nichts verstanden. Und am nächsten Morgen, ich habe noch vorher gedacht, gibt es da eine U-Bahn drunter? Ich bin ja sehr neurotisch. Gibt es da irgendwie einen Flughafen? Ich wache am nächsten Morgen um sechs Uhr von einem Flugzeug auf. Ich habe gedacht, das ist mein Ende. Ein Flugschneise, irgendwie Tempelhof, der Führer fliegt jeden Abend über mich drüber und so. Ich sehe den ganzen und ich saß dann wirklich auf diesem Billigsofa, das ich noch aus München mitgebracht hatte, im Wohnzimmer. Ich glaube, ich habe sogar wirklich geweint. Entweder ich habe geweint oder ich hätte gern geweint. Also es war kurz vor Nervenzusammenbruch. Und dann höre ich auf einmal die Autos, die vorbeifahren. Es ist saulaut. Weil damals war das noch nicht verkehrsberuhigt. Und durch irgendeine komische Geschichte war man da bei mir. Ja, kann man abkürzen. Nee, mehr als das. Man muss dort fahren. Man kann nicht direkt, wenn man die Veteranstraße hochkommt. Nee, nee, nee. Ja, eben. Das macht keiner mehr. Das haben die geändert irgendwann mal. Nein, nein. Das ist alles immer noch wie immer. Aber dadurch, dass ich das verkehrsberuhigte, das war wie eine Hauptstraße. Aber das sah ja vorher nicht so aus. Also wie gesagt, ich habe gedacht, ich sterbe, ich habe sofort angefangen, wieder eine Wohnung in München zu suchen. Wirklich. Und dann kam ich aber auf die Idee, an die ich nicht sehr geglaubt habe, diese neuen Fenster, die da waren. Was ist eigentlich mit denen los? Warum sind die so wenig schalldicht? Dann stellte sich heraus, die haben sich gespart und das war die Schallklasse 2 oder so. Aber es gibt bis Schallklasse 5. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was soll ich machen? Er hat mich erkundigt, wenn ich die Fenster austausche, also nur die Fensterscheiben, nicht die Rahmen, kostet das, ich glaube, so 3.000, 4.000 Mark. Euro. Oder nee, Mark sogar noch. Aber ich wollte doch nach München zurück und ich wollte da nicht mehr wohnen und so. Sagt mein Vater, du musst das jetzt machen, weil als Emigrant muss man sich immer da, wo man ist, einrichten als erst für die Ewigkeit. Und inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Hat er recht. Und das ist jetzt das, warum die Juden sich immer in diesen Deutschen, aber auch in Prag zum Beispiel, es so schön gemacht haben. Die haben sich einfach für die Ewigkeit eingerichtet. Aber was war davor, eigentlich schaffe ich es, immer den Bogen wieder zurückzufinden. Aber du wolltest wissen, warum ich in Berlin bin. Warum ich in Berlin bin. Also jedenfalls, mir fällt jeder Umzug schwer und ich sitze da also in diesem München, das plötzlich irgendwie sich leert. Und dann sind immer im Stern so Titelgeschichten über Berlin Mitte und so. und ich denke, was ist denn hier los? Abstimmung mit den Füßen. Ja, irgendwie so. Und das war, glaube ich, und dann gab es diese Möglichkeit wirklich mit dem Umzugswagen und dann gab es halt diese Wohnung und dann dachte ich, okay, dann mache ich es ein. Achso, Entschuldigung, aber es war natürlich auch, meine Freunde, die Journalisten auch, das war ja schon wie so eine kleine Völkerwanderung. Und ich bin ja zum richtigen Zeitpunkt tatsächlich gekommen, das vielleicht nur ganz kurz. Ich vermisse München unendlich immer noch, das ist für mich immer noch meine Heimatstadt in Deutschland. Aber ich habe zum Beispiel angefangen, in Berlin anders zu schreiben, meiner Ansicht nach. Inwiefern? Noch klarer, noch direkter. Ich wurde in München, ich fühlte mich in München mit Ende 30, das weiß ich im Nachhinein, nicht fühlte. Ich hatte so eine Art von, von Existenz und vielleicht... Das war alles definiert. Ja, ich war einfach älter, als ich war. Und deshalb bin ich gekommen und bin, glaube ich, wie viele, die neu nach Berlin kommen, todunglücklich hier. Echt? Ich fand es toll. Ja, aber du bist ja aus... Ich bin aus München gekommen damals. Ich hatte erst am Zielhundskirchplatz eine Zweitwohnung und bin dann irgendwann ganz umgezogen. und ich fand es ganz toll. Ich finde Städte, ich habe gerne, sagen, darauf geantwortet, aber ich würde sagen, über Städte kann man schwer diskutieren. Darf ich noch mal auf etwas zurückkommen? Ich wollte ganz kurz noch... Hast du diese Stadtfrage noch nicht zu Ende gegeben? Ich wollte nur noch eine Nachfrage stellen, weil kann ich auch da zum Wohl? Entschuldigung. Wir haben auch ein Glas. Er trinkt ja nicht. Aber ich habe es nur als Nutfer für die Götter. Entschuldigung. Nee, 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 ich trinke jetzt. Vielleicht ist es ja auch ein teurer Wein. Er steht schon eine Weile draußen, aber er ist, glaube ich, nicht günstig. Ich finde ihn okay. Aber der ist okay. Das ist auch nicht genial, aber okay. Kissinger Grauburgunder Trocken. Ah, da muss ich erzählen, wie ich mit einem alkoholfreien Sekt mich dieses Silvester betrunken habe. Wie hast du es gemacht? Ich habe gedacht, da ist kein Alkohol drin und war dann immer betrunkener. Und meine Freundin und meine Tochter sagten die ganze Zeit, hör doch mal auf zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch nicht fünf Jahre alt, der zwei Stunden spielt, dass er betrunken ist. Ja, aber Quatsch, da ist doch nichts drin. Gegoogelt, 0,5. Ach so, aber das ist ja nach Gesetz. Aber drauf stand 0,0. Ja, aber das, ja. In Amerika würde ich jetzt auf eine Million. Schadenersatz. Wegen Neuronenberg, kein Roman mehr. Nee, ich würde stolpern. Wie in meinem Lieblingsfilm von Billy Wilder, der, wie heißt der, der Glückskeks. Könnt ihr den? Ah. Fortune Cookie. Wo der Baseballspieler oder Footballspieler von einem Kameramann, der von Jack Lemmon gespielt wird, umgerannt, nee, der rennt irgendwie, also er fällt schlechthin. Und nein, andersrum, der Baseballspieler, der Footballspieler rennt den Kameramann um und Jack Lemmon, ist nichts passiert, aber sein windiger Schwager, der von Walter Matthau gespielt wird, sagt ihm, da holen wir eine Million raus. Und Jack Lemmon muss sich dann verletzt ins Bett legen und der schwarze Footballspieler leidet ganz lange. Ne, weil ich eigentlich noch darauf hinaus wollte, dass du ja so eine Tradition hast von Mittagessen. Also du gehst mit Freunden gerne Mittagessen und hast so eine Routine entwickelt und am Zierenskirchplatz gab es ja damals um 12 Uhr gab es ja damals das 103-Café und da bist du einfach jeden Tag, fast jeden Tag oft da hingegangen und hast so auch da Freundschaften gefunden. Ganz viel. Das war so wie das Schumanns früher in München. Also der Niedergang eigentlich, diese ganzen Gegend tatsächlich, die ja wirklich eine andere ist als früher, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Menschen irgendwie in Fürth oder in Kiel interessiert. Der Niedergang dieser Gegend bekann mit dem Ende des Cafés 103 und das erkläre ich jetzt genauso, als würden wir von irgendeinem Roman reden. Das war auch so mein Glück. Ich ziehe da hin und nicht nur die Redaktionen und Journalisten sind da, sondern auf diesen vier Quadratmetern, Kilometern wohnen alle. Ich kannte am ersten Tag in Berlin mehr Leute als in München. Ich lernte auch in München nur einmal im Jahr jemanden kennen und meistens war es noch nicht meine Frau und in München, in Berlin war das alles ein Platz und dann gehe ich so nach zwei Monaten dran vorbei und das war früher, dieses Eckcafé war ein Nazi-Lokal zum Afrikaner, die haben nämlich Humor, die Leute und dann sehe ich, dass da was passiert und so habe ich glaube ich wirklich Till kennengelernt. Till Harter, von dem wir schon gesprochen haben. einer der, sagen der, Betreiber ist das ich jetzt so, einer der Leute, weil die das gemacht haben und dann habe ich gleich gefragt, was macht ihr hier, wird das so und dann hat ihm es gesagt und so haben wir es kennengelernt und kurz darauf war es auf und das Geniale daran war, es hatte von 8 Uhr morgens bis nachts glaube ich um 3 und 4 auf. Also es war eigentlich das klassische Kaffeehaus und sogar noch ein bisschen mehr als das. Es war zwar eher so Berlin-Mitte haft eingerichtet mit so Kinderhockern, deshalb habe ich immer zu dem Till gesagt, das ist echt lächerlich. Es gab auch Kellner, die alle sehr, sehr launisch waren, das war auch sehr gut und das Essen war mal besser, mal schlechter, aber vor allem war das ein Ort, an dem 5 Jahre lang, 6 Jahre lang sich alle trafen, die sagen, das war wie das Venezia mal in München, das Schumann so, das war das Geniale und in dem Moment, wo das, und das ist auch an seinem genialen strategischen Punkt, da genau, wo die Ecke, an der Ecke die Straßen war, und seitdem das da ist, ist es so, als hätte das irgendwie ganz gegen ihre Seele verloren. Seitdem es nicht mehr da ist. Jetzt ist da ein peruanisches Restaurant. Ja, das ist aber. Das ist okay. Das reicht mir. Aber es ist natürlich nicht dieses Wasserloch. Genau. Darf ich jetzt fragen? Ich bitte darum. Ich hänge an dem Begriff, die Juden sind eine Nation. Das hast du vorhin meinte. Oder ein Volk. Das war falsch. Ein Volk. Ja. Ah, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war Israel. Du hast mal gesagt, und auch das hat mich sehr erleuchtet, oder ich versuche das jetzt wirklich, es gibt es an mehreren Stellen, jetzt in meinen einfachen Worten zusammenzufassen, es gibt für dich immer diese Rückzugsposition, du kannst nur deswegen so mutig sein, weil es ja Israel gibt. Du kannst jederzeit, so schreibst du, glaube ich, Stimmt. ein Flugzeug nehmen, am Flughafen deinen Pass nehmen und einwandern sozusagen. Und das ist sozusagen die Basis deines Daseins. Ja, darum muss ich keine Angst haben. Kannst du das mal erklären? Ja. Aber ganz kurz, die Schriftstellerin Carsten McCullers, die habe ich mit 17, habe ich das Herz ist ein einsamer Jäger gelesen und das hat mich irgendwie, das wusste ich erst im Nachhinein, hat mich irgendwie zum Schriftsteller gemacht, weil ich nächtelang immer den Rhythmus ihrer Sprache hörte. Und das war, also es ging dir dann darum, diesen Sound auch hinzubekommen? Genau. Weiß ich nicht, habe ja nicht so viel geschrieben. Nicht davon inspirieren zu lassen. Nein, ich wusste einfach immer, das gibt es. Aber wie gesagt, also von ihr, dann fast alle Bücher, Frankie, also wirklich, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, nee, ich antworte auf die Frage. Also noch, was ich damit meinte, hat sich das nicht schon sozusagen aus deiner Frage ergeben oder soll ich das ein bisschen vertiefen? Ja, bitte. Should I elaborate? Weil es ist ja auch sozusagen, wenn du über Jüdischsein reflektierst und dass es das eine Land gibt, das sozusagen alle ansteuern können. Das könnt ihr euch nicht vorstellen zu eurem Glück. Du weißt einfach als Jude, dass du jederzeit im Arsch sein kannst. Das ist einfach so. Und guckt euch doch mal an. Du hast heute dieses Gefühl, also wir reden jetzt von Januar 2022 in Deutschland, dieses Gefühl ist immer noch weiterhin. Mehr. Wir haben ja unentwegt, gerade wie gesagt, diese Anne-Frank-Geschichten, wo plötzlich irgendwie ein Teil der deutschen Presse jubelnd titelt Juden verraten Anne Frank. Ja, also sie rutschen immer wieder auf dem Maus aus, wenn ihr die Anspielung versteht. Und diese Art von Skandalen oder die Documenta-Geschichte zwei Wochen vorher schreibt der tolle Thomas E. Schmidt eine Glosse in der Zeit. Man sollte darüber nachdenken, ob es richtig ist, bestimmte Leute einzuladen, die eigentlich nicht gerade irgendwie Zionisten sind. Und dann schon wieder Aufruhr. Interessanterweise eine sich versteckende Kulturstaatssekretärin, Claudia Roth, die gegen den BDS-Beschluss des Bundestags gestimmt hat. Und jetzt, die Arme, muss sie dieses Problem lösen. Sie muss gegen ihre eigenen Leute vorgehen. Weil es, man muss es einmal kurz erklären, unter den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern, welche gibt, die den BDS unterstützen. Und dann erklären wir gleich noch BDS. Bitte. Bitte. Also eine Organisation, die sozusagen... Das ist noch nicht meine Organisation. Ich glaube wirklich, das ist noch nicht meine Organisation. Dann erklärst du? Vermutlich eine eine Entität, wie die Iraner über Israel sagen würden, von Leuten, die sagen, man, dahinter steckt, aber stecken Palästinenser, die vermutlich wiederum von der ganz radikalen Sorte sind. Man könne nur für die Palästinenser, die Palästinenser glücklich machen, indem man den Staat Israel dekonstruiert. Ich benutze extra andere Sprache durch Boykott. Was sind die anderen? Das sind die... Sanktionen. Diese BDS steht für drei Worte, für Boykott, S für Sanktionen und D ist ein englisches Wort, das ich jetzt nicht hinbekomme. Problem ist nur, dass die erstens in Wahrheit nicht unterscheiden zwischen den besetzten Gebieten und Israel selbst und zweitens immer wieder auch sie auf der Maus ausrutschen. Es ist eigentlich klar, Israel soll abgeschafft werden und ich frage mich, wie die Deutschen sich fühlen würden, wenn es irgendwo eine Organisation gäbe, die sagen würde, Deutschland muss abgeschafft werden, weil das ist eigentlich auf dem Gebiet von Slaven und Goten und... Und es gab eben einen Bundestagsbeschluss. Genau, das ist so. Und der Bundestagsbeschluss sagt ja nur eins, es ist ja kein Gesetz, kein Geld, wir geben die... Es gibt kein Regierungsgeld mehr für Leute, die dieser Organisation angehören oder sie unterstützen. So, und gegen diesen Beschluss stimmt die Frau Roth. und ich warte jetzt schon seit Tagen auf ein großes Interview mit Frau Roth, wo sie genau darauf angesprochen wird, auf ihr persönliches Dilemma. Aber wir waren vorher mit der Frage, wie das ist, warum ich das so sage. Also es ist, als Jude weißt du, lernst du, kann es jederzeit sehr, sehr schwierig werden. Und erst recht, wenn du als Jude dich nicht versteckst. Und... Aber unabhängig davon, was du selbst machst, du kannst auch ein kleiner Hausmeister sein. Der große Diktator kann jederzeit wieder da sein. Das sieht man ja auch an anderen politischen Vorgängen, wo es überhaupt nicht um Juden geht. Wir sehen sozusagen, was in der Sowjetunion sagen. In Russland wiederholt sich ja gerade wirklich die Geschichte. Also, das ist... Und darum wäre es fatal, und das war ja schon mal für Juden fatal, wenn es nicht einen jüdischen Staat geben würde. Denn wie viele Leute wollten, als sie damals bedroht waren, in Deutschland, in Polen, in Ungarn, wo auch immer, wie viele wollten irgendwo hin? Und bekamen keine Einreisegenehmigung. Bekamen keine Einreisegenehmigung. Also USA zum Beispiel. Und mit Israel hast du den Vorteil, du wirst nicht nur aufgenommen, sondern da sind auch noch genau die gleichen Verrückten, die du auch schon selbst bist. Und deshalb, ich habe immer früher so halb im Spaß, halb im Ernst, aber eigentlich meinte ich es ernst. Ich finde es immer so lächerlich, wenn Juden beleidigt sind, wenn man fragt, wie es ihrem Ministerpräsidenten geht, Netanyahu. Und ich habe immer darauf gesagt, sehr gut, denn er ist wirklich mein Ministerpräsident. Egal wie ich ihn finde, er ist es, der mich hier rausholen würde notfalls. Das ist einfach so. Und bei Merkel bin ich mir nicht sicher. Und bei Scholz, der diese SPD-Russitis hat, auch nicht. So. Also, das ist die Erklärung und deshalb fühle ich mich auch so frei, einfach so direkt zu sein und ducke mich nicht weg. Aber ich muss sagen, natürlich, je älter ich bin, desto anstrengender wird es, weil ich würde mich schon freuen, wenn es wieder mehr Gemeinsamkeiten geben würde zwischen mir und zum Beispiel meinen Kollegen in den Schriftstellern. Das habe ich ja früher, weil auch dieser Tuzing-Kongress, das überdeckt ja etwas anderes, dass ich mit vielen ein sehr gutes Verhältnis hatte. Weißt du? Du sagst hatte. Das habe ich auch gemerkt. Ja, wir haben uns, es ist so ein bisschen eher wie so auseinandergelebt. Also das ist so, weiß nicht, andere Städte älter geworden, viele Leute vielleicht mit Familien, der Reinhard ist immer noch sauer. Reinhard Götz. Ja. Aber wäre das nicht, also würdest du dich nicht mit ihm treffen wollen? Ich kann dir genau sagen, was ich gemacht habe. Ich habe ihm, ich habe ihm sogar vor einem Monat oder so einen Brief geschrieben. Lass uns doch mal, weil der hat offenbar sein Büro bei mir um die Ecke. Hat mir nicht geantwortet. Vielleicht hört er diesen Podcast, ja. Um Gottes Willen, das ist ja wie in diesen Serien, weißt du, 50 Jahre nicht gesehen, weil in russischer Gefangenschaft. Wir können jetzt den Vorhang zurückziehen. Oh Gott. Reinhard, herzlich willkommen. Nein, aber zum Beispiel, nein, natürlich vermisse ich das. Ich vermisse auch den Jakob Arjuni sehr, obwohl das ein bisschen schwierig war manchmal zwischen uns. Gab es einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, Kollegen, mit dem es nicht schwierig war? Ja, klar, aber die sehe ich selten. Zum Beispiel die Katja Lange-Müller, mit der verstehe ich mich sehr, sehr gut, aber wir sehen uns einfach nicht so oft. Ja, klar. Natürlich, aber, ach so, und ich habe natürlich auch inzwischen doch mit ein paar jungen Schriftstellern mich angefreundet. Das habe ich bewusst, das zu sagen, gesucht und gefunden. Darüber freue ich mich wahnsinnig. weil mir das auch wichtig ist. Und mir ist auch wahnsinnig wichtig, dass das, was für mich wirklich Literatur ist, nicht eben Agitation oder das Bedienen von bestimmten moralischen, politischen Moden, dass das einfach wieder stärker wird. Im Moment machen die Verlage im Moment sehr, sehr gerne sehr, sehr gerne das eben, was sie glauben, was mehr die Kritiker als das Publikum erwart. Während des Wahlkampfs, des letzten Bundestagswahlkampfs, habe ich nur ein Interview mit dir, ich glaube, gehört oder gelesen jetzt in der Vorbereitung nochmal, hast du dich so gewundert über Armin Laschet und zwar nicht über Armin Laschet an sich, sondern über die Tatsache, dass du und Armin Laschet gleich alt seid. Hm? Weil du Armin Laschet angeschaut hast, also, und du hast sehr positiv über ihn gesprochen, aber dich doch sehr gewundert hast, dass du plötzlich, dass ihr einfach einer Generation angehört. Ja, ich sehe mich ja nicht, aber ich, äh, ich kann es auch nicht erklären, weil, wie gesagt, ich sehe mich nicht selbst. Es gibt ja auch so peinliche, so Greise, die immer noch irgendwie modisch sein wollen. Es gab auch in München, oh Gott, es gab einen so einen Typen, als ich so 25 war, der war vielleicht 50. Steinalt, was du gedacht hast. Ja, und der fuhr immer auf so einem Hollandrad, glaube ich, aber so einem schweren Rad, der hatte so blonde Haare, ein bisschen Günter Netzerhaft, und der fuhr da immer so durch Schwabing, ich glaube, ich habe mich gerade an seinen Namen erinnert, werde ich aber nicht sagen, und er war immer, den sah ich auch in der Stabi manchmal, und so, und er war immer mit jungen Frauen. Und wir haben uns so ein bisschen über ihn lustig gemacht, ihn ein bisschen verachtet, und auch ein bisschen anerkennend das beobachtet. Vielleicht gucken mich andere Leute so an wie ich, den Mann auf dem Fahrrad. Also ich weiß nicht, ich kann das, ich weiß, wir kennen alle dieses Problem, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, und da glaube ich, da muss man nicht nur Gene und Erziehung haben, da kann man sich auch, glaube ich, dazu ein bisschen auch überreden, immer weiter zu gehen, und immer weiter neugierig zu bleiben. Also meine Mutter hat wirklich, die hat bis sie 85 war, kannte sie auch, sagen, die Serien, die ich kannte. Das ist nicht das Problem. Man muss es nur irgendwie, sie hat auch irgendwie in den Zeitungen irgendwelche guten oder nicht so guten Diskussionen irgendwie verfolgt und so. Und ich glaube, wenn man geistig dahin geht, das andere, wenn man als jemand, der schon ein bisschen älter ist, also ich bin 61, man darf auch nicht Leute, die 30 sind, irgendwie diskriminieren. Man muss ihnen ins Gesicht schauen. Also ich schaffe es auch immer wieder, Freunde zu haben, die 30 sind, und manchmal nur bin ich dann ein bisschen schockiert, wenn ich merke, die sehen in mir aber jemanden älteren. Achso. Für mich sind wir gleich alt. Vielleicht so ein Altersphänomen. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, also der Claudius, nochmal der Claudius, er hat ja mal dieses Buch geschrieben darüber, dass es irgendwie heute, heutzutage, die Menschen länger jung bleiben. Auch das wird vielleicht ein Teil davon sein. Aber meine Schwester, die ist 67, die wirklich, ich glaube, die hat sogar TikTok. Also das ist irre. Und ich glaube, das ist etwas bei uns in der Familie, dieses Interesse, diese Neugier. Mein Vater war da weniger so. Und deshalb urteile ich überhaupt nicht, wie Leute, sozusagen über Männer im Anzug. Ich habe zum Beispiel früher Anzüge getragen manchmal, aufgehört. Kein Bock mehr. Warum nicht? Also warum hast du keinen Bock mehr? So unbequem. Mhm. So, aber, aber ich glaube, das ist ja wirklich eine Uniform, dieser Anzug. Also ich sehe wahnsinnig. Ist das so ein Pandemie-Effekt oder war das davor schon? Davor auch schon. Also ich sehe wahnsinnig gut in einem Anzug, aber den Preis kann ich nicht zahlen, leider. Ja, verstehe ich. Jochen? Christoph? Wollten wir nicht gerade das Spiel spielen? Ja. Ja, weil sonst nämlich, du weißt, was droht. Nein, nein, nein. Christoph, du musst ja noch kurz moderieren, weil ich muss das nicht machen. Aber weißt du was, kann ich mal kurz mich von euch verabschieden? Nee, das trifft sich gut. Dann kann ich nämlich die Fragen suchen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Süßigkeiten gegessen während einer Aufnahme. Was ist der da die ganze Zeit? Ich bin sehr froh. Das ist auch nur das Studio, die Studiodeko von Pool Artists. Das ist keine Deko, ich bin ja sehr froh, dass wir von Pool Artists. Paula produziert uns ja heute übrigens. Hallo Paula. Hallo. Hallo Paula. Wie ist es bisher für dich? Du bist eingesprungen für Maria. Ungewohnt. Ja. Aber schön ist es auch mal wieder. Du hast übrigens ein eigenes, das muss man jetzt erklären, weil an unserem Küchentisch, das ist ja cool, gibt es nochmal so einen Pulttisch, so einen archaischen Schreibtisch, an dem Paula sitzt. Das sieht total cool aus und zwar wie bei Schmitteinander früher. Habe ich gerade gedacht. Stimmt. Kennt ihr das noch? Ja. Diese kleinen Schreibtische an den, nein, Schmitteinander an den. Ach so. Fred, Fred Feuerstein. Genau. Herbert Feuerstein. Herbert Feuerstein. Harald Schmidt. Nicht Herbert. Herbert Feuerstein saß mit einem extra kleinen Schreibtisch. Genau, und so ein bisschen erinnert mich dieser Tisch an diese, oder? Ja, ich habe auch ein paar Einspieler mitgebracht, wo ich ein paar Comedy-Elemente gebraucht habe. Wie findest du es bisher? Wir reden ja nie über unsere Gäste, Christoph, aber ich finde es total toll. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass, ich dachte ja, der geht nach zehn Minuten total sauer, oder, ich habe ihn, ich kenne ihn ja nicht so gut wie du, und habe schon auch in den Vorgesprächen bei manchen gehört, die nicht allzu, also da kommen wir bestimmt noch drauf, es gibt auch unfreundliche Aussagen über ihn. Also er kann auch wütend werden. Und ich freue mich, dass wir so zivilisiert jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Wenn ich das nochmal kurz sagen darf, wir haben unglaublich viele Fragen für das A-B-Spiel geschickt bekommen, von Hörerinnen und Hörern, nachdem ja Jochen da auch dazu aufgefordert hatte. Wenn ihr noch mehr Fragen und Ideen habt für das A-B-Spiel, aber überhaupt Gäste, Wünsche und Kritik, schreibt an allesgesagt-at-zeit.de. Allesgesagt-at-zeit.de. Genau, da kann man A- und B-Fragen einreichen. Einige habe ich jetzt schon verarbeitet. Und bestimmt finde ich in endlicher Zeit sogar die A-B-Fragen. Hier sind sie. Unser Gast kommt auch gerade wieder zurück. Wir nehmen in diesem Studio ja auch den Wochenend-Podcast auf. Nein, was denn für ein Wochenend-Podcast? Davon weiß ich gar nichts. Ja, und was machst du am Wochenende? Ach so, ach sie hat doch jetzt ja nicht. Es sind auch einige Gäste aus Allesgesagt, wie zum Beispiel Richard Socher. Ist mir aufgefallen. Ja. Erzählen da auch von ihrem Wochenende. Unser Gast ist wieder da. Ah. Und wir können jetzt das A-B-Spiel spielen. Erklärst du doch mal ganz kurz die Regeln. Ja. Also es gibt ein Spiel, das jeder Gast dieses Podcast bisher gespielt hat. Ich glaube mit einer Aus- oder zwei Ausnahmen maximal. Also wirklich viele haben das gespielt. Und es ist ein sehr einfaches Spiel. Es heißt A oder B oder weiter. Ich sage in schneller Folge Begriffspaare, Hund oder Katze zum Beispiel. Und du musst dich blitzschnell entscheiden für eines der beiden Worte. Das erste ist A, das zweite ist B. Nee, du sagst das Wort. Wenn ich sage Hund oder Katze, sagst du Hund. Gut. Sag ich sowieso. Das ist das Spiel. Wie oft darf ich weiter sagen? Er kennt das Spiel. 10 Prozent. Moment, es sind 108 Fragen. Alter Schwede, ich glaube, das ist eventuell Rekord. Das tut mir leid. Vielleicht habe ich auch Doppelungen drin, aber ich glaube nicht. Und du darfst deswegen 10 Prozent der Fragen, nämlich zehnmal abgerundet, weitersagen. Und was passiert mit mir, wenn ich ein Problem habe? Weil wir können uns ja, also ich nehme das ja sehr ernst, dieses Spiel. Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja oft einfach, beides ist Quatsch. Ja, dann kannst du weitersagen. Ja, aber wenn es mehr als zehnmal ist. Dann kannst du nicht mehr weitersagen. Ja, dann geht es nicht mehr. Dann musst du antworten. Okay. Also sagst du mir dann, wenn ich es aufgebraucht habe. Der Christoph zählt mit. Ich zähle mit. Ja. Und das Wichtige dabei ist. Also 108, wie viel auf? Wie viel? Zehnmal. 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 Und die Leute mögen das? Die lieben das. Okay. Wir kriegen ganz viele Fragen an unsere Gästegeschichte und alle sind sehr gespannt, wie du abschneidest. Du musst schnell antworten. Also wir bitten herzlich, jetzt nicht eine Stunde zu überlegen und es interessiert uns auch keine Begründung, sondern einfach ist es. Ich mache das gerne, wo ich mich zum Beispiel verweigern würde. Ja. Das wäre dieses Vervollständigen der Fragen von Bettina Schausten. Das wird irgendwie, Bundeskanzler muss Sätze vervollständigen. Die sind wahnsinnig geworden. Ach so, in der Sendung und jetzt Frau Merkel. Ach so, die sind wahnsinnig geworden. Das hier ist eigentlich. Könnt ihr euch vorstellen, dass Stalin irgendwie Sätze vervollständigen würde? Vervollständigen, wenn sie diesen Folgen sagt. Ich vergleiche jetzt niemanden mit Stalin. So, also, das ist ein... Die Vorstellung, dass Stalin und jetzt Herr Stalin sitzen würde in ZDF. Nun gut. Dieses Spiel basiert auf modernster Hirnforschung. Ja, bitte. Es ist auch wichtig, auch in diesem Schluck Wein, in diesem Podcast. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. So, können wir loslegen? Ich bitte darum. Konzentration. Jetzt geht's los. Ich bin voll da. Erste Frage. Achtung, jetzt geht's los. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Teilen oder haben? Was war das? Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Drinnen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau? Frau. Schöne oder Biest? Schön. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Dichter oder Denker? Denker. Ideal oder real? Real. Natur oder Kunst? Kunst. Wissen oder nicht Wissen? Wissen. Wissen oder Googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Alt oder neu? Alt oder neu? Alt. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Mit oder ohne? Mit. Helm oder kein Helm? Weiter. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Entschuldigung? Sterbehilfe oder keine Hilfe? Keine Hilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht. To do or not to do? To do. An oder aus? An. Frühmorgens oder nachts? Frühmorgens. Reden oder schweigen? Reden. Reden oder schreiben? Schreiben. Schreiben oder lesen? Schreiben. Anfangen oder aufhören? Anfangen. Ankommen oder aufbrechen? Ankommen. Geld oder kein Geld? Geld. IOS oder Android? Ich verwechsel immer, was was ist. IOS oder Android? Was ist? Also bei Apple. IOS, glaube ich. Twitter oder Facebook? Ja, Facebook. Aber das würde ich gerne läuten hinterher. Twitter oder Instagram? Instagram. Instagram oder Facebook? Facebook. WhatsApp oder SMS? SMS? Wieder mein Willen WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? Anrufen. Vegetarisch oder vegan? Weiter. Zwei. Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Bio-Gurke oder plastikfreie normale Gurke? Diese zweite. Plastikfreie normale Gurke? Plastikfreie normale Gurke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Zucker oder Fett? Zucker. Low Carb oder Low Fat? Low Carb. Mit Pommes oder ohne Pommes? Mit Pommes. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Krepplach oder Knisch? Krepplach. Danke. Hammantasch oder Rugellach? Rugellach. Danke. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Was ist nochmal Waffel? Waffel oder Becher? Ich weiß, was ist Waffel nochmal? In die Waffel oder Becher? Becher, Becher. Aufschneiden oder Wegschmeißen? Ich habe falsch geantwortet. Ich meinte Waffel. Das ist zu spät. Aufschneiden oder Wegschmeißen? Ach, scheiße. Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Flugscham oder Zugstolz? Quatsch. Weiter. Drei. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Darf ich kurz? Ich darf nicht kurz. Nein, nein. Aber okay, dann lasst mich doch in Ruhe. TV oder Netflix? Wenn ich beides habe, was soll ich dann machen? Weitersagen? Weiter. Vier. TV oder YouTube? TV. Messi oder Kondo? Messi oder... Ich weiß nicht, was Kondo ist. Ja. Messi oder Kondo? Ach, ihr helft mir auch nicht. Nein. Messi oder Kondo? Messi auf keinen. Danke. Ach so, das ist Fußballschule. Mit I oder mit Y? Wat? Messi oder Kondo? Ja, mit Y oder mit I? Das musst du mir sagen. Das ist eine gute Gegenfrage. Hat noch nie jemand gestellt. Interessant. Nee, ich sag's auch nicht. Messi oder Kondo? Dann Messi. Messi. Ich riskiere es. Messi. Danke. Messi oder Ronaldo? Dumm gelaufen. Ah, Messi. Ficken oder Vögeln? Ficken. Prag oder Hamburg? Prag. München oder Berlin? München. Schwabing oder Heidhausen? Schwabing. Ost-Berlin oder West-Berlin? Ost-Berlin. Klavier oder Gitarre? Klavier. Bechstein oder Bösendorfer? Bösendorfer. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen oder nach Farben? Ach, beides scheiße. Weiter. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? Gar nicht lesen. Auktorial oder neutral? Auktorial. Auktorial oder Personal? Auktorial immer noch. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Das ist mal nicht blöd. Gender-neutrale Toilette natürlich. Sternchen oder Doppelpunkt? Weiter. Sechs. Duschen oder Baden? Duschen. Harte Brause oder weiche Brause? Weiche. Kalt oder warm? Warm. Luke oder Han? Luke. Adam Green oder Conan Moccasin? Adam Green. Oder Roth oder Bellow? Bellow. Boris oder Ginsberg? Ginsberg. Musil oder Mann? Musil. Max oder Engels? Weiter. Kant oder Hegel? Sieben. Weiter. Acht. Jetzt wird es eng. Böll oder Brecht? Böll. Kracht oder Götz? Götz. Stuckrad oder Kracht? Kracht. Walser oder Gras? Gras. Dorn oder Zeh? Dorn. Also Dorn, ja? Wir hatten beide schon den Podcast. Das war wie bei diesem Dings, bei dem Corona-Test. Wir haben speziell das leicht positiv. Kafka oder Billa? Kafka. Makac oder Potente? Interessant. Potente. Herfurt oder Tschirner? Herfurt. Ballauf oder Schenk? Ballauf oder Schenk? Ganz kurz, das ist mir eine sehr wichtige Frage. Ballauf natürlich. Danke. Eisner oder Fellner? Die kenne ich leider nicht. Tja. Ich will jetzt keine Weiters verlieren, darum sage ich Eisner. Bei Rot oder bei Grün? Grün. Rot oder Grün? Das hast du schon mal gefragt. Bei Rot oder bei Grün habe ich gefragt. Ja, Grün. Rot oder Grün? Ah, Rot. Gelb oder Grün? Gelb. Gelb oder Schwarz? Gelb. Merkel oder Scholz? Scholz. Spahn oder Lauterbach? Lauterbach. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Söder oder Seehofer? Seehofer. Esken oder Walter-Borjans? Walter-Borjans. Kühnert oder Klingbeil? Klingbeil. Mertz oder Röttgen? Mertz. Trump oder Putin? Weiter. Shit, er hat es nicht verbraucht. Respekt. Kriege ich jetzt irgendwie ein Resultat? Ja, du hast es bestanden. Danke. Prüfung bestanden. Nee, aber warum wolltest du Facebook erläutern? Weil Facebook sucks, aber alles andere sucks noch mehr. Du hast Facebook. Du bist auf Facebook. Ich bin auf Facebook. Du bist nicht auf Twitter. Ich bin auf keinen Fall auf Twitter. Ich möchte auch nicht all das wiederholen, was andere Leute über Twitter sagen, kritisches und trotzdem da sind. Das ist Gaga. Das ist einfach nur Gaga. Und Instagram würde ich schon mehr machen. Ich habe ja auf Instagram so einen lustigen Account. und da darf niemand bei mir rein, außer meiner Freundin, meiner Tochter. Ich habe es gesehen. Da steht auch drauf, don't follow me. Genau. Und ich habe damit schon angefangen, kurz nachdem ich... Wie viele Follower hat er denn? 100? Nein, ich habe vier Follower. Und ich folge nur irgendwie, da bin ich ein Beich geworden. Achso, du hast so viele Beiträge geteilt. Ungefähr 600 Beiträge hast du geteilt. Aber das sieht keiner. Ja, genau. Außer eben meine kleinen Sekte. Und ich folge aber jetzt so 20 Designmöbelfirmen in Schweden und Norwegen. Das ist so ein bisschen schwach von mir. Aber ich habe jetzt über Instagram mehrere tolle Sachen gefunden für ganz wenig Geld. Nein, aber Facebook, erstens nerven die mich seit einer Weile, weil die jetzt angefangen haben, brutal einzuspammen mit Werbung. Und das habe ich jetzt... Einmal habe ich es wegbekommen. Ich glaube, jetzt kriege ich es nicht weg und dann höre ich eh auf. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich irgendwie eine eigene... einen Ort habe, an dem ich irgendwie so ein bisschen mich selbst repräsentiere. Also wenn mal ein neues Buch kommt oder so. Gleichzeitig gab es immer wieder Zeiten, wo es interessant war, dann doch mal zu lesen. Und manchmal entdecke ich da... Es ist halt... Ich finde, es ist das Intelligenteste. Aber es ist halt auch trotzdem auch irgendwie lahm. Mir ist völlig klar, dass es eigentlich eine Seniorenveranstaltung ist. Und trotzdem ist es intelligent. einiges und keine Ahnung. Es wäre toll, wenn es ein frischeres, neueres Facebook gäbe ohne Werbung. Okay. Und warum bist du für die Impfpflicht? Ich bin... Also das sind jetzt wirklich so Talkshow-Fragen. Ich bin einfach... Ich will einfach, dass... Ich versuch's immer wieder, ne? Ich will einfach, dass... Ich will einfach, dass das... Ich finde es nicht skandalös. Ich bin jetzt nicht so informiert, ob es auch andere Impfpflichten gibt. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel, wo ist die Lage so gut? In Israel oder Dänemark zum Beispiel? Gibt es da eine Impfpflicht oder sind die Leute so vernünftig? Ich empfinde das als nicht skandalös. Das ist eigentlich das. So wie ich es nicht skandalös finde, weil wir Rot und Grün sagten. Ich finde es nicht skandalös, Ampeln zu haben. Das ist ja auch eine Form von Vorschrift. Also, dass es Risiken gibt, ist ein Risiko. Das war jetzt tautologisch, aber ich meinte es so. Aber wenn man das alles abgleicht und so... Und jetzt bin ich aber ein Politiker und stelle mir vor, was passiert, wenn ich die Impfpflicht anordne. Dann werden sich sehr viele Leute freuen. Ja, und dann muss ich halt Eier haben, um das zu machen. Du hast zwei Assays geschrieben zu dem Thema, die mich zum Teil ein bisschen verwirrt haben. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Ich kann mich an die nicht erinnern. Das macht nichts. Ich versuche, sie zu referieren, auch mit Halbwissen. Im einen Fall, also beide in der Süddeutschen, wenn ich mir richtig sehe, jetzt nicht zu lange her, ja. Eines, wo du die Künstler kritisierst für ihre, ich sag jetzt mal in meinen Worten, Lamoianz in so einer Krise. Und sagst, was habt ihr euch eigentlich? Das ist ja ernst hier. Und es gibt eine zweite, wo du, glaube ich, die Politiker für ihre Wissenschaftshörigkeit kritisierst. Und die kriege ich in meinem Kopf nur bedingt zusammen. Welche, die beiden Assays oder meine einzelnen Thesen? Die beiden Assays kriege ich nicht so richtig zusammen. Und auch das, was du jetzt sagst. Politiker, die sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Ist das jetzt gut oder nicht so gut? Und etwas mehr als vielleicht in anderen Fragen in einer Pandemie. Entschuldigung. Ich probiere jetzt auch mal hier noch was. Mir freut es, dass es unserem Gast schmeckt. Ja, es schmeckt doch komischerweise kalt richtig gut. Ja, ich habe was Neues hier auch schon gemerkt. Also, ich kann mich an diese beiden Assays wirklich nur noch vage erinnern. Ich bin sehr glücklich, dass ich alles vergesse. Das meine ich völlig ernst. Aber sonst würde mir der Kopf platzen. Ich glaube, in dem zweiten Assay habe ich nicht gesagt, dass sie ihnen folgen, sondern dass sie ihnen blind folgen. Ja, natürlich. Also nicht. Und es gibt, und ich habe das Gefühl, dass, also mir gefällt im Moment, ich hoffe, mich trifft gleich nicht irgendwie der Corona-Schlag, mir gefällt im Moment viel besser. Ja, es ist immer noch ein bisschen mit Angst verbunden oder mit Angst aussenden verbunden. Aber mir gefällt viel besser, wie die jetzige Regierung das macht, als die letzte. Ich habe ja in letzter Sekunde, ich habe eigentlich stolz angekündigt, in dem Zeit-Online-Interview mit Jana Hänsel, dass ich ein rechter Sozialdemokrat bin und darum die SPD wähle, weil Scholz das auch ist. Dann stand ich in der, wie heißt unsere Straße, wie heißt die kleine Straße, die von dem Weinbergsweg abgeht, wo die, was ist das, die John F. Kennedy oder Bob Dylan oder John Lennon Schule ist. Da hast du gewählt? Und da habe ich gewählt. Ich musste immer woanders hin. Und dann bin ich, stehe ich da und habe gedacht, ich kann doch nicht diese SPD wählen, die immer so, die immer so, so doof links und so, also nicht Scholz und die halt auch immer so anti-israelisch ist und so, das geht doch nicht. Und dann habe ich, glaube ich, meine Tochter angerufen. Aus der Wahlkabine? Kurz davor. Und die sagte dann, nee, du musst SPD wählen und so. Und da dachte ich, nein, warum, die zwingen mich immer, dann fiel mir ein. Die haben ja bei diesen Wahlsendungen, da war ja nie die FDP dabei. Äh, doch. Nee. Je nach Wahlsendungen. Aber die sind Spitzenkandidaten. Bei den Spitzenkandidaten. Ja. Kanzlerkandidaten. Da waren die FDP nicht dabei. Und irgendwie, oh Gott, natürlich, ich muss die FDP wählen. Obwohl sie natürlich eigentlich ursprünglich eine extrem, sozusagen, verseuchte. Es gibt ja die, also die, also die, ja, weiß ich alles. Aber irgendwie, irgendwie, und jetzt habe ich der FDP zu verdanken, vermutlich, dass ich jeden Tag schwimmen gehen kann. Also du hast die FDP gewählt, am Ende dann doch? Ja. Also ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, dass das alles jetzt, dass davor, aber wirklich, ich finde nicht gut über Dinge, ich verstehe wirklich mehr von Juden als von Corona oder von Literatur. Aber ich habe das Gefühl gehabt von Weitem als jemand, so wie jemand, der in Fußball guckt und dann überlegt, wie die Mannschaft aufgestellt wird und warum. Ich hatte das Gefühl, sagen wir, bei der alten Regierung, dass die so Angst hatten, was falsch zu machen. Dass die immer nur sozusagen auf die, nicht Panikprognosen, sondern Negativprognosen hörten. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt im Moment etwas mehr Verantwortung in dem Sinne übernommen wird, dass etwas mehr riskiert wird. Und so gesehen, sagen wir, im Nachhinein, aber ich müsste es ja nochmal lesen, um zu gucken, ob meine Formulierungen alle passen. Im Nachhinein würde ich sagen, geniere ich mich nicht für diesen Gedanken. Das war ja keine These, das war ein Gedanke, eine Beobachtung. Und das Erste, glaube ich, war aber viel besser, wenn du mir hilfst. Du hast sozusagen die Larmoyanz der Künstler, über die du kritischst. Ja, und jetzt seht ihr mal, was andere Künstler erleben, die nicht in Demokratie nehmen. Und ihr tut schon so, als wären wir jetzt in einer Diktatur dabei versuchen. Die haben das sozusagen umgedeutet. Plötzlich konnten die auch mal gegen das Böse sozusagen kämpfen. Aber deshalb rede ich wirklich sehr, sehr ungern über sowas wie Corona, weil das sind Dinge nicht aus meiner Sphäre. Ich kann als Wissenschaftler dazu nichts sagen, weil ich kein Wissenschaftler bin. Und ansonsten halte ich solche Dinge wie zum Beispiel eine Pandemie genauso wie irgendwie ein Tsunami für höhere Gewalt. Dazu gibt es nichts zu sagen. Es gibt nur was zu sagen zu dem Verhalten von Menschen in solchen Situationen eventuell. Ja, genau. Darüber sprach ich und darüber hast du ja auch ausführlich dann geschrieben. Aber was verstehst du nicht? Naja, der eine Gedanke wäre ja, wenn man das zu Ende denkt, ist doch gut, dass der Staat hier konsequent handelt. Und ich sage mal, Theater schließt zum Beispiel, das war ja eine riesen Debatte, Orte der Kunst mehr zugänglich macht, um Menschenleben zu retten. Habt euch mal nicht so Künstler, das ist doch keine Diktatur. Das war nicht mein Punkt, aber. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Mein Punkt war der, dass die sich sozusagen zu Freiheitskämpfern plötzlich stilisierten. Ja, aber du entscheidest dich für den Staat in diesem Fall und dass das Handeln des Staates rational ist und mitnichten ein diktatorisches Handeln oder so. Das ist völlig übersteigert. Das ist halt das eine. Und auch auf der anderen Seite kritisierst du aber den Staat in diesem anderen Text. Ja, aber das ist doch nicht unlogisch. Entschuldige, das ist ganz schnell, das ist nicht unlogisch. Ich sage ja nicht, dass das, was der Staat gerade macht, total richtig ist im ersten Text. Und im zweiten Text sage ich, der macht es nicht ganz richtig. Also ich will jetzt mich, ich hoffe, das klingt nicht so, als würde mich rausreden. Vor allem, ich müsste die wirklich lesen, aber ich habe nicht gerne über dieses Thema geschrieben übrigens. Das wollte ich gerade, also ich wollte noch mal hören, was ist eigentlich deine aktuelle Herangehensweise in dieser Krise? Ja, also bist du, du sagst ja schon, du bist etwas zufriedener damit, wie die aktuelle Regierung das Hand hat, weil sie ist ein bisschen Risik mit mehr Risiko. Für sich selbst vor allem. Nee, Freude, die riskieren was. Sie wissen, dass sie am Ende möglicherweise die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen haben werden, aber gleichzeitig verstehen sie, dass es irgendeine Form, seit es vor allem die Impfung gibt, das ist ja was ganz anderes, hätte es jetzt die Impfung nicht gegeben, wo man schon ganz utilitaristisch, und das meine ich im wirklichen Sinne des Wortes, utilitaristisch, das kennen ja glaube ich in Deutschland nicht viele, abwägt, naja, ich meine jetzt wirklich John Stewart anschauen. Die Welt anschauen, das Utilitarismus oder das Wort? Nein, nein, die Welt anschauen, das System ist ja super simpel, macht dir im Prinzip eine Liste, du willst eine Entscheidung fällen und rechne einfach aus. Auf der einen Seite das Gute, was daraus erwächst für die Gemeinschaft, auf der anderen Seite das Schlechte. Das ist eigentlich fast nur so eine sehr wissenschaftliche, sehr nüchterne Rechnung. Und in gewisser Weise habe ich das Gefühl, wird das gerade gemacht. Ich glaube auch, dass die Angst einfach, die Panik, die wir alle hatten, dann die ist etwas, also dieses Unheimliche des Ganzen, hilft denen heute vielleicht auch. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich kann darüber nicht groß sprechen. Ich habe das, ich habe das gemacht und bin mit dem Thema sozusagen fertig. Und ich selbst, ich lebe, ich versuche, meinen Alltag zu leben. Und das habe ich auch, das wollte ich vorhin nämlich sagen. Kisten für Marbach packen, was man eben so macht. Nein, ich muss ganz normal arbeiten. Und was meine Mutter eben damals mir gesagt hatte, das wollte ich vorhin sagen. Von der habe ich ein ganz, 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 wahrscheinlich ein wichtiges Rat meines Lebens bekommen. Wenn es dir aus irgendeinem Grunde schlecht geht, vor allem natürlich auch, wenn du sozusagen eher harmlose Privatlebenprobleme hast, aber auch mit dem Beruf oder was auch immer, kann sogar auch mal gesundheitlich sein. Darfst nie in Panik geraten und denken, das ist für immer so. Das bleibt so. Das ist eine Phase. Diese Phase wird zu Ende gehen, in zwei Wochen oder in zwei Jahren. Aber sie wird zu Ende gehen. Man kann sich wie eine Gefängnisstrafe, die wird ja auch bei guter Führung sogar noch kürzer. Und so lebe ich damit. Ich lebe einfach damit, es ist eine Phase und ich habe schon mehr Spaß gehabt in meinem Leben. Aber, mir kann ich nicht sagen. Also so, ich finde es wie gesagt, es ist auch bis zu einem gewissen Grad Privatsache, finde ich. Darf ich noch auf ein völlig anderes Thema zu sprechen kommen? Ich habe mir vorhin mal notiert, das war in einem völlig anderen Zusammenhang. Da ist ein Thema, das ich sehr faszinierend finde in deinem Zusammenhang, das wahrscheinlich viele Schriftsteller haben, die sehr stark in ihrem Leben nach Themen suchen. Du kommst ja automatisch an den Punkt, wo du andere, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sozusagen zu literarischem Stoff verarbeitest. Und wie gehst du damit um? Wie macht man das eigentlich? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das ich nicht kenne. Also du hast eine Beziehung oder es gibt deine Familie. Und inwieweit ist es selbstverständlich, dass die irgendwann als literarische Figuren wiedergeboren werden? Oder wie handelt man das? Also ich selbst, ich weiß nicht, urteile das gerne über andere Schriftsteller, aber in dem Fall tue ich es nicht, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, wie andere es machen. Ich weiß, dass ich selbst keine Pläne mache. Es muss nicht jeder, der mit mir befreundet ist oder in einem Bett liegt, denken, er wird irgendwann vorkommen. Wie entsteht, da muss man vielleicht einen kleinen Schlenker machen. Wie entsteht denn eine Geschichte oder ein Roman? Entweder mit einem, also ein Roman, die Tochter begann wirklich mit einem einzigen Satz, den ich mir in Israel am Strand auf einem Stück Zeitung, also einen Zeitungsrand geschrieben habe. Vielleicht, nee Quatsch. Zehn Tage, nachdem er sie das letzte Mal gesehen hatte, sah Motti Wind seine Tochter in einem Pornofilm oder so ähnlich. Das fiel mir ein. Daraus wurden dann 450 Seiten und irgendwie vier Jahre meines Lebens. Ich hatte mehr nicht davor, außer dass ich ein Buch gelesen hatte von David Vogel, eine Ehe in Wien, dessen Stimmung, in dessen Stimmung ich mich befand. Das handelt von einem, spielende 20er Jahre in Wien und handelt von einem jüdischen Einwanderer aus Weißrussland, der sich verliebt in eine sadistische Wiener Adlige. Das andere ist, dass ich irgendwie ein Motiv habe. Ich überlege gerade, zum Beispiel diese, es gibt eine Novelle, die handelt von diesem Schriftsteller Bruno Schulz. Der ist im Kopf von Bruno Schulz und die handelt, ich weiß gar nicht mehr genau, wovon das eigentlich handelt, aber das spielt in seinem Zimmer und er ist eigentlich nur erfüllt von seinen Dämonen und er denkt daran, dass er hätte in der Schule sein müssen und es endet so ein bisschen apokalyptisch mit so einer Ankündigung eigentlich des Krieges. Da war das Vorbild, kein echter Mensch, aber ein Mensch, den ich als Schriftsteller aus der Literatur kannte. Ich habe damals ein paar von seinen Erzählungen gelesen, die mich faszinierten und habe ich über ihn gelesen. Und dann fing es an und gleichzeitig hatte ich einen kleinen Fitzel. Hans Saal, den kennt heute keiner, war ein jüdischer Emigrant, der war Schriftsteller, Übersetzer, der kam auch nach dem Krieg zurück, lebte in New York und irgendwann, ich las dann in seiner Autobiografie, glaube ich, 37, 38, hörte er, dass in Polen herumgeht, in den Emigrantenkreisen den Deutschen, ein Typ, der Hans Saal heißt und alle Leute aushorcht. Ach, das ist der Mann. Genau. Und in meiner Novelle, und so fing es an, ich dachte, irgendwie will ich auch einen Doppelgänger von Thomas Mann in der Stadt von Bruno Schulz. Wusste nicht, was das sollte. Selbst. Und das schreibt sich dann teilweise, mag die Formulierung nicht, weil die so ein bisschen nach Ecriteur, Automatik oder sogar nach Romantik klingt, das schreibt sich auf eine gewisse Art von Selbst. Das ist übrigens sowieso, ich komme nochmal darauf zurück, was du gefragt hast. Das Schreiben ist ja, wenn man diesen, das kennt ihr ja selbst, ihr schreibt ja auch, wenn man diesen Zustand erreicht, wo man noch Handwerk macht und schon irgendwie loslässt, wo eigentlich wie beim Sprechen plötzlich noch was dazukommt, was man selbst noch gar nicht erwartet hat und dann muss man das ständig bändigen, dieses eigene Material, damit es irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß ja auch zum Beispiel, ich schreibe nie mit einem Plan. Du kannst sagen, du weißt nicht, wie deine Romane ausgehen. Nichts, nichts, niemals. Ich muss mich selbst dann dazu zwingen, mit zu überlegen, dass alles schlüssig ist. Das ist die eine Variante mit Bruno Schulz gewesen, habe ich erzählt. Dann gibt es die andere Variante, die ist völlig verrückt, dieser Sexkoffer. Da hat mich das SZ-Magazin, dem ich sehr dankbar bin, die haben gesagt, ja, wir machen so eine Reihe Schriftstellschreiben über ihre Mütter, glaube ich. Dann habe ich irgendwie gesagt, ich möchte echt nicht über meine Mutter schreiben, aber vielleicht kann man das literarisch machen. Und dann sagten die irgendwie ja und dann habe ich eine Erzählung geschrieben. Und dann plötzlich hieß es, jetzt noch eine Reihe über den Vater, können Sie auch noch? Und dann habe ich gesagt, ja okay, weil das war auch viel Geld. Und dann habe ich gedacht, ich erzähle einfach die Geschichte ungefähr. Die erste Geschichte erzähle ich jetzt aus der Perspektive des Vaters. Das war alles super. Und dann mal wieder Helge, oh, willst du dich mal ein kleines Büchlein rausmachen? Und dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe. Ich will nie wieder was über meine Familie schreiben. Also genug über meine Familie geschrieben. Und ja, nach ein paar Wochen saß ich da und schrieb das dritte Kapitel. Und plötzlich, weil ich plötzlich merkte, es sind nicht nur drei Geschichten, sondern wenn man das gut macht, kann ich sogar einen Roman haben. Und es ist ein bisschen einfacher, weil es abgeschlossene Texte sind, auch mal dazwischen in die was anderes zu arbeiten. So, eine Variante. Bei Esra, worüber ich nicht reden möchte, war ich erfüllt von irgendeiner Realität. Und habe einfach nicht nachgedacht und habe geschrieben. Aber bei Sechs Koffer übrigens, da ist ja ganz viel von meinen Eltern drin. Und sie sind es trotzdem nicht. Und dann ist da ganz viel erfunden. Dann gibt es da eine Tante, die hat überhaupt nicht existiert in dieser Form. Eine Filmschauspielerin, die in Theresienstadt war und so. Noch besser, Biografie. Ich wollte 20 Jahre lang zwei Sachen. Einen sogenannten pikaresken Roman schreiben, wovon ich bis heute nicht genau weiß, was es ist. Das könnten wir jetzt googeln. Ich wollte zweitens einen satirischen Roman schreiben, so wie den Schwake zum Beispiel. Oder wie Good as Gold von... Gott. Good as Gold von... Fällt mir später ein, jüdisch-amerikanischer Schriftsteller. Und ich wollte etwas über meinen Freund, dessen Namen ihr nicht erfahrt, den Noah Forlani. Und plötzlich hatte ich einen halben Satz irgendwann. Vielleicht, aber nur vielleicht, wäre alles anders gekommen, wenn mehr was hatte ich nicht. Und dann fing ich an. Mehr hatte ich einfach nicht mehr. Und das waren dann fast zehn Jahre meines Lebens. Und ich habe natürlich ganz viel Fiktion drin gehabt. Aber die beiden Hauptfiguren ähneln in vielem mir und eben dem Noah Forlani. Ach so, ja. Er ist aus einer reichen Familie. Komplett gestörte Überlebende. Sehr süß alle. Und sein Vater hat sogar extra für ihn ein Konto aufgemacht, nur damit er ins Modell gehen kann. Er wiederum schämt sich wahnsinnig für sein Reichtum. Und er ist unglücklich verheiratet und will das Geld loswerden. Und lässt sich entführen in Davor und will sich zum Schein köpfen lassen und mit diesem Entführungsvideo, Köpfungsvideo endlich frei sein. Das ist eine Variation ein bisschen dessen, was der echte Noah Forlani so in seinem Leben fühlt und vorhat und irgendwie nie schafft. Und schreiben will er auch und hat aber immer nur Zettel mit Anfängen von irgendwas in seinen Taschen und so und so weiter, ja. Also ihr könnt euch vorstellen, Davor, Entführungsgeschichte, ist ja Quatsch, ja. Und der andere wiederum hat auch seine Geschichte, glaubt, er hat ein Verbrechen begangen, flieht davor. Und gleichzeitig aber geht es eben darum, dass sie beide deshalb sich so lieben, weil sie aus einer Stadt kommen, die Butschach heißt, in der Ukraine. Was ist jetzt da die Realität? Der Vater von Yossi. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Er heißt auch noch Yossi Reich. Der heißt übrigens, im Gebrauchten Juden habe ich ihn genannt, da kommt er auch vor, Donny Gold. So, jedenfalls, der... War das bekannt? Ich wusste das nicht. Bitte? Steht das schon mal irgendwo? Was denn? Was du gerade sagst? Nee. Ja. Glaube ich. Jedenfalls, ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben uns gefragt, wie viel von den realen Personen... Ja, ja, genau. Ich weiß, aber ich wollte das ein bisschen erzählen. Von der Ukraine, mit den beiden Städten. Ah, genau, mit den Städten. So, Butschach. Der Großvater, die Großväter im Roman von den beiden kommen aus Butschach. Bei mir ist es... Sind das jeweils die Väter, glaube ich? Ich weiß jetzt nicht. In Wirklichkeit ist es wirklich so, dass der Vater von eben, von dem Noah Forlani in Butschach eine Zeit lang gelebt hat. Und irgendwie war Butschach immer dort das mythische Wort. Und, weil übrigens auch aus Butschach kommt Simon Wiesenthal, äh, dann, äh, der große israelische Schriftsteller, der den Nobelpreis bekommt hat, mit Nelly Sachs zusammen. Ähm, das Name jetzt auch nicht einfällt, aber ich bin schon echt ein bisschen müde. Ich weiß schon nicht mal mehr mein Safe-Word. Das ist echt krass. Die besten Podcasts. Ich weiß, worauf wir hinnaß. Ähm, Agnon. Agnon. Ja, Agnon stammt von dort und noch ein berühmter Mann. Und das fanden wir immer sehr aufregend. Und mein Großvater wiederum, der ja eigentlich aus Ruthenien kommt, wurde aber geboren in Butschach. Kam da erst, also nach Ruthenien erst irgendwie als Jugendlicher. Und das verbindet den echten Noah Forlani mit mir, aber das verbindet die beiden auch. Und natürlich ist das Buch eigentlich, handelt mit all diesem Irrsinn, der da passiert. Es gibt sehr, es gibt sehr, es ist sehr, sehr lustig, sagen mir ganz viele. Man kann es übrigens zur Zeit hören, als gelesenes Hörbuch beim SWR 2, gelesen von Samuel Finzi. Das ist da noch irgendwie ein Dreivierteljahr auf deren Seite. Und das Buch heißt Biografie. Jedenfalls, eigentlich strebt das Ganze zurück nach Butschach. Es wird auch erzählt, es gibt auch historische Passagen, in denen erzählt wird, was in Butschach gewesen ist, wie die Deutschen das damals gemacht haben. Die haben die Juden nämlich da richtig sadistisch behandelt. Die haben immer aufgerufen, Juden zum Marktplatz. Beim ersten Mal ist nichts passiert. Beim zweiten Mal Juden zum Marktplatz, haben sie alle umgebracht. Das haben sie noch drei oder vier Mal wiederholt. So, das wird da erzählt, die Verbindung auch zu meinen Helden und so weiter. Also, das erwächst wirklich, wirklich aus diesen Wünschen, die ich vorhin erzählt habe. Pikaresker Roman, satirischer Roman über meinen Freund und dem einen Satz. Vielleicht, aber nur vielleicht wäre alles anders gekommen. Und gibt es einen Moment, ab dem man sozusagen denkt, ich muss jetzt mal jemanden anrufen und sagen, übrigens etwas, was dir ähnelt, kommt in einem Buch oder in einem Text vor. Gibt es? Ich frage auch aus privaten Gründen, mir ist das auch schon passiert. Ich durfte was dazu sagen, habe gesagt, ich möchte das nicht. Also, es gibt bestimmt Leute, die das nicht wollen. Gibt es diesen Moment, wo man als Autor sagt, du bist eine Figur? Ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde einen Eingeborenen, wenn ich ihn fotografiere, nicht fragen, ob ich seine Seele rauben darf. Das hat nichts mit mir zu tun. Diese Sorgen berühren mich nicht. Wenn ich mit jemandem, als Journalist, ein Gespräch führe, wofür verabreden, dass er seine Zitate noch lesen darf, dann kriegt er das natürlich. Aber das ist Realität. Zum Beispiel, wie ist es in deiner Kolumne? Da schreibst du ja auch immer wieder mal über Begegnungen von Freunden. Wissen die dann alle immer, dass du da vorkommst? Dass sie da vorkommen? Dass sie da vorkommen? Ich muss mal überlegen. Es gab einen kleinen Zwischenfall, über den ich nicht reden möchte, aber ansonsten ja. Und es hat sich, ich mache ja diese Kolumne in dieser Form, die aber inzwischen, auf der dritten oder vierten Abspielstation sich befindet. Ich mache die insgesamt schon seit, also ich habe die schon angefangen vorher. Da hieß die Stimmen und Straßen, war bei Cicero. Dann kam sie rüber zur Zeit und zuerst habe ich mich mit dem anderen abgewechselt. Das hieß, was mache ich hier? Und dann wurde daraus, das über den Linden, wo ich nur alleine war und jetzt ist es, nur ein langeres, und jetzt ist es dieses über den Linden mit den anderen, mit Antonia Baum, Andreas Bernhardt und Christina Lemke-Mattwein. Aber diese, eigentlich ist das immer die gleiche Kolumne, nur mal ein bisschen kürzer, länger. Es hat noch in 15 Jahren, bis in einem einzigen Fall, wie gesagt, über den ich jetzt nicht reden will, weil ich keine schlechte Laune kriegen will, es hat noch nie einer irgendwas gesagt, weil ich glaube wirklich daran, wenn du ein sehr, sehr guter Beobachter bist und wenn du die Menschen liebst, und darum geht es ja hier, und sinngemäß sowas wie, also sowieso steht da nie drin, was sie nicht gemacht haben. Also wer immer dort mit mir etwas tut, auch sonst, der hat das gemacht. Ja, also ich sage ja nicht, der tanzt den nackt irgendwie auf der, auf der Reichstagskuppel. Nein. Ich meine, die Frage ist ja nur, wenn ich jetzt mit dir befreundet bin und gehe mit dir Mittagessen, muss ich eigentlich damit rechnen, dass ich in der Kolumne auftauchen könnte, ohne dass ich es vorher erfahre. Ja, aber wie weiß ich, also in der Regel wissen sie es, irgendwie wissen sie es und oder ich sage es irgendwie hinterher und es ist einfach, es ist, es ist, es ist nie ein Problem, weil ich, wie gesagt, ich will ja den Menschen nichts Böses, ja, und es lebt aber auch davon oft, dass sie es, also ich mache das ja auch nicht, also wenn ich es mal jemandem erst hinterher sage, Menschen sprechen dann anders, so wie ich vorhin erzählt habe, dass, wenn ich eine große Reportage gemacht habe. Also hinterher heißt, nach der Begegnung, aber vor der Veröffentlichung. Ja, natürlich, ja klar, ja klar. Menschen sind einfach dann anders und ich will einfach diese, vielleicht ist das Literarische daran und bei Literatur, nochmal zurück, gebildete Leute, ich muss das wirklich so klar sagen, kommen nicht auf die Idee, zu sagen, das bin ich und was hast du gemacht. Ja, und das ist zum Beispiel in Russland, das weiß ich von Russen, ich weiß es von, ich weiß es von, von eben meinen Eltern, meine Eltern haben nie, also es gab schon krasse Geschichten, ich habe ja eine Menge Erzählungen auch geschrieben, da gab es auch wirklich Geschichten, wo die sich betrügen, wo die schlimmsten Sachen passieren. nicht ein Ton, weil in Russland, im Gegensatz zu Deutschland, zumindest in dem Russland, das noch Sowjetunion, sagen wir aus der Sowjetunion stammt, gab es einen unendlichen Respekt vor Literatur. Alle haben gelesen und Schriftsteller werden bewundert und es ist ganz klar, dass es ihre Welt ist. Das wird nicht angefasst. Ich weiß das irgendwie nicht nur von meiner Familie, ich weiß es von anderen Familien, ich weiß auch von Familien, wo sogar wirklich Autoren so ähnlich wie ich oder noch direkter das irgendwie die Realität wiedererzählen, aber literarisch, egal wie kompliziert sonst diese Eltern sind, kein Ton und dass die Deutschen diesen Quatsch haben mit ihrer Privatsphäre, auch die Franzosen würden ja darüber lachen. Das ist, das hat etwas Kleinbürgerliches, meiner Ansicht nach. Das heißt, die Dichter und Denker sind es nicht mehr oder waren es nie. Das kann man nicht, wie gesagt, man kann nicht wie ein Wilder verwechseln Literatur, die inspiriert ist von der Wirklichkeit mit Wirklichkeit. Hast du es eigentlich jemals bereut, ins literarische Quartett gegangen zu sein? Nein, 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 es hat mich sehr angestrengt, es hat mich sehr angestrengt, erstens unendlich viel Arbeit, ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben, ich habe mich auf jede Sendung einen Monat Tag und Nacht vorbereitet, ich habe jedes Buch sozusagen wie in der Uni, das habe ich ja vorhin erzählt, durchgearbeitet, ich hatte immer, so ungefähr zehn Tage vorher, fing immer das Lampenfieber an. Zehn Tage vorher. Das denkt man bei dir ja gar nicht, so interessant. Ja, ich denke es bei mir auch nicht, ich verstehe es auch nicht, ich checke es nicht. Das guckt ja kaum jemand. Nee, aber das war auch, das ist ganz komisch, ich habe auch zum Beispiel bei Lesungen, ich tänzle da ja irgendwie, das ist mir doch alles wurscht, ja, und seit ein paar Jahren habe ich sogar vor Lesungen Lampenfieber, ich verstehe es nicht. Ist das, weil deine Haut auch dünner geworden ist? Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Alterserscheinung? Bestimmt. Hast du gesagt? Abnutzungserscheinung. Nicht mal Alter, sondern Abnutzung. Vor 20 Minuten meintest du mal. Ja, ja, dann ist das dann. Und dann, also, ich bin, hätte ich es noch drei Jahre länger gemacht, wäre ich wahrscheinlich ein super beliebter Literaturtyp. Ja, also, ich hätte es einfach länger durchziehen müssen. Ich habe ja gemerkt, dass, sagen, eine bestimmte Sorte von Publikum, guckte das ja nur, weil mit mir es irgendwie eine echte Diskussion gab, die manchmal auch ein bisschen vielleicht entgleiste, oft aber witzig war, immer am Ende ging es um intellektuelle Fragen und nicht nur darum, fand ich gut oder fand ich nicht gut. Dadurch waren die anderen ja auch herausgefordert. Und ich habe schon irgendwie versucht, das in der Tradition von Reich-Ranitzky zu machen. Ich habe auch, bin froh, dass ich zwei Jahre lang sozusagen aktuelle Literatur lesen musste, was ich gerade gar nicht tue und ich habe mir jetzt vorgenommen, das wieder zu ändern. Ich glaube sogar, dass ich diesen Sechs-Koffer, wo ich immer sage, mein einzigen echten Bestseller geschrieben habe, ich glaube auch, dass ich das ohne das Literarische Quartett nicht geschrieben hätte. Interessant. Ich kann es nicht ganz genau begründen, aber ich hatte plötzlich so eine Klarheit im Kopf hinterher. Das ist ja auch, glaube ich, ein sehr klar geschriebenes Buch und das ist geradezu ein Buch, lustigerweise, das, was ich nie verstanden habe, auch sehr zugänglich ist für alle möglichen Leute. Dann ist die Frage, habe ich mal wieder einen Rückfall erlitten? Sagen, ich werde, immer wieder bin ich auf einmal Schriftsteller und dann passiert wieder irgendwas und dann bin ich schon wieder nur sozusagen der Dings, der Karl Kraus von heute. Ja, das ist ja auch jetzt schon wieder gewesen mit diesem, mit dieser Scholle-Geschichte. Ja, Ich habe wirklich, ich habe 4.000 Zeichen geschrieben, 4.500 Zeichen. Aber das ist ja schon, aber es ist ja trotzdem verwundert, dass du dich darüber wunderst, weil du bist doch, also ich meine, du bist einer der bekanntesten Schriftsteller in Deutschland. Du hast eine, seit 35 Jahren bist du eine öffentliche Figur und schreibst öffentlich. Das ist ja klar, da musst du jetzt kein, da reichen auch 4.000 Zeichen, um irgendwie eine große Debatte. Nein, ich habe es falsch gesagt. Ich will nur sagen, ich habe mich ja gefragt, war es falsch mit dem literarischen Quartett? Weil natürlich mit dem literarischen Quartett war ich erst mal wieder, das war ja irgendwie auf eine andere Art in der Wahrnehmung von Leuten, die denken, ich schimpfe nur, wieder 100 Zeilen Hass, wieder Tutzing. Dabei, also wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben im Zeitmagazin ja auch mal eine große Geschichte gemacht, Stefan Billiger hat dich begleitet. Da stand das ja auch nochmal drin, dass die Redaktion ja offenbar immer versucht hat, dich so ein bisschen weicher zu stimmen. Ach so, Moment, das ist ein anderes Thema. Ich will ganz kurz das andere noch, wenn ich überhaupt noch was dazu zu sagen habe, zu Ende sagen. Es bleibt einfach dabei, weil du fragtest, hast du es bereut? Nein, weil es passiert immer wieder was, für mich, als jemand, der als Schriftsteller 90 Prozent seiner Zeit eigentlich nur da sitzt und Romane oder Erzählungen schreibt, dass er dann sozusagen auf der Maus ausrutscht und plötzlich sind die sogenannten Deutschen froh zu sagen, der kann ja nur schimpfen. Und plötzlich muss ich wieder, brauche ich wieder Jahre, um mich zurückzuschreiben ins Bewusstsein der Leser als Schriftsteller. Denn das bin ich, der aber auch eine publizistische Seite hat. Hatte Zola ja auch. Ich meine, an was denkt ihr bei Zola? An Jacuz oder an einen seiner Romane? Ich muss zugeben, an ersteres. Bei Günter Grass. Woran denkst du bei Martin Walser? An seine Paulskirchenrede oder an Verteidigung der Kindheit? Oder an Halb... Ich wünsche dir eh den Philipp Trum. Oh, danke, 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 danke. Und das ist für mich genau dasselbe. Nur ich, und das muss ich ganz klar sagen, ich als Jude, der einem gewissen Vorurteil entspricht, es gibt Millionen Juden, die nicht so sind wie ich, lande am Ende immer in irgendeinem Scheißaufsatz von Richard Wagner, in dem drin steht, dass Juden nur irgendwie Kritikaster sind. Und das mit der Redaktion, die haben mich nicht versucht, weicher zu stimmen. das war einfach wirklich, wirklich der Kampf meiner Ansicht nach, um das mal überlegen. Es gab, es gab so, so ein paar kleine Kämpfe, die langweilig sind zu erzählen, aber alles in allem, es war wie früher in der Schule. Ich habe einfach zu viel gestört. Hast du in der Schule auch gestört? Ja klar. Wie? Ja, weiß ich nicht, ich habe Witze gemacht. Mein Vater musste ja alle zwei Jahre zum Direktor und dann sagte, und dann kam er zurück und sagte, also ich sollte von Dr. Gens ausrichten, solltest du Probleme haben, komm doch direkt zu ihm. Okay. Interessant, und Abitur 3,0. Ah, dann haben wir das auch geklärt. 3,0 heißt, du hast nur das Allernötigste gemacht, was du tun musst. Ich habe nichts gemacht. Ich bin dann, ich weiß nicht mehr mit wem, mit einem Freund, das war so eine Quatschidee, dann sind wir irgendwo hin in die Lüneburger Heide oder was auch immer in so ein Haus gefahren und da sollten wir dann lernen eine Woche. Ich habe in Französisch zum Beispiel und ich habe einfach eine Sechs hätte ich haben müssen, aber weil die tolle Lehrerin mich so liebte und weil ich so schön vorlesen konnte auf Französisch, hat sie gesagt, du liest jetzt einen Text vor und dann kriegst du einen Punkt und so habe ich das geschafft. Ja, der Punkt war ja wichtig, damit man nicht sitzen bleibt. Oh Gott, langweilig, also wenn Erwachsene über ihre Schulgeschichten reden, das ist echt langweilig. Da fühlt man sich, wenn man über seine Schulzeit redet, wie so ein ganz kleines, verrücktes Wesen wie Odradek. Das ist ja auch wichtig, 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 Vielen Dank. Vielen Dank.